Frau Abgeordnete Greiner, bitte Frau Abgeordnete. Dankeschön, Frau Präsidentin. Ich bin begeistert, der Kollege Wurm hat mir seine Kooperation angeboten, weiter so, aber Sie haben mir nichts Neues erzählt. Wenn, dann bitte bringen Sie auch einen Input mit. Das wäre ganz super, wenn wir da zusammen was zustande bringen. Sie sagen, Wien hat sich darum gekümmert. Ja, super, Wien ist vorbildlich, genau. Die wollten nämlich nicht auf den Bund warten, dass endlich auch diese Gesetzeslücke von uns geschlossen wird. Ja, das ist super, Wien vorbildlich. Es ist auch Berlin vorbildlich. Es ist auch Innsbruck vorbildlich, wie Sie wissen. Es ist auch Graz nicht ganz so vorbildlich, aber da sind super Bemühungen da. Und ein ÖVP-Stadtrat wünscht sich, dass auch diese Gesetzeslücke im Bundesgesetz geschlossen wird. Er wünscht sich als ÖVP-Politiker ein Rauchverbot auf Kinderspielplätzen. Ich habe diesen Wunsch gerne aufgenommen und habe das weitergetragen. Leider lässt die ÖVP hier aus und macht nicht mit. Sehr schade. Auch Leoben ist vorbildlich. Dort hat man mit ÖVP-FPÖ-Stimmen ein Rauchverbot auf Kinderspielplätzen durchgesetzt. Aber warum warten wir, dass die Städte alle Eigeninitiativ werden und ihre eigene Suppe kochen? Es ist super, dass sie was tun. Aber wir haben eine Verantwortung als Bundesgesetzgeberin, lieber Kollege. Herr Abgeordneter Zingl, Sie sind jetzt an Bord. Bitteschön. Wolfgang Zingl von der Liste Jetzt hat sich noch zu Wort gemeldet. Ich stelle meiner Kollegin Holzinger jetzt den Entschließungsantrag ein. Die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz wird aufgefordert, mit den Landesjugendschutzreferentinnen und Referenten umgehend in Gespräche einzutreten, um einen umfassenden Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Passivrauch, besonders in Raucherbereichen, zu erwirken. Es ist nichts anderes, als was die Regierung selber machen wollte. Vielleicht stimmen Sie dem irgendwann mal zu, was Sie selbst machen wollten. Danke. Der Antrag wurde nun ordnungsgemäß eingebracht und steht mit in Verhandlungen. Es ist nun niemanden mehr zu Wort gemeldet, wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort. Das ist nicht der Fall. Somit gelangen wir zur Abstimmung. Wir kommen zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme. Zuerst gelangen wir zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 1. Das ist der Antrag des Gesundheitsausschusses, seinen Bericht 533 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Und ich bitte jene Damen und Herren, die ihn zur Kenntnis nehmen, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist einstimmig angenommen. Wir gelangen jetzt zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Kucher. Kolleginnen und Kollegen betreffend Nichtraucherschutz und Rauchverbot in der Gastronomie. Und ich bitte jene Damen und Herren, die hierfür eintreten, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Minderheit und nicht angenommen. Wir gelangen nun zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 2. Das ist der Antrag des Gesundheitsausschusses, seinen Bericht 534 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Und ich bitte jene Damen und Herren, die hierfür zustimmen, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist mit Mehrheit angenommen. Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 3. Das ist der Antrag des Gesundheitsausschusses, seinen Bericht 535 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Und ich bitte jene Damen und Herren, um ein entsprechendes Zeichen, die ihn zur Kenntnis nehmen. Das ist mit Mehrheit angenommen. Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 4, der Antrag des Gesundheitsausschusses, seinen Bericht 536 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Und ich bitte jene Damen und Herren, um ein entsprechendes Zeichen, die ihn zur Kenntnis nehmen. Das ist die Mehrheit und angenommen. Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 5. Das ist der Bericht des Gesundheitsausschusses, seinen Bericht 537 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Und ich bitte jene Damen und Herren, die ihn zur Kenntnis nehmen, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist mit Mehrheit angenommen. Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Holzinger-Focken-Huber-Kolleginnen und Kollegen betreffend Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Passivrauchen durch Einleiten von Gesprächen mit den Jugendschutzreferentinnen und Jugendschutzreferenten der Bundesländer. Und ich bitte jene Damen und Herren, die hierfür eintreten, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Minderheit und nicht angenommen. Wir gelangen nun zum Tagesordnungspunkt 6 der Tagesordnung. Das ist der Bericht des Gesundheitsausschusses. Jetzt debattieren die Abgeordneten über einen Bericht betreffend die Liberalisierung von Cannabis zu medizinischen Zwecken, der von der Gesundheitsministerin in Auftrag gegeben worden ist. Generell wird in dem Bericht festgestellt, dass die österreichischen Patienten bereits nach geltender Rechtslage Zugang zu Cannabis-basierten Arzneimitteln haben. Gemeldet ist der Herr Abgeordnete Andrusch. Bitte schön, Herr Abgeordneter Andrusch. Erster Redner, Maurice Andrusch von der SPÖ. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesministerin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Das, was wir heute diskutieren, ist der Bericht, den uns die Gesundheitsministerin vorgelegt hat zum Thema der Liberalisierung von Cannabis zu medizinischen Zwecken. Ein Thema, das viele Patientinnen und Patientinnen in Österreich bewegt, ein Thema, das viele Familienangehörige bewegt, das viele Menschen in Österreich bewegt. Und so haben mich gerade in den letzten Tagen und in den Tagen vor dem Gesundheitsausschuss eine Reihe von Bürgerinnen und Bürgern kontaktiert, die wissen wollten, wie geht es hier weiter, was passiert hier in diesem Bereich und wird es zu einer Legalisierung von Cannabis im medizinischen Bereich kommen. Der Bericht fußt auf eine Entschließung, einer einstimmigen Entschließung hier im Hohen Haus, 27e, wo die Frau Bundesministerin aufgefordert worden ist, sich dem Thema zu stellen und zu widmen und vor allem die zukünftigen, und das ist mir besonders wichtig, die zukünftigen medizinischen, rechtlichen, ökonomischen Rahmenbedingungen darzustellen, die notwendig sind, um die Liberalisierung von Cannabis auch in Österreich für medizinische Zwecke voranzutreiben bzw. auch zu ermöglichen. Jetzt liegt uns ein Bericht vor der Frau Bundesminister, der wenige Seiten enthält, das aus meiner Sicht sehr oberflächlich ist. Das habe ich auch schon im Ausschuss gesagt, wo in groben Zügen über das Thema wohl drüber geschaut wird, wo man sich in groben Zügen damit beschäftigt, wo Stellungnahmen einfließen. Es hat eben eine Ausschussbegutachtung gegeben, wo eine Reihe von Stellungnahmen abgegeben worden sind, wo eine Reihe von Stellungnahmen auch eingearbeitet worden sind, wo manche Stellungnahmen gar nicht erwähnt werden in diesem Bericht. Aber was mir besonders fehlt ist, dass gerade diese zukünftigen Rahmenbedingungen, die ein besonderer Schwerpunkt sind, wo dieser Blick nach Deutschland über die Grenze hinweg zu Ländern, die sich bereits mit dem Thema intensiv auseinandersetzen, ein wichtiges Schwerpunktthema ist, dass das leider nur sehr oberflächlich oder gar nicht behandelt worden ist in diesem Bericht. Frau Bundesminister, auch wenn Sie den Kopf schütteln und sagen, das stimmt nicht, das stimmt sehr wohl, wenn Sie nachlesen, die Stellungnahmen vieler sind drinnen, Wien ist nicht drinnen, Tirol zum Beispiel ist nicht drinnen, Sie nicht einmal erwähnt, dass diese Stellungnahmen abgegeben haben in Ihrem Bericht. Und was mich ganz besonders zu den Stellungnahmen verwundert, Sie beziehen sich in Ihrem Bericht immer wieder auf die Stellungnahme des österreichischen Sanitätsrates, des obersten Sanitätsrates, Dankeschön. Ein Gremium, dem Sie sich natürlich bedienen können, das muss man ganz klar sagen. Der oberste Sanitätsrat ist ein Gremium, das Sie auch beraten soll. Das ist keine Frage. Nur die Stellungnahme des obersten Sanitätsrates findet sich nicht auf der parlamentarischen Homepage und ist auch nicht einsehbar. Sie sagen uns aber in Ihrem Bericht, dass diese Stellungnahme auf Fakten beruht, die ganz, ganz wichtig sind, um dieses Thema zu behandeln. Ich kenne aber auch die Fakten nicht, an denen der oberste Sanitätsrat letzten Endes seine Stellungnahme abgegeben hat. Frau Bundesministerin, es ist schon wichtig, wenn man sich so einem Thema widmet, dass man auch die Ernsthaftigkeit dahinter nimmt, diesem Parlament all das zur Verfügung zu stellen, was letzten Endes für zukünftig zu einer Entscheidung führen kann oder zu einer Entscheidung führen soll. Das haben Sie nicht gemacht. Das haben Sie nicht gemacht. Und Frau Bundesministerin, das ist ja kein Zufallsthema. Die WHO beschäftigt sich gerade sehr, sehr intensiv damit, mit einer Reklassifizierung zu diesem Thema. Einer Reklassifizierung von Cannabis, weil viele Studien und die Erkenntnisse, und so sagen es auch die Experten der WHO, Erkenntnisse letzten Endes dafür Rechnung getragen haben, dass man mittlerweile weiß, dass einzelne Wirkstoffe oder auch die Kombination von einzelnen Wirkstoffen schon wesentlich für Patientinnen und Patienten zu einer Milderung der Symptome, einer Milderung der Schmerzen oder was auch immer heranträgt. Das ist ein wichtiges Thema für die Österreicherinnen und Österreicher, ein wichtiges Thema für Patientinnen und Patienten in Österreich. Ein wichtiges Thema gerade für Menschen, die an Schmerzen erkranken, die chronische Schmerzen haben, die chronische Gelenkschmerzen haben und vieles darüber hinaus. Und so, Frau Bundesminister, so wie wir es in den Vorreden, schon zu den vorigen Themen gehört haben, ich möchte Sie ersuchen, nehmen Sie auch dieses Thema ernst, nehmen Sie es ernst, treiben Sie auch die Forschung in Österreich voran. Wir brauchen, und da stimme ich Ihnen in dem Bericht zu, wir brauchen intensivere, unabhängige Forschungen zu diesem Thema, um auch die Entscheidungen in diesem Parlament herbeiführen zu können. Da stimme ich zu und deswegen möchte ich Sie auch auffordern, machen Sie Ihre Arbeit, machen Sie den Weg für Forschungen frei und widmen Sie sich zum Wohle der Patientinnen und Patienten, die ganz viel Hoffnung in dieses Thema hineinlegen, auch diesem wichtigen Thema der Liberalisierung von Cannabis zu medizinischen Zwecken. Dankeschön. Das sei ein wichtiges Thema für Patienten mit chronischen Schmerzen. Das Thema müsse ernst genommen werden, fordert Maurice Androsch von der SPÖ. Nächste Rednerin ist die FPÖ-Gesundheitssprecherin Brigitte Povicill. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Damen und Herren im Plenum, auf der Galerie und in den Medien. Es ist immer wieder erschütternd, mit wie viel Fehlinformation, Halbwahrheiten und falscher Dramatik die Bevölkerung im Gesundheitswesen verunsichert wurde. Und ich überlasse es Ihnen, verehrte Bürgerinnen und Bürger, zu urteilen, ob dies nicht auch einem parteipolitischen Kalkül entspricht, das auf Ihrem Rücken ausgetragen wird. Sehen Sie hier nun das Objekt vieler Begierden. Cannabis, die Hanfpflanze. Cannabis, Sativa. Ja, es ist legal, dass ich die da herstellen darf. Durchaus. Keine Angst. Seit Jahrhunderten wird diese Hanfpflanze zum Herstellen von Seilen, von Papier, von Textilien verwendet. Und sie hat aber auch mehr als 100 verschiedene Inhaltsstoffe. Die einen sind psychoaktiv, das ist THC, die anderen sehr wenig psychoaktiv, da nicht ganz rein extrahierbar. Das ist Cannabidiol. Und diese beiden Stoffe werden zu Medikamenten verarbeitet, zu Medikamenten, die in Österreich zugelassen und erhältlich sind. Und damit kommen wir zur ersten wichtigen Frage. Sind Medikamente, die Cannabinoide, also Inhaltsstoffe dieser Cannabispflanze enthalten, in Österreich erhältlich? Und die Antwort darauf, ja, in der Apotheke unter Verschreibung des Arztes mit einem Rezept. Er kann es verschreiben als Tabletten, er kann es verschreiben als Tropfen, er kann es auch in einzelne Bestandteile und auf einem Rezept individuell für den Patienten verschreiben. Es ist eine Liberalisierung für medizinische Zwecke nicht notwendig, denn diese Medikamente sind erhältlich. Die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was haben diese Medikamente gegenüber anderen bereits auch im Gebrauch befindlichen Medikamenten für Vorteile? Und dazu gab es auf Initiative der Ministerin, die uns einen Bericht darüber geliefert hat, eine Stellungnahme des obersten Sanitätsrats, der selbstverständlich nachzulesen ist und selbstverständlich dem Bericht beigefügt wurde. Und was ist dieser oberste Sanitätsrat für Gremium? Da ist drinnen die Ärztekammer, die Apothekerkammer, da ist drinnen aber auch die Arges, die diese Hanfpflanze als einzig in Österreich anbauen darf mit einem bestimmten THC-Gehalt, der nicht schädlich ist. Und da ist drinnen auch die Gesellschaft für Anästhesie. Und was haben denn die jetzt dazu gesagt? Brauchen wir dieses Medikament? Brauchen wir Cannabinoide? Ja oder nein? Die Antwort war folgende. Die Medikamente für Schmerztherapie, zur Appetitsteigerung oder zur Unterdrückung von Übelkeit und Brechreiz oder bei ausgeprägter Spastik sind dann gerechtfertigt, wenn mit den anderen Medikamenten, die derzeit am Markt sind, nicht das Auslangen gefunden wird oder wenn sie einen Effekt haben, der besser ist als die Medikamente, die wir derzeit am Markt haben. Das heißt, kein Patient bekommt dieses Medikament nicht, wenn er es braucht. Damit ist die Frage ganz klar bejaht, dass es klar ist, wann diese Medikamente eingesetzt werden. Natürlich gibt es noch immer klinische Forschung in diesem Bereich, weil es notwendig ist, noch eine bessere Evidenzlage zu finden. Und für Cannabidiol, also das nicht berauschende Anteil dieser Pflanze, ist momentan keine Empfehlung abgegeben worden. Man setzt es aber ein, eventuell bei der Epilepsie bei Kindern, wenn dort nichts mehr hilft. Und wir sind damit ganz auf gleicher Linie mit dem Deutschen Bundestag, der letzte Woche beschlossen hat, dass es hier die Genehmigungspflicht, die die linke Fraktion dort beantragt hat, vorher nicht abgeschafft wird, dass diese Genehmigungspflicht für diese Medikamente auch in Deutschland bleibt. Und so kommen wir zur dritten Frage. Und die ist es, ist dieses Medikament für alle in Österreich gleich verfügbar? Kann jeder in Österreich das zu gleichen Bedingungen nehmen? Daran arbeiten wir. Es gibt einen Antrag von uns, dass wir evaluieren, zu welchen Bedingungen in den verschiedenen Bundesländern Cannabinoide und Cannabinoid-hältige Arzneimittel zur Verfügung stehen, wie man an sie herankommt. Und nach der Fertigstellung dieses Berichtes wird dies in ganz Österreich in gleicher Weise erhältlich sein. Meine Damen und Herren, hören wir bitte mit einem auf, was mir hier in der Politik ständig entgegenschlägt, mit den maßlosen Übertreibungen und mit dem unlauteren Spiel verzerrter Emotionen. Wir sind dafür, dass auf einer guten Beweislage, im Rahmen einer guten Evidenz, die Cannabinoid-hältigen Medikamente in Österreich allen Patienten zur gleichen Bedingungen zur Verfügung stehen, wenn sie sie brauchen. Sagt Gesundheitssprecherin der FPÖ, Brigitte Povicil. Es seien bereits Cannabinoid-haltige Medikamente in der Apotheke erhältlich, deshalb sei eine Liberalisierung nicht notwendig. An den Bedingungen müsse noch gearbeitet werden. Am Wort der Gesundheitssprecher, Daniels Gerald Lorca. An den anderen Fragen, so arbeitet das Ministerium auch in diesem Bericht, leider weitgehend Fakten befreit. Was uns da hervorgelegt wurde, ist meines Erachtens eine Zumutung. Anstatt nämlich auf die medizinischen Einsatzmöglichkeiten von Cannabis einzugehen, kann man die politische Auftragsarbeit auf jeder Seite förmlich herauslesen. So wird zum Beispiel eingegangen auf das Abhängigkeitspotenzial des Wirkstoffs THC im Cannabis und zwar im selben Absatz, in dem auf Opiatabhängigkeit eingegangen wird. Dass sich das völlig unterscheidet, ist jedem Fachmann klar, aber das wird sicherheitshalber in einem Absatz verwurschtet. Und so wischt der Bericht auch die Wirkstoffe THC und CBD mehrfach in einem auf. An einer anderen Stelle dann wieder nicht, da ist der Bericht in sich nicht schlüssig, weil auf einer Seite ausgewiesen wird, dass CBD, also Cannabidiol, erstens kein Suchtgift ist und zweitens nicht rezeptpflichtig ist. Und damit setzt aber der Bericht wieder den CBD-Erlass der Ministerin aus dem Dezember ins Unrecht, wo ja quasi ein CBD-Totalverbot für den Handel erlassen wurde. Dieser Erlass ist ja auch ein Willkürakt reinster Sorte und faktisch nicht haltbar. Eigentlich hätte es aber in diesem Bericht gehen sollen um den Einsatz von Blüten bei medizinischer Verwendung von Cannabis. Diesem Thema sind nur zwei Seiten gewidmet und die ohne jede Quellenangabe. Da kann man überhaupt nichts nachlesen, wo das herkommt, was da behauptet wird. Wenn der Bericht davon spricht, dass es keine Evidenz in Bezug auf den Einsatz von Blüten in der Medizin gäbe, dann wäre auch darauf einzugehen gewesen, dass die in den Niederlanden und in Deutschland sehr wohl zum Einsatz kommen und dass die deutschen Kassen das ohne Evidenz machen, bin ich nicht so ohne weiteres bereit zu glauben. Warum das Ministerium derart Angst hat vor Fakten und vor Evidenz, verstehe ich nicht. Es kann ja durchaus herauskommen, dass es, dass die medizinische Evidenz es nicht hergibt, Cannabis und Cannabisblüten einzusetzen, soll mir auch recht sein. Aber ich will diese Politik der Fakten befreiten, Willkür nicht haben. Der Bericht seine Zumutung, es werde nicht auf die medizinischen Einsatzmöglichkeiten eingegangen, kritisiert Gerald Lorca, Neos Gesundheitssprecher. Im Wort Gabriela Schwarz von der ÖVP, sie setzt die Reihe der Gesundheitssprecher fort. Herzlich willkommen heißen, schön, dass Sie da sind. Eines meiner wichtigen Anliegen als Gesundheitssprecherin ist, dass alle Patientinnen und Patienten in Österreich die Medikamente bekommen, die sie tatsächlich brauchen. Das betrifft insbesondere selbstverständlich auch die von dir, Gerald, angesprochenen Schmerzpatienten, Gesundheitspatienten, Onkologiepatienten, vor allem diejenigen Menschen, die sich am letzten Stück ihres Lebensweges befinden. Wir haben ja letztes Jahr im Plenum im Dezember noch eine Klarstellung getroffen über den ärztlichen Beistand für Sterbende auf Anregung des Palliativ- und Hospizforums. Und ich erachte das für wirklich wichtig. Denn da geht es darum, Menschen, die sich am Ende ihres Lebens befinden, möglichst schmerzfrei, wenn nicht sogar schmerzlos zu begleiten. Und das werden alle, die das tun, egal ob das Hospizmitarbeiterinnen sind, die Ärzte schafft, Ehrenamtliche werden Ihnen bestätigen, wie wichtig das am Ende des Lebens ist. Und da geht es selbstverständlich auch um cannabinoidhaltige Arzneimittel. Wir haben in Österreich zurzeit 40.000 Verschreibungen pro Jahr, aber nicht überall nach den gleichen Bewilligungsvorgängen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel in Kärnten ein Medikament bewilligt bekommen, heißt das nicht automatisch, dass das auch in Wien genehmigt wird. Dagegen bin ich, weil ich finde das ungerecht und nicht in Ordnung. Und deshalb war einfach unsere Bitte an die Frau Ministerin, bei einer sachlichen Diskussion zu bleiben. Denn cannabinoidhaltige Arzneimittel müssen genauso wie alle anderen Arzneimittel einen Bewilligungsvorgang durchlaufen, müssen eingereicht werden, klinische Studien müssen erbracht werden, erst dann zugelassen werden. Aber unser Anliegen ist es, da wirklich evidenzbasiert mit allen Beteiligten zur Reden, und eine einhellige Vorgangsweise bei der Diagnose, bei der Bewilligung und bei der Verschreibung zu erzielen. Das wäre unser Anliegen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Als nächstes am Wort die Frau Abgeordnete Holzinger-Fogtenhuber. Nächste Rednerin Daniela Holzinger-Fogtenhuber von der Liste jetzt. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen, sehr verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger. Dass wir heute hier die Möglichkeit haben, im Plenum des Nationalrates diesen Bericht zu diskutieren, Fuß darauf, dass wir im Gesundheitsausschuss, im letzten Gesundheitsausschuss den Antrag gestellt haben und das Verlangen eingebracht haben, auf Nicht-Enterledigung. Wir wollen, dass die aktuelle Situation breit in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Warum? Nicht, weil der Bericht so gut wäre, nicht, weil der Bericht so richtungsweisend wäre. Nein, weil der Bericht zentrale wissenschaftliche Evidenz verschweigt. Das ist der einzige Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen, dass hier im Sinne der vielen tausenden Patientinnen eine öffentliche Diskussion stattfindet, damit jeder hört, wie es um die aktuelle Situation hier in der Gesundheitspolitik in diesem Land auch steht. Und ich möchte es auch begründen, warum wir die Einschätzung teilen, wie auch Kollege Lorca bereits erwähnt hat, dass es jeglicher wissenschaftlicher Evidenz entbehrt, was uns hier im Gesundheitsausschuss vorgelegt worden ist. In saloppen elf Seiten wurde zusammengetragen, was Meinungen verschiedener Seiten sind, ohne jegliche Quellenangaben, ohne Zitate internationaler Studien einzubeziehen und Behauptungen in den Raum gestellt. Es wurden auf der einen Seite Behauptungen aufgestellt, wie wir glauben, dass die Kosten für das Naturprodukt zu hoch sein, aber dem Hauptverband liegen keine Daten darüber vor. Und, 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 genau in diesem Tenor zieht sich der gesamte Bericht. Und das ist meiner Meinung nach unhaltbar. Wir haben einen einstimmigen Beschluss. Ich kann nicht verstehen, warum die Regierungsfraktionen mit dem Bericht einverstanden sind, weil es ja nicht einmal den Beschluss, den einstimmigen Beschluss des Nationalrates umsetzt. Wir haben beschlossen, dass die Stellungnahmen, die eingeholt worden sind, im Zuge der Ausschussbegutachtung einbezogen werden. So, wo ist die Stellungnahme der Apothekerkammer, die sich für Cannabis zu medizinischen Zwecken in Apotheken ausspricht? Wo ist die Stellungnahme der Stadt Wien? Die Stellungnahme der Tiroler Landesregierung? Allesamt positiv und was eine Liberalisierung im medizinischen Bereich betrifft. Wo ist die Stellungnahme der Präsidentin des Schmerzverbandes? Wo ist die Stimme der 1,8 Millionen Schmerzpatientinnen und Patienten in diesem Bericht? Einfach wiederum ignoriert, weil es nicht in die Ideologie der aktuellen Bundesregierung passt. Es werden stattdessen ideologische Stehsätze in den Bericht mit eingenommen. Es werden Stehsätze einbezogen, die den aktuellen Stand der internationalen Forschung überhaupt nicht mit einbeziehen. Und Frau Ministerin, jetzt mögen Sie mir als Oppositionspolitikerin vielleicht keinen Glauben schenken, was die aktuelle wissenschaftliche Basis betrifft. Aber vertrauen Sie, Frau Ministerin, vertrauen Sie wenigstens der Weltgesundheitsorganisation? Die Weltgesundheitsorganisation hat in den letzten Tagen eine aktuelle Empfehlung herausgegeben. Und zwar, und das möchte ich zitieren, sie will die Restriktionen gegen Cannabis für medizinische und wissenschaftliche Zwecke lockern und die Einstufung als zu wenig wirksam in der Medizin fallen lassen. Das sagt die WHO, das sagt die Weltgesundheitsorganisation. Und jetzt muss der oberste Sanitätsrat Ihnen das nicht mitteilen. Ich wäre natürlich, ich würde das schon hinterfragen, warum der oberste Sanitätsrat das mir als Ministerin nicht mitteilt. Oder warum es vielleicht gezielt verschwiegen wird. Aber sich wissenschaftliche Erkenntnisse zuzuführen und anzueignen und diese in Berichtsform niederzuschreiben, das wäre der Auftrag an das Ministerium gewesen. Und auch wenn er die WHO nicht anruft und nachfragt, wie es um die aktuelle Situation aussieht, so wäre es doch möglich gewesen, dass der oberste Sanitätsrat sehr wohl sich auf die Empfehlungen stützt. Nämlich, die WHO schreibt in ihrer Stellungnahme, die aktuelle Empfehlung, Cannabis in der Medizin zuzulassen und die bisherigen Restriktionen zu lockern, stützen sich auf neue Studienergebnisse zum medizinischen Nutzen verschiedener Cannabinoide. Die bisherige Einstufung sei laut WHO nicht mehr medizinisch haltbar. Und das schreibt sie an den UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Also ich bitte Sie, überdenken Sie diese Haltung, die Sie hier einnehmen, aufgrund eines Berichts, der wissenschaftlich keinerlei Evidenz beinhaltet. Und genau aus diesem Grund möchte ich hier auch gemeinsam mit den anderen Oppositionsfraktionen einen Antrag einbringen. Nämlich, ich möchte, dass dieses wichtige und zentrale Thema im Sinne der tausenden Schmerzpatienten in diesem Land, im Sinne von vieler Patientinnen, Kollegin Poblsch, Sie haben gesagt, es gibt ja eh Medikamente, die am Markt sind und die wirken. Ja, aber die müssen erst einmal verschrieben werden. Und dann müssen sich diese vielen tausenden Schmerzpatienten diese Medikamente erst einmal leisten können. Das sind Kosten von 600 bis 800 Euro im Monat. Das ist untragbar. Und es kann mir niemand erklären, dass das Naturprodukt teurer wäre als ein durch einen Pharmakonzern hergestelltes medizinisches Produkt, der noch dazu seine Gewinnabsichten zu bedienen hat. Deshalb bringen wir den Entschließungsantrag der Abgeordneten Daniela Holzinger-Fogtenhuber, Gerald Lorca, Philipp Kucher und Freundinnen ein. Der Nationalrat wolle beschließen, das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz wird ersucht, das Ludwig Boltzmann-Institut für Health Technology Assessment mit einem Evaluierungsbericht über den Stand der internationalen Forschung zur Wirksamkeit von Cannabis in der Medizin, Klammermedizinalhanf, zu beauftragen. Dabei soll ausdrücklich die Wirksamkeit synthetischer und natürlicher Produkte, Klammerblüten, im Lichte internationaler Studien dargestellt werden. Dieser Bericht ist bis September 2019 dem Nationalrat vorzulegen. Ich finde, jeder hat eine zweite Chance verdient. Und ganz im Sinne der vielen Schmerzpatientinnen und Patienten in diesem Land bitte ich Sie auch dementsprechend um Unterstützung. Vielen Dank. Dem Bericht fehle wissenschaftliche Evidenz kritisiert Daniela Holzinger-Fogtenhuber, Gesundheitssprecherin der Liste jetzt. Der aktuelle Stand der Forschung werde hier nicht einbezogen. Brigitte Povicil mit einer tatsächlichen Berichtigung. Danke, Frau Präsidentin. Die Frau Abgeordnete Holzinger hat behauptet, dass es zu den Studien keine Quellennachweise gebe. Das ist unrichtig. Ich darf Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass der Rektor der Medizinischen Universität und der Präsident des obersten Sanitätsrates in seinem Vortrag und in seiner Auskunft gegenüber dem Gesundheitsausschuss bemerkt hat, dass sämtliche Quellennachweise vorhanden sind und natürlich auch bei ihm einsehbar sind im Rahmen seiner Funktion als oberster Sanitätsrat. Als nächstes am Wort ist der Herr Abgeordnete Kaniak. Bitte schön, Herr Abgeordnete. Gerhard Kaniak von den Freiheitlichen ist der nächste Redner. Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Frau Ministerin, hohes Haus. Die Opposition hat in der jetzigen Debatte wieder einmal gezeigt, dass es bei der Liberalisierung von Cannabis zu medizinischen Zwecken offensichtlich mehr um eine Legalisierung von Cannabis-Blüten geht, als um eine tatsächlich medizinische Anwendung. Denn wenn behauptet wird, es gibt keine legale Anwendungsmöglichkeit von Cannabis-Produkten in der Medizin, dann möchte ich darauf hinweisen, dass wir in Österreich Vorreiter waren und seit dem Jahr 2000 bereits ein Cannabinoid-hältiges Arzneimittel in Verwendung haben, 14 Jahre bevor das in Deutschland überhaupt möglich war. So viel zu dem Thema, dass in Österreich da Restriktionen und eine politische Aversion dagegen wäre, in der Medizin Cannabinoide einzusetzen. Und auch wenn jetzt von der Kollegin Holzinger-Fogtenhuber und vom Herrn Kollegen Loracker die WHO-Empfehlungen zitiert worden sind, auch dort ist ganz klar angeführt worden, dass es um Restriktionen gegen Cannabinoide in der medizinischen Therapie geht. Und genau diese Restriktionen haben wir in Österreich, wie gesagt, ja gar nicht vorhanden. Es ist halt einfach ein komplexes Thema, das man pharmakologisch und medizinisch beleuchten muss. Und in der Medizin und auch in der Sozialversicherung, wenn es um Kostenersatz geht, dann hat das Thema Evidenz, die Wirksamkeit und Effektivität von Therapien einfach eine ganz große und zentrale Rolle. Und ein Arzneimittel, das in Österreich für Therapien zugelassen und auch von den Sozialversicherungen Kosten übernommen werden soll, das muss man gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen. Es muss sicher in der Anwendung sein, es muss eine exakte Dosierung ermöglichen und es muss eine vorhersehbare, nachweisbare Wirkung haben. Und das haben die Experten im Gesundheitsausschuss und auch bei dem Hearing klargemacht, dass das für die Cannabisblüten nur sehr, sehr schwach belegt ist. Und ich möchte Ihnen das als Beispiel mal plastisch verwirklichen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu Ihrem Hausarzt und er verordnet Ihnen ein Blutdruckmittel. Sie nehmen das Rezept, gehen damit in die Apotheke und bekommen zur Überraschung vom Apotheker ein Säckchen mit einem weißen Pulver drinnen. Sie sollen eine Messerspitze pro Tag nehmen. Jetzt wissen Sie aber nicht, haben Sie in dieser Messerspitze, weil die Messer ist vielleicht unterschiedlich groß, 10 Milligramm, 20 Milligramm, 50 Milligramm vom Wirkstoff drinnen. Sie können das schlucken, Sie können das inhalieren, Sie können das vielleicht als Tee trinken und je nachdem, wie Sie es nehmen, haben Sie vielleicht eine schnelle, starke Wirkung, vielleicht aber auch eine langsam einsetzende, viel schwächere Wirkung. Glauben Sie tatsächlich, dass dies der Mehrzahl der Patienten eine Hilfe und eine korrekte Anwendung der Therapie ermöglicht? Oder ist es nicht doch vielleicht geschickter? Sie haben eine kleine weiße Tablette, die beschriftet ist mit 20 Milligramm, wo Sie wissen, wenn Sie die nehmen, haben Sie in 10 Minuten Ihre verlässliche Wirkung. Ich glaube, wir haben einen sehr richtigen und nachvollziehbaren Weg gewählt, wie Cannabinoide in die medizinische Therapie Einzug erhalten können. Wenn die Datenlage es anders ergibt, wenn es klare medizinische Vorteile auch für eine inhalative Anwendung von Cannabisblüten geben wird, dann wird diese Therapie auch Eingang in die medizinische Anwendung in Österreich finden. Das Problem, das wir tatsächlich haben und warum wir diese Diskussion aus meiner Sicht überhaupt führen, ist, dass wir, obwohl THC in der medizinischen Therapie schon seit 19 Jahren verfügbar ist, dass wir es in diesen 19 Jahren nicht geschafft haben, aufgrund der Zersplitterung in unserem Gesundheitssystem, dass wir zu einer einheitlichen Verordnungspraxis und zu einer einheitlichen Kostenübernahmepraxis bei den Krankenversicherungen gekommen sind. Das ist ein Versäumnis der Vergangenheit. Die jetzige Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt im Gesundheitsbereich, innovative und wirksame Therapien rasch allen betroffenen Patienten zur Verfügung zu stellen. Und der Weg, den wir im Bereich der Cannabinoide einschlagen werden, ist der Entschließungsantrag, der auch im Gesundheitsausschuss eingebracht wurde, der die Heilmittelerstattungskommission und die Krankenversicherungsträger in die Pflicht nimmt, hier eine einheitliche Regelung herbeizuführen. Wir werden die Ungleichheiten und die Unsicherheiten bei der Verordnung und der Kostenübernahme von Cannabinoid-hältigen Arzneimitteln beseitigen und diese Therapie all jenen Patienten zugänglich machen, die sie auch tatsächlich benötigen. Vielen Dank. Sagt Gerhard Kaniak von der FPÖ, er ist im Zivilberuf Apotheker. Maurice Androsch von der SPÖ mit einer tatsächlichen Berichtigung. Herzlichen Dank Frau Präsidentin, ich berichtige tatsächlich zu der Rede von der Frau Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses des Powisil zu dem Thema der Stellungnahme des Obersten Sanitätsrates. Diese liegt diesem Bericht nicht vor und es gibt auch keine Quellenachweise darin. Danke. Das Wort hat jetzt Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein, FPÖ. Ich möchte so eingebegleitend sagen, dass mir als Gesundheitsministerin die bestmögliche medizinische Versorgungssicherheit der Österreicherinnen und Österreicher im Zusammenhang mit Arzneimitteln und Lebensmitteln der obersten Ziele ist. Arzneimittel müssen ihre Wirkung aber auch nach ihren Nehmen- und Wechselwirkungen in umfangreichen Studien nachweisen und sie in einem strengen Zulassungsprozess durchlaufen. Der Bericht aus meiner Sicht basiert neben rechtlichen Ausführungen zum Einsatz von Cannabis in der Medizin ausschließlich auf Expertenmeinungen, die zu diesem Zweck eingeholt wurden. Und Sie dürfen mir glauben, ich habe hier sehr viele Expertengespräche geführt. Und der oberste Sanitätsrat, bitte, umfasst alle Fachgesellschaften, alle medizinischen Fachgesellschaften, Fachgesellschaften, die Schmerzgesellschaft und, und, und. Also es wurden alle Fachgesellschaften mit eingebunden und der Vorsitzende, der Rektor der Medizinischen Universität Wien, der Herr Professor Müller, ist als Pharmakologe, das ist auch noch zu betonen, als Pharmakologe, also ist wirklich ein Top-Experte international in dem Bereich, ist Ihnen im Gesundheitsausschuss da Rede und Antwort gestanden. Und er ist natürlich gewohnt, mit Evidenzen, Studien und Forschung umzugehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war sehr erschüttert über die Diskussion in diesem Ausschuss, wie man den Herrn Professor, der wirklich so ein Experte ist, hier abqualifiziert hat. Ich weise schärfstens zurück, wie Sie hier mir unterstellen, dass ich politische Intentionen hier gemacht habe und entsprechende Vorgaben für den obersten Sanitätsrat. Mir ist die Evidenz und die Wissenschaft oberste Priorität und hier auch natürlich einen entsprechenden Überblick über die Einsatzmöglichkeiten von Cannabinoiden in der Medizin zu schaffen. Weiters wurden auch in dem Bericht die organisatorischen Rahmenbedingungen zum Einsatz von Cannaboid-hältigen Arzneimittel und Cannabisblüten zusammengefasst. Und diese beruht allein auf die Stellungnahme und eine umfassende Stellungnahme von Universitätsprofessor Dr. Dr. Gress. Die Zusammenfassung der Expertenmeinungen ist zu entnehmen, dass Änderungen in diesem Bereich ausschließlich basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen getroffen wurden. Und auch die WHO, Frau Kollegin Holzinger-Voggenober, sagt, bitte hören Sie vielleicht zu, Frau Kollegin Holzinger, sagt bitte nicht, dass wir Cannabisblüten verwenden sollen. Das sagt die WHO nicht. Sie sagt nur, dass wir auch forschen sollen und entsprechend also hier das kontrollieren. Und genau diese Tatsache wurde auch in den vergangenen Wochen am Donnerstag interessanterweise im Gesundheitsausschuss im Deutschen Bundestag bestätigt. Der Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen wurden deshalb auch nicht gestrichen. Ich zitiere aus der Stellungnahme der Deutschen Bundesärztekammer, da es sich bei den Cannabisblüten und Extrakten um Arzneimittel handelt und für die keine ausreichende wissenschaftliche Evidenz vorliegt, ist es gerechtfertigt, die Verordnung, ein Genehmigungsverfahren voranzustellen. Weiters betonen die Sachverständigen für die deutsche Gesellschaft, wenn sie schon unsere eigenen nicht glauben, dass der Gebrauch von Medizinalcannabis eine besondere Erfahrung in der Diagnostik und der Indikation für Cannabinoide in ihrer Anwendung, sprich Applikationsweg, Dauer, Ausschlussdiagnosen und Nebenwirkungen voraussetzt. Der Missbrauch von Suchtgiftmitteln stellt eine große Gefahr dar. Das Suchtpotenzial und der Missbrauch wurde auch in einer rezenten Untersuchung der AGEIS, auch die Frau Prof. Virtoma-Hoche ist Ihnen also im Ausschuss als Auskunftsperson zur Verfügung gestanden, bei der sich um keinen Medizinalhanf handelt, ganz klar aufgezeigt. Die Erkenntnisse sind aus Sicherheitsgründen für mich als Gesundheitsministerin bedenklich. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit wurde durch mein Ministerium am 16. November 2018 beauftragt, Hanfautomaten und Verkaufsstellen in möglichst breitem Ausmaß und flächendeckend in Österreich zu beproben und die bei den Kontrollen bzw. Analyse-Tätigkeiten vorgefindene Ergebnisse zu übermitteln. Und, meine Damen und Herren, das Ergebnis war erschütternd. Die Beanstandungsrate war nämlich 100 Prozent. Das heißt, von 46 Proben waren 45 zu beanstanden. Wir haben natürlich diesbezüglich sofort Anzeige bei der Staatsanwaltschaft hier bzw. bei den Bezirksverwaltungsbehörden gemacht. Gleichzeitig, also die Verschreibung von Cannabis-hältigen magistralen Arzneimitteln ist eine Steigerung von 2016 auf 2018 um 10 Millionen Euro bekommen. Das ist die Mitteilung also von der Sozialversicherung. Aber mir ist auch eine sehr, sehr wichtig. Sie kennen vielleicht also einen der Top-Suchtexperten von Österreich, Universitätsprofessor Dr. Musalek. Und ich habe natürlich auch Gespräche mit ihm geführt. Und ich darf ihn, ich soll hier auch hier zitieren, es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich bei der Cannabis um ein Suchtmittel handelt. Und es gilt, dass je leichter ein Suchtmittel erhältlich ist, desto öfter wird dieses genommen. Und dieses führt wiederum zu Suchterkrankungen. Und auf meine Frage betreffend Gefahren und Risiken, die sich aus dem Einsatz von Cannabisblüten ergeben könnten, meinte er, und ich zitiere, es besteht die Gefahr, dass man dabei einen Hype auslöst, der zu einer Einsatz- und Dosissteigerung führen kann, die in eine vermehrte Abhängigkeit führen könnte. Das heißt, sämtliche Suchtmechanismen und Abhängigkeiten müssen dargelegt werden. Nicht umsonst steht Cannabis auf der Liste der illegalen Drogen. Der Einsatz von Arzneimitteln gehört daher kontrolliert eingesetzt. Bei der Zulassung werden die seitens des Antragsteller vorgelegten Unterlagen in Hinblick auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit geprüft, nach EU-weit geltenden Regelungen. Ein Arzneimittel wird nur dann mit einer Studiendaten belegten Indikation zugelassen, wenn das vorliegende Nutzen-Risikoprofil im Verhältnis angemessen ist und der Nutzen das Risiko übertrifft. Solange daher keine medizinisch-wissenschaftlichen ausreichende Evidenzlage vorhanden ist, kann den strengen Richtlinien der Arzneimittelzulassung nicht entsprochen werden. Medizinisch-wissenschaftlich fundierte Expertisen und eine ausreichende Evidenzlage im Sinne der Patientensicherheit stehen für mich im Vordergrund. Alles andere, meine Damen und Herren, sind Experimente, auf die ich mich als Gesundheitsministerin nicht einlasse. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet, somit schließe ich die Debatte, wünscht die Frau Berichterstatterin das Schlusswort. Das ist nicht der Fall, somit kommen wir zur Abstimmung. Zunächst lasse ich über den Antrag des Gesundheitsausschusses abstimmen, den vorherliegenden Bericht Römisch 3, 233 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Und ich bitte jene Damen und Herren, die ihn zur Kenntnis nehmen, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Mehrheit und somit angenommen. Weiters kommen wir zur Abstimmung über den Ausschussbericht 538 der Beilagen, angeschlossene Entschließung betreffend Liberalisierung von Cannabis zu medizinischen Zwecken. Und ich bitte jene Damen und Herren, die hierfür eintreten, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist mit Mehrheit angenommen. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Holzinger-Fockenhuber, Kolleginnen und Kollegen, betreffend unabhängiger Bericht zum Stand der internationalen Forschung über die Wirksamkeit von Cannabis in der Medizin. Und ich bitte nun jene Damen und Herren, die hierfür eintreten, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Minderheit und nicht angenommen. Wir kommen nun zum siebten Tagesordnungspunkt. Das ist der Bericht des Gesundheitsausschusses über die Regierungsvorlage 503 der Beilagen. Auch bei dem nächsten Tagesordnungspunkt geht es um den Gesundheitsbereich. Da die generelle Verpflichtung der Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur den Arbeitsaufwand für elektronische Rezepte erhöhen und zu zusätzlichen Kosten führen würde, wird eine Ausnahme für jene Fälle vorgesehen, denen ein für gesundheitsdatensicheres Netz verwendet wird. Am Wort FPÖ-Gesundheitssprecherin Brigitte Povicil. Bei allen Digitalisierungsnovellierungen im Sinne des erleichterten Zugangs zum Gesundheitssystems muss eines ganz klar sein. Und das ist mir als Ärztin besonders wichtig. Im Hintergrund muss immer ein Arzt-Patienten-Verhältnis und immer ein Arzt-Patienten-Kontakt gegeben sein. Wir wollen nicht den digitalen Mediziner und wir wollen auch nicht die Anonymisierung des völlig unersetzlichen Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patienten. Nun gibt es bereits jetzt im Rezeptpflichtgesetz die Möglichkeit der elektronischen Signatur. Die ist noch ein bisschen kompliziert und wir wollen diese, die Frau Ministerin möchte, diese auch vereinfachen. Durch die Nutzung der bestehenden Infrastruktur wie dem Gesundheitsinformationsnetzes, das auch ein Teil der E-Card-Infrastruktur ist, besteht keine Mehraufwendung und es besteht auch die gebotene Sicherheit dieses Netzwerkes. Das E-Rezept ist damit fälschungssicher. Es kann nicht kopiert und auch nicht mehrmals eingelöst werden. Es ergibt sofort eine Information über die Anzahl der eingehobenen Rezeptgebühren, die tagesaktuell an den Krankenversicherungsträger weiter gemeldet wird. Es gibt keinen Missbrauch, es gibt kein Verlorengen und insgesamt dient damit diese Novelle auch zu einem, was wir ja ständig versuchen, was ein wichtiger Schritt für uns ist, nämlich ein weiterer Rückschritt in der massiven Bürokratie, die dieses Gesundheitssystem hat. Aber natürlich kann der Patient nach wie vor ganz einfach zum Arzt gehen, mit ihm ein Gespräch führen, das Rezept einlösen, in die Apotheke gehen und sich sein Medikament persönlich holen. Die elektronische Signatur werde vereinfacht, sagt Brigitte Povicil, FPÖ-Gesundheitssprecherin. Das elektronische Rezept sei damit fälschungssicher. Nächste Rednerin ist Gabriele Heinisch-Hossek von der SPÖ. Es geht um Digitalisierung, sodass Ärztinnen, Ärzte, Patientinnen, Patienten hier auch Erleichterung haben. Da sind wir natürlich dabei und ich glaube, dass wir dann gleich im Anschluss auch Einstimmigkeit herbeiführen werden, was die Ausstellung elektronischer Rezepte anlangt. Das ist ganz klar. Aber diese Vorteile, die das schafft, das wird für manche Menschen dann doch nicht so zum Vorteil sein, denn wenn wir uns den Vormittag kurz noch einmal vor Augen führen und die Besucherinnen und Besucher werden nicht seit 9 Uhr früh schon hier sitzen und vielleicht auch einige Fernsehzuseherinnen und Fernsehzuseher, die erst jetzt dazu geschaltet haben. Frau Ministerin, gestatten Sie mir, dass ich das hier an dieser Stelle noch einmal sage. Ich habe wirklich noch nie erlebt, dass Sie so eine menschenverachtende Rede gehalten haben wie heute in der Früh. Und ich darf Ihnen noch einmal sagen, und das meine ich ganz ernst, ohne Zynismus, wenn wir über 300.000 Menschen in diesem Land haben, die bedarfsorientierte Mindestsicherung brauchen, 86 davon sind arbeitslos, da ist es klar, aber 220.000 Leute, die behindert sind oder nicht genug Stunden zusammenbringen und dann aufstocken müssen. Die andere Beeinträchtigungen haben, die Krankheiten haben, die in Pension sind, die dann pauschal vom Herrn Guttenus als Sozialmissbraucher hier titulieren zu lassen. Ich glaube, das hat sich niemand in diesem Land verdient, dass er oder sie so bezeichnet wird und dass sie wirklich versuchen, die Gesellschaft in verschiedene Klassen zu spalten, in die, die überhaupt sich nicht verdient haben, dass sich Sozialhilfe erhalten und in die anderen, die das sehr wohl verdient haben. Und ich glaube, dass die Rezepte, und ich komme noch einmal zum Thema zurück, dass sich Menschen hier vielfach zum Arzt, zur Ärztin begeben müssen, weil da psychische Druck steigen wird, weil psychische Erkrankungen steigen werden und weil hier wirklich auch der Satz Armut macht krank Wirklichkeit werden wird, weil sie die Politik machen, die sie machen. Und ich denke noch einmal an die vielen Kinder, an die Kinderarmut, die dadurch entstehen wird. Ich denke an die Nichtteilnahme so vieler Kinder in diesem Land, die es nicht schaffen werden, hier dem normalen Leben zu folgen, dem Schulleben zu folgen, in den Ferien, über Ferien zu haben. Sie spalten die Gesellschaft absichtlich und ich finde das wirklich, wirklich bedauerlich, dass sie diese Einschnitte im untersten sozialen Netz so betreiben, wie ich sie in meiner jetzt 20-jährigen Laufbahn hier noch nicht erlebt habe. Gabriele Heinisch-Frossek von der SPÖ nimmt Bezug auf die Mindestsicherung neu. Die Gesellschaft werde dadurch gespalten. Danke Frau Präsidentin. Johann Gotenus von der FPÖ hat das Wort. Ich hätte in meiner Rede zur Aktuellen Stunde Sozialhilfeempfänger in Wien pauschal als Sozialmissbraucher bezeichnet. Das ist nicht richtig. Vielmehr wahr ist, ich habe gesagt, dass die Sozialhilfe, das System in Wien unter der rot-grünen Staatsregierung strukturell leidet unter einem Sozialmissbrauch, der von der rot-grünen Staatsregierung durchgeführt wird. Nicht mehr und nicht weniger. Danke sehr. Am Wort ist der Herr Abgeordnete Singer. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Nächster Redner ist Johann Singer von der ÖVP. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie und vor den Bildschirmen. Frau Kollegin Heinisch-Frossek, ich kann in keiner Weise Ihre Stellungnahme, die Sie jetzt abgegeben haben, nachvollziehen. Ich möchte aber, ohne das weiter auszuführen, zurückkommen auf den Tagesordnungspunkt, den wir jetzt zur Behandlung haben. Sehr geehrte Damen und Herren, in aller Munde ist der Einsatz elektronischer Verwaltungsmethoden und Verwaltungsabläufe zu vereinfachen. Mit der Abänderung des Rezeptpflichtgesetzes wollen wir genau einen Schritt in diese Richtung machen. Im Gesundheitsbereich ist die Ausstellung, Einlösung und Verrechnung von Rezepten für Arzneimittel wesentlich. Viele Menschen sind sehr häufig damit konfrontiert, natürlich insbesondere die Ärztinnen und Ärzte. Warum geht es? Es geht um die elektronische Gestaltung von Rezepten, es geht darum, Verwaltungsabläufe weitgehend ohne papierschriftlichen Unterlagen abzuwickeln und es geht darum, die elektronische Signatur der Rezepte so zu gestalten, dass es zu keiner Erhöhung des Arbeitsaufwandes, der verschreibenden, aber natürlich auch zu keinen zusätzlichen Kosten kommt. Und mitentscheidend, sehr geehrte Damen und Herren, ist natürlich die Frage der Sicherheit. Mit der nun vorgeschlagenen Änderung des Rezeptpflichtgesetzes wird dies alles erreicht. Danke, Frau Bundesministerin, für die Initiative und danke auch an alle Fraktionen, die die Zustimmung zu dieser Änderung signalisiert haben. Damit erleichtern wir die Arbeit von Medizinerinnen und Medizinern und halten uns an die im Regierungsprogramm verankerten Grundsätze, nämlich wir reduzieren den Verwaltungsaufwand, wir optimieren praktische Prozesse und wir entlasten die betroffenen Berufsgruppen. Und sehr geehrte Damen und Herren, im Zusammenhang mit den genannten Grundsätzen darf ich auch auf die Online-Plattform österreich.gv.at hinweisen. Damit können Bürgerinnen und Bürger ab sofort zeit- und ortsunabhängig auf Desktops oder mobilen Geräten Informationen abrufen und Amtswege erledigen. Mit diesem App, dem sogenannten Digitalen Amt, ist das gesamte digitale Informationsangebot des Bundes uneingeschränkt erreichbar. Gemeinsam mit der digitalen Signatur können auch viele Amtswege erledigt werden. Aktuell zum Beispiel die Beantragung einer Wahlkarte für die EU-Wahl im Mai, die Meldung einer neuen Wohnadresse, die Geburt eines Kindes und vieles mehr. Und das alles 24 Stunden am Tag. Danke an Frau Digitalministerin Margarete Schramböck. Damit hat Österreichs digitale Verwaltung ihre Spitzenstellung in der Welt gestärkt. Also, sehr geehrte Damen und Herren, laden Sie sich das App österreich.gv.at herunter. Ein Meilenstein in der österreichischen Verwaltung. Herzlichen Dank. Die Novelle des Rezeptpflichtgesetzes bringe eine Vereinfachung der Verwaltungsabläufe, betont Johann Singer von der ÖVP. Danke, Frau Präsidentin. Und der nächste Redner kommt von den Freiheitlichen, Gerhard Kanyak. Also, ich muss schon sagen, Frau Kollegin Heinisch-Hossäck, wie Sie es schaffen, aus einer Änderung des Rezeptpflichtgesetzes über die Mindestsicherung eine Spaltung der österreichischen Gesellschaft zu konstruieren, ist wirklich erstaunlicher. Und für mich ist er in keinster Weise nachvollziehbar, wo Sie da einen thematischen Zusammenhang finden. Aber kommen wir zum Thema. Wie mein Vorredner gesagt hat, schreitet in der öffentlichen Verwaltung die Digitalisierung voran. Und auch im Gesundheitswesen wollen wir uns dieser natürlich nicht verschließen. Bereits im Gesundheitsdelematikgesetz 2012 wurde die Basis für die E-Medikation gelegt. Und das aktuelle Rezeptpflichtgesetz sieht bereits die Möglichkeit einer qualifizierten elektronischen Signatur des Arztes vor. Neu soll jetzt werden mit dieser Gesetzesänderung, dass innerhalb eines gesicherten Gesundheitsnetzwerkes, das die Ärzte bereits jetzt ja verwenden, keine qualifizierte Signatur mehr für jede einzelne Verordnung, für jedes einzelne Rezept notwendig ist. Das führt in der Praxis zu einer deutlichen Ablaufvereinfachung für die Ärzte, ohne dass es dabei zu irgendeiner Sicherheitslücke kommt. Generell, und diesen Punkt sollten wir bei sehr vielen der neuen technologischen Möglichkeiten und Gesetze beachten, sollten wir darauf achten, dass wir nicht nur den Qualitätsstandard immer weiter nach oben lizenzieren, sondern dass wir auch überbordende Bürokratie verhindern. Unser Ziel muss es sein, Abläufe zu verbessern und mehr Sicherheit im System zu schaffen und mehr Effizienz zu schaffen, aber nicht die Arbeit zu verunmöglichen. Und ein persönliches Anliegen möchte ich an dieser Stelle auch noch rundtun. Dort, wo bei den Akteuren im Gesundheitswesen durch diesen zusätzlichen Aufwand ein zusätzlicher Aufwand entsteht für diese zusätzliche Sicherheit, das betrifft die Ärzte, aber auch die Apotheken, sollte dieser zusätzliche Aufwand auch angemessen abgegolten werden. Das betrifft nicht nur das elektronische Rezept, das zu mehr Sicherheit in der Datenübertragung und Lesbarkeit und damit auch zu mehr Sicherheit für die Patienten führen wird, sondern eben auch zum Beispiel die Umsetzung der Fälschungssicherheitsrichtlinie, die jetzt gerade stattgefunden hat, die einfach auch für die abgebenden Stellen einen deutlichen Mehraufwand bedeutet, der momentan noch nicht abgegolten wird. Denn nur wenn alle Akteure des Gesundheitswesens und der Vertriebsschiene eine angemessene Aufwandsentschädigung bekommen, kann man auch mit einer entsprechend breiten Unterstützung für die Umsetzung rechnen. Und erst damit kann ein rascher und erfolgreicher Übertritt in das digitale Zeitalter auch im Gesundheitswesen gewährleistet werden. Vielen Dank. Nachdem niemand mehr gemeldet ist, schließe ich die Debatte und frage den Herrn Berichterstatter, ob er das Schlusswort haben möchte. Das ist nicht der Fall. Somit gelangen wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 503 der Beilagen. Und ich ersuche jene Damen und Herren, die für diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig. Somit kommen wir auch gleich zur dritten Lesung. Und ich bitte jene Damen und Herren, die diesem Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist wiederum einstimmig. Und somit ist der Gesetzentwurf in dritter Lesung angenommen. Wir gelangen zum achten Punkt der Tagesordnung. Das ist der Bericht des Gesundheitsausschusses. Ein Antrag der Neos sieht vor, dass Wahlarztkosten zur Gänze mit den Kassen abgerechnet werden können, wenn der entsprechende Träger in angemessenem Zeitraum keine kassenärztliche Behandlung im Wohnbezirk gewährleisten kann. Erster Redner dazu, Gerald Lorca, Neos Gesundheitssprecher. Danke sehr, Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin Hohes Haus. Die Versorgung mit Kassenarztstellen geht durch die Medien jetzt schon seit vielen Monaten. Und besonders im ländlichen Raum kommt es immer wieder vor, dass man keinen Allgemeinmediziner findet für die Gemeinde, dass in ganzen Regionen keine Kinderärzte auf Kasse oder keine oder nur sehr wenige Frauenärzte auf Kasse verfügbar sind. Und wenn man sich das anschaut, dann hat seit 2006 die Zahl der Kassenvertragsärzte um drei Prozent abgenommen. Die Bevölkerung ist natürlich gewachsen. Zugenommen hat lediglich die Zahl der Wahlärzte, zu denen die Patienten gehen müssen, wenn sie eben keinen Termin bei einem Kassenarzt bekommen. Und dann muss man sich ja mal fragen, warum das so ist. Die Politik hat die Stellenplanung für die Kassenarztstellen der sogenannten Selbstverwaltung der Kassen übergeben. Also die Kassenfunktionäre dealen sich das mit der Ärztekammer aus und da findet jetzt ein Geschäft zu Lasten Dritter statt, nämlich die Kassen und die Ärztekammer machen sich aus, dass es wenige Kassenstellen gibt und beide profitieren davon. Wie funktioniert das? Wenn es weniger Kassenarztstellen gibt, profitiert natürlich die Kasse, weil dann können die Leute nicht zum Kassenarzt gehen, sie müssen es nicht zahlen. Sie müssen maximal Wahlarztkosten erstatten in Ausmaß von 80 Prozent des Kassentarifs. Also für die Kasse ist es immer ein Geschäft, wenn der Patient nicht zum Kassenarzt geht. Die haben ein Interesse, wenig Kassenarztstellen zu haben. Aber auch die Ärztekammer hat ein schönes Interesse, wie funktioniert das auf der Seite? Wenn es wenig Kassenarztstellen gibt, dann haben die Kassenärzte, die es gibt, immer die Hütte voll und da wird eine I-Kart nach der anderen gesteckt und so kann man einigermaßen etwas verdienen mit den bescheidenen Honoraren, die die Kassen zahlen und die anderen, die im Wahlarztbereich tätig sind, die machen auch ein Geschäft, weil dorthin die Leute kommen müssen, weil die kassenärztliche Versorgung nicht ausreicht. Draufzahlen tun die Patienten, die keinen Termin beim Kassenarzt bekommen. Und da gibt es viele Regionen, wo es ein Thema ist. Zum Beispiel im Bezirk Kufstein haben Sie für den ganzen Bezirk einen Frauenarzt auf Kasse. Ihr könnt Ihnen viele Bezirke aufzählen, wo Sie auf einen Augenarzttermin vier Monate oder fünf Monate warten, wenn Sie den beim Kassenarzt haben wollen. Und wenn natürlich Leute vier Monate warten müssen oder fünf auf einen solchen Termin, dann werden Sie eher bereit sein, privat etwas draufzulegen. Und das ist das Geschäftsmodell, wie die Kassen- und die Ärztekammer zulasten der Versicherten ihre Verträge abschließen. Und deswegen will mein Antrag, dass dann, wenn die kassenärztliche Versorgung nicht ausreicht, der Patient, der Versicherte zum Wahlarzt gehen kann und die Kasse das übernehmen muss. Das würde nämlich bei der Kasse eines auslösen, dann würden die nachdenken, oh, was müssen wir tun, dass uns die Kosten nicht davonrennen, wie können wir die kassenärztliche Versorgung so sicherstellen, dass wir nicht solche Wahlarztrechnungen hereinschneien. Im Ausschuss ist mir gesagt worden, ja, das ist ja völlig verfehlt, dann würden ja alle Wahlarzt werden. Entschuldigung, Sie schauen die falsche Seite an in diesem Geschäftsmodell zulasten der Patienten. Wir müssen einen Druck auf die Kassen aufbauen, dass die die Versorgung der Patienten verbessern. Und das geht nur, wenn der Patient ausweichen kann. Wenn ich immer ausgeliefert bin, hilflos, dieser Zwangsversicherung, die ich nicht auswählen kann, dann haben die mich in der Hand und dann können die mich auch kurz halten und können die mich zum Wahlarzt drängen. Daher wäre es richtig zu sagen, wenn die Patienten von den Kassen keine ausreichende Versorgung bekommen, dann können sie auch ihre Wahlarztrechnung in voller Höhe bei den Kassen abrechnen. Dankeschön. Am Wort ist die Frau Abgeordnete Powisil. Sagt Gerhard Lorca, Sozialsprecher der NEOS und nächste Rednerin ist die Gesundheitssprecherin der FPÖ, Brigitte Powisil. Ja, Herr Kollege Lorca, Sie haben in der Einschätzung der Sachklage prinzipiell recht. Aufgrund einer jahrzehntelang verfehlten Gesundheitspolitik stehen wir vor der Situation, dass wir insbesondere im niedergelassenen Bereich zu wenig verfügbare Ärzte zu einer regional flächendeckenden Versorgung unserer Bundesländer haben. Und dazu kommt, dass das Gleichgewicht zwischen den Vertragsärzten und den Wahlärzten sich ganz massiv auf die Seite der Wahlärzte neigt. Das heißt, wir haben immer weniger Ärzte, die einen Kassenvertrag annehmen wollen. Warum? Weil dieser Kassenvertrag eben veraltet ist und weil er eben nicht mehr attraktiv genug ist. Der Ansatz aus unserer Sicht ist aber ein anderer als Ihrer. Wir sagen, wir müssen weiterhin diesen Kassenvertrag attraktiver machen. Daher die Sozialversicherungsreform, die wir eingeleitet haben. Dazu auch die Neuverhandlung im Rahmen dieser Sozialversicherungsform des Gesamtvertrags für die Ärzte und für die Kassen und auch für die Honorare, die dabei zu verhandeln sind. Außerdem ist es uns wichtig, die Niederlassung wieder attraktiv zu machen. Wir haben hier schon Ansätze gebracht. Es gibt Lehrpraxen, wo während der Ausbildung, in manchen Bundesländern sogar während des Studiums, die jungen Kollegen bereits einen Eindruck vom niedergelassenen Beruf bekommen. Es gibt nun auch die Möglichkeit, Ärzte bei Ärzte anzustellen und eine Vielfalt von Niederlassungsmöglichkeiten, die regional auf den Bedarf eingehen, entweder Primärversorgungszentrum oder eine Einzelordination oder eine Gruppenpraxis ermöglichen. Ich denke, zur Aufrechterhaltung unseres Gesundheitssystems, das ein solidarisches ist, das eines von allen getragenes Gesundheitssystem ist, muss es wirklich Ziel sein, bei bestehender Pflichtversicherung durch die Sozialversicherungen unseren Patienten zu garantieren, dass sie in ihrer Region einen Hausarzt, einen Facharzt und eine medizinische Versorgung haben. Würden wir nun, so wie Sie beantragen, die Wahlarztkosten zur Gänze mit den Kassen abrechnen, dann würden immer weniger Ärzte einen Kassenvertrag in Anspruch nehmen und wir hätten damit das Problem, dieses solidarische Gesundheitssystem, hinter dem wir stehen, das unsere Grundversorgung sichert, nicht aufrechterhalten zu können. Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass die Wahlarzterstattung derzeit Gegenstand eines von der Europäischen Kommission gegen Österreich begonnenen Vertragsverletzungsverfahren ist. Meine Damen und Herren, ich bin Ärztin aus Leidenschaft und Lange und ich bin überzeugt, dass man in meinem Beruf und auch in meinem Beruf den Kollegen wieder so attraktiv und lebbar machen muss, dass sie bei uns im Land bleiben und dass sie mit Freude und Empathie zum Wohle unserer Patienten arbeiten. Der Kassenvertrag sei veraltet, sagt FPÖ-Gesundheitssprecherin Brigitte Povicill. Es sei daher wichtig, den Kassenvertrag wieder attraktiver zu machen. Nächste Rednerin ist die SPÖ-Abgeordnete Verena Nussbaum. Frau Ministerin, der große Pluspunkt unseres Gesundheitssystems ist das Sachleistungsprinzip. Wir haben das Glück, mit der ICA derzeit noch die beste medizinische Versorgung zu erhalten. Damit dies auch flächendeckend angeboten werden kann, wird regelmäßig berechnet, wie viele Ärztinnen und Ärzte es an welchen Orten in Österreich notwendig sind, um die Bevölkerung angemessen zu versorgen. Dabei wird die Altersstruktur der Bevölkerung und auch unter anderem die geografische Lage berücksichtigt. Die NEOS bemängeln nun, dass es weniger Kassenstellen gibt im Vergleich zu Jahren davor und bedenken aber nicht, dass es nicht nur Einzelvertragsarztstellen gibt, sondern dass sich zunehmend Ärztinnen und Ärzte auch in Gruppenpraxen organisieren. Und in der Statistik scheint das aber meistens nur als eine Ordination auf. Und ausdrücklich darauf hinweisen möchte ich auch noch, dass nach der Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinie für Spitalsärzte die Wahlarztpraxen gestiegen sind. Diese Steigerung dieser Wahlarztpraxen hat jedoch nichts mit einer Versorgungsrelevanz zu tun, denn es gibt eben sehr viele angestellte Ärztinnen und Ärzte, die als Nebenjob vielleicht vier Stunden in der Woche eine Wahlarztpraxis offen haben. Weiters, und es ist ein wesentlicher Punkt für uns, ist, dass Wahlärzte an keine Tarife gebunden sind. Sie können für ihre Behandlungen so viel verlangen, wie sie wollen. Und was heißt das für die Patientinnen und Patienten? Das heißt, dass sie nach jedem Arztbesuch bei einem Wahlarzt Geld auf den Tisch legen müssen. Diese Lösung ist sozial ungerecht und wir stehen selbstverständlich für ein solidarisch finanziertes Gesundheitssystem, damit Leute, die sich keinen Wahlarzt leisten können, auch bestmöglich versorgt werden. Deshalb kämpfen wir weiterhin, dass wir die Kassenstellen attraktivieren, dass wir den Beruf der Allgemeinmedizinerin, des Allgemeinmediziners attraktivieren und fordern eben, wie schon seit langem, vermehrt Primärversorgungszentren und Gesundheitszentren, denn das bringt mehr Flexibilität für die Ärztinnen und aber auch für die Patientinnen und so wird wieder ungehinderter Zugang zu Sachleistungen für alle weiterhin möglich sein. Den Vorschlag, den Sie, meine Damen und Herren, von den NEOS eingebracht haben, wäre aus unserer Sicht ein weiterer Schritt in Richtung Privatisierung des Gesundheitssystems und deshalb können wir diesem nicht zustimmen. Und ich wundere mich, Frau Ministerin, warum Sie eigentlich auch gegen diesen Vorschlag der NEOS sind, weil gerade Sie stehen ja für die Zerschlagung unseres Sozialversicherungssystems und für die Privatisierung unseres Gesundheitswesens. Danke. Es müsse ein solidarisch finanziertes Gesundheitssystem geben, sagt Verena Nussbaum von der SPÖ. Als nächstes am Wort ist der Herr Abgeordnete Schellhorn. Bitteschön, Herr Abgeordnete. Herr Abgeordnete Schellhorn von der NEOS ist der nächste Redner. Danke, Frau Präsidentin. Geschätzte Frau Minister. Nun, zu meiner Vorrednerin, oder besser gesagt, ich komme ein bisschen später auf Sie zu. Also, was Sie jetzt gesagt haben, was die NEOS so wollen, dann weiß man gar nicht, was die SPÖ so will. Aber das werden wir später ein bisschen beleuchten. Nun, es gibt 129 Kassenarztstellen, also die unbesetzt sind, nämlich 68, wie wir aus einer Grafikkarte erfahren haben, sind der Allgemeinmedizin zuzuordnen und 61 sind Fachärzte Ordis, die nicht besetzt werden können. 2018 sprach die Ärztekammer sogar von 1.400 fehlenden Plätzen. Wer das berechnet hat, das obliegt einer Fantasierechnung, glaube ich, aber wir können es nicht nachvollziehen. Aber eines ist ganz klar, dass die Versicherten sind also zunehmend in der Grundversorgung auf Wahlärzte angewiesen. Und das ist de facto ein Dilemma der ÖVP, der SPÖ und der FPÖ. Und das ist auch klar zu kritisieren, weil aus Ihrer Sicht hier überhaupt kein Handlungsbedarf besteht. Und das empfinde ich als fatal. Das ist, ja, da komme ich auch noch auf Sie zu. Nämlich, was hier passiert, ist, dass es ein klares Versagen gibt der Kammer-Selbstverwaltung. Das heißt, es ist ein Versagen der Kammern. Und diese Kammern, um sie namentlich zu nennen, Peter Haubner wird jetzt überrascht sein, ist naturgemäß die Wirtschaftskammer, ist naturgemäß die Arbeiterkammer, ist naturgemäß die Landwirtschaftskammer, ist der ÖGB, aber auch die Ärztekammer. Und dessen muss uns bewusst sein, dass wir hier einfach ein Komplettversagen haben. Aber eines überrascht mich vor allem bei der SPÖ. Ich frage mich, wie stringent Ihre Politik eigentlich ist. Und das verstehe ich nicht mehr ganz im Jänner, sind Sie noch für mehr Kassenärzte gewesen. Da hatten wir sogar einige parlamentarische Anträge dabei. Jetzt schützen Sie die Kassenbürokraten und schützt die SPÖ die Kassenbürokraten, die die Kassenärztstellen nicht besetzen. Das ist irgendwie ganz komisch. Also im Jänner noch so und im März jetzt so. Vielleicht hat das auch damit was zu tun, dass die Arbeiterkammer wo ein Grauzand und dass sie hier einfach ihre Bronzen auch schützen wollen. Und das ist, glaube ich, die Tatsache. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Aber wie das Ganze geht, hat schon auch was damit zu tun. Und die Regierung darf sich da jetzt nicht wegducken. Das ist nämlich eines, dass von dieser Reform, der August Wöginger hat davon gesprochen, von dieser Sozialversicherungsreform wird niemand etwas spüren. Das glauben wir auch. Es wird sicher niemand etwas spüren. Vor allem, die Versicherten werden keine Entlastung spüren. Das ist das Thema. Ansonsten spürt jeder Kammer funktioniert eigentlich was. Nämlich, dass es immer ein bisschen besser geht. Aber die Regierungsvertreter, die ja noch immer glauben, sozusagen, dass die Kassenreform Probleme löst, die glauben, glaube ich, auch an den Osterhasen. Der kommt recht bald. Es gibt aber auch welche, die an der Regierungsbank sitzen und an Chemtrails glauben. Aber das kann, es obliegt Ihnen, an was Sie glauben. Nur, dass diese Reform den Versicherten zugute kommt, das glaubt mittlerweile fast kein Bürger mehr. Und darum, der gelebte Österreicher weiß auch, um was es geht. Diese Selbstverwaltung löst die Probleme der Menschen nicht. Diese Selbstverwaltung arbeitet nicht für die Versicherten. Diese Selbstverwaltung arbeitet nur für die Selbstverwaltung. Das sagt ja schon der Name. Diese Selbstverwaltung arbeitet nur für die Selbstverwaltung. Und es gibt natürlich genügend Kammerfunktionäre in diesem Land, von Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Gewerkschafts- und Landwirtschaftskammer, die ein Pöstelchen brauchen. Und diese Reform, diese Sozialversicherungsreform, die berücksichtigt einfach nur diese Kammerfunktionäre. Und darum stelle ich zum Schluss einen Entschließungsantrag, der folgenden Text hat. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat schnellstmöglich eine Regierungsvorlage vorzulegen, die zum Inhalt hat, dass die Mitglieder in den Gremien der Sozialversicherungsträger künftig nicht mehr von den Kammern beschickt werden, sondern von den Versichernden und Unternehmen direkt gewählt werden. Vielen Dank. Der soeben eingebrachte Antrag ist, der Wirtschaftssprecher Josef Schellhorn mit Kritik an der Sozialversicherungsreform. Nächste Rednerin ist Angela Fichtinger von der ÖVP. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, hohes Haus, sehr geehrte Gäste auf der Galerie und Zuschauer auf den Bildschirmen. Ja, wir haben uns im Gesundheitsausschuss intensiv damit beschäftigt und wir wissen, dass es problematisch ist, Kassenärzte genug vorzufinden. Und das kann ich ganz speziell, nachdem ich den ländlichen Raum vertrete, auch wirklich bestätigen. Und es ist auch eine große Herausforderung, wird auch in der Zukunft große Konzentration und Einsatz fordern, die Kassenarztstellen noch attraktiver zu gestalten. Interessant ist aber schon, dass jetzt so nach einem Jahr die SPÖ-Opposition, wir erleben das auch immer bei den Ausschüssen, nach einem Jahr jetzt weiß, was zu tun ist und was schnell zu tun ist und was fehlt. Und da denke ich mir, neun Jahre war die SPÖ, hat sich den Gesundheitsminister gestellt. Da denke ich mir, es wäre Zeit genug gewesen, auch da etwas zu tun in diesem Bereich. Ja, konkret, wie schon angesprochen wurde, hat der Kollege Loacker in seinem Antrag gefordert, dass die Wahlarztkosten zur Gänze mit der Kassa abgerechnet werden könnten. Sehr geehrte Damen und Herren, würden wir diesem Antrag zustimmen, dann würden wir die Wahlerzte noch mehr stärken und die niedergelassenen Kassenärzte noch mehr schwächen. Abgesehen von der Kostenexplosion, die sie wahrscheinlich dann auch zeigen würde. Und ich muss Ihnen recht geben, ja, es gibt da Handlungsbedarf. Und natürlich muss es uns auch ein Anliegen sein, dass die Menschen in Österreich, aber speziell im ländlichen Raum, gut versorgt werden von Ärzten, aber auch von Krankenhäusern. Und an dieser Stelle, nachdem ich selber vor einem Monat im Landesklinikum Zwettl gewesen bin, darf ich auch an dieser Stelle mal ein Dankeschön sagen für die wirklich beste medizinische Versorgung und gute Betreuung. Auch das ist immer wichtig, dass man bestätigen kann, dass es auch im Land immer eine gute medizinische Versorgung gibt. Die Kollegin Povicil hat es schon angesprochen, die beschlossene Kassenreform wird diesbezüglich sicher positive Effekte zeigen. Ja, es gibt zusätzliche Angebote zu schaffen, um mehr Ärztinnen und Ärzte begeistern zu können, dass sie sich am Land als Kassenärzte niederlassen. Damit auch dort die medizinische Versorgung bestens gewährleistet ist und dass die lebenswerten Landgemeinden auch in Zukunft weiterhin lebenswert bleiben. Dankeschön. So, Angela Fichtinger von der ÖVP. Der nächste Redner kommt von den Freiheitlichen, Gerhard Kaniak. Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, Ruhes Haus. In diesem Punkt, den wir jetzt gerade diskutieren, muss ich sagen, ist die Ist-Situation-Analyse vom Kollegen Lohacker leider Gottes sehr richtig. Wir haben tatsächlich eine Fehlentwicklung in den letzten 10, 20 Jahren in unserem öffentlichen Gesundheitssystem gehabt. Wir haben zu wenig Kassenstellen ausgeschrieben beziehungsweise vergeben, besonders zu einer Zeit, wo die Ärzte im niedergelassenen Bereich diese Kassenstellen noch händeringend gesucht hätten. Und jetzt kämpfen wir mit dem Problem, dass wir sehr, sehr viele Wahlärzte haben, die die freien Kassenstellen nicht mehr annehmen wollen. Doch wenn wir uns die Probleme im Detail anschauen, werden wir feststellen, dass sie von Bundesland zu Bundesland, von Gebietskrankenkasse zu Gebietskrankenkasse und Landesärztekammer zur Landesärztekammer sehr unterschiedlich sind und auch die Bundesländer unterschiedliche Lösungen für die Probleme gesucht haben, um die Versorgung mehr recht als schlecht trotzdem zu gewährleisten. In Oberösterreich, wo ich herkomme, haben wir zum Beispiel das Problem, dass wir sehr wenige Fachärzte unter Kassenvertrag haben, haben aber ausreichend Allgemeinmediziner und haben dieses Leistungsdefizit im fachärztlichen Bereich in die Spitalsambulanzen verlagert. In Wien haben wir das Problem, dass wir zu wenig Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag haben. Auch diesen Versorgungsbedarf haben wir dort in die öffentlichen Ambulanzen der Spitäler verlagert. Unterm Strich muss man sagen, dass es eine sehr ineffiziente Leistungsverlagerung ist und dass die Attraktivität der Kassenstellen und der Arbeit als Allgemeinmediziner, aber auch als Facharzt mit einem entsprechenden Kassenvertrag in den letzten Jahren offensichtlich deutlich abgenommen hat. Doch der Lösungsansatz, Herr Kollege Lorke, den Sie hier präsentieren, den erachte ich als vollkommen unzweckmäßig. Haben Sie sich schon einmal überlegt, wie der bürokratische Aufwand in der Kostenerstattungsstelle der Sozialversicherungen ausschaut, wenn man bei jeder eingereichten Rechnung überprüfen muss, wie lange die Wartefrist des Betroffenen in seiner Region gewesen wäre? Das halte ich für nicht durchführbar. Davon abgesehen, würden wir auch einen vollkommen falschen Lenkungseffekt auslösen. Wir würden vor allem kurzfristig die Menschen ganz gezielt in die Wahlarztordination antreiben und die öffentlichen Stellen überflüssig beziehungsweise nicht mehr in Anspruch genommen machen. Das führt in Summe zu einer Schwächung des öffentlichen Gesundheitssystems und der Kassenärzte und nicht zu einer Stärkung. Und deshalb ist das auch aus meiner Sicht klar abzulehnen. Die wahren Ursachen für die Problematik liegen ja im Verantwortungsbereich der Sozialversicherungen und der Ärztekammer, die für die Vergabe von Kassenärztestellen zuständig sind. Und mitunter genau deswegen hat es ja auch eine Sozialversicherungsreform gegeben, die hier bundesweit einheitliche Regelungen und Vorgaben und auch ein einheitliches Honorarsystem vorsehen werden. Und wenn Sie sagen, Frau Kollegin Nussbaumer, Sie haben gut angefangen in Ihrem Vortrag, aber wenn Sie dann dazu kommen, dass die Sozialversicherungsreform der jetzigen Bundesregierung zu einer Zerschlagung der Sozialversicherungen geführt hat, dann sage ich Ihnen, nein, das Gegenteil ist der Fall. Es wird eine Stärkung, eine Effizienzsteigerung der Sozialversicherung geben und keine Zerschlagung. Die jetzige Bundesregierung wird Druck auf diese neuen Gremien ausüben, dass der österreichische Strukturplan Gesundheit auch umgesetzt wird und freie beziehungsweise unbesetzte Stellen in unterversorgten Gebieten besetzt werden. Zusätzlich sind die Krankenkassen angehalten, ihre finanziellen Möglichkeiten auszuschöpfen und es gibt auch jetzt neue finanzielle Möglichkeiten, um diese freien Kassenstellen und Strukturdefizite zu beseitigen, zum Beispiel durch die Landesinnovationsfonds der einzelnen Krankenkassen, Landeskrankenkassenstellen, der österreichischen Gesundheitskrankenkasse. Und die Bundesregierung hat auch schon mehrere weitere Maßnahmen getroffen. Im Dezember haben wir das neue Ärztegesetz beschlossen, das die Anstellung von Ärzten ermöglicht. Wir haben die Ausbildungsmaßnahmen beschlossen. Wir haben die Gruppenpraxis erleichtert. Alles mit dem Ziel, die niedergelassene Gesundheitsversorgung sowie die wohnortnahe Versorgung zu steigern. Und das Ziel werden wir auch erreichen. Vielen Dank. Gerhard Kanyak von der FPÖ verteidigt die Sozialversicherungsreform. Und es seien schon viele weitere Maßnahmen gesetzt worden. Am Wort Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein, FPÖ. Wir haben die größte Ärztedichte. Das ist die zweitgrößte Europas. Das heißt, wir haben genug Ärzte. Das Problem ist nur, sie sind falsch verteilt. Und da haben Sie natürlich vollkommen recht. Wir haben zu viele Wahlärzte und zu wenig Kassenärzte. Wir haben aber schon sehr viele Maßnahmen gesetzt und die Vorgängerregierung hat das verabsäumt. Was haben Sie gemacht als Vorgängerregierung? Sie haben eigentlich die Patienten in das Wahlarztsystem getrieben und natürlich auch in die Ambulanzen. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben, ist einerseits eine Sozialversicherungsreform, die garantiert, Frau Kollegin, die garantiert, dass die Versicherten für ihre Beiträge die gleichen Leistungen bekommt. Und das heißt natürlich auch, gleiche medizinische Leistungen vom Neusiedlersee bis zum Bodensee. Und das heißt, dass diese medizinischen Leistungen nicht dem allgemeinen Mediziner, bleiben wir bei dem Beispiel, dem allgemeinen Mediziner nicht nach Quantität gehen muss, sondern Qualität, dass er sich Zeit nehmen kann für den Patienten. Und das ist unser Ziel. Was mir so wichtig ist, es ist wirklich, den Kassenarzt zu stärken. Und das haben wir auch natürlich durch das Ärztegesetz, was wir im Dezember beschlossen haben oder was Sie beschlossen haben, einstimmig übrigens bewiesen, dass wir es versucht haben, Anstellung von Ärzten bei Ärzten. Das ist eine lange Forderung gewesen, das ist jetzt möglich, gerade für die Medizin, die weiblich ist, dass man hier versucht, den Frauen zu stärken und die Möglichkeit zu geben, also nicht selbstständig zu sein, sondern sich auch anstehen zu lassen, wenn Sie das wollen. Wir haben die Lehrpraxenförderung, wir haben verstärkt also natürlich auch die Primärversorgung. Also wir haben sehr viele schon gesetzliche Maßnahmen gelegt, aber was mir auch ein besonderes Anliegen ist, und die Frau Kollegin Fichtinger hat es schon gesagt, wir haben derzeit natürlich, und da muss man auch die Fakten anschauen, wir haben vom Gefühl her, gebe ich Ihnen recht, teilweise manche ländliche Räume, die keinen Allgemeinmediziner bekommen, man aber die derzeitige Zahl von 68 hernimmt, das sind das nicht nichtbesetzte, sondern ausgeschriebene Stellen, und manche davon sind nur schwer zu besetzen, natürlich gibt es Regionen, und diese Regionen, meine Damen und Herren, schaue ich mir persönlich ganz genau an, mit den einzelnen Bürgermeistern und so weiter, weil wir hier wirklich konkrete Maßnahmen setzen wollen, Förderungen setzen wollen, in der Steiermarkteile teilweise hat man gemeinsam mit der Sozialversicherung dem Land 70.000 Euro Förderung für, also wenn in einem ländlichen Raum es schwer ist, einen Allgemeinmediziner zu finden, also dass der dort hingeht, das heißt, wir setzen viele, viele Maßnahmen, die die vorigen Regierung nicht gemacht hat, wir garantieren, dass die Menschen die Betreuung im medizinischen Bereich bekommen, die sie brauchen. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet, ich schließe die Debatte, wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort, das ist nicht der Fall, somit gelangen wir zur Abstimmung über den Antrag des Gesundheitsausschusses, einen Bericht 540 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen, und ich bitte jene Damen und Herren, die ihn zur Kenntnis nehmen, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist mit Mehrheit angenommen. Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Schellhorn, Kolleginnen und Kollegen betreffend Modernisierung der Selbstverwaltung versicherten Vertreterwahlen jetzt und ich bitte jene Damen und Herren, die hier für ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist nicht angenommen. Wir gelangen nun zum neunten Tagesordnungspunkt. Das ist der Bericht Tagesordnungspunkt neun ist die Dienstrechtsnovelle 2019. Die Beamten bekommen jetzt auch ihren persönlichen Feiertag, also einen freien Tag nach Wunsch, den sie allerdings aus ihrem Urlaubskonto nehmen müssen. Anders als in der Privatwirtschaft dürfen jedoch bestimmte öffentlich Bedienstete wie zum Beispiel Polizisten, Heeresangehörige, Justizwache Beamte und im Katastrophenschutz tätige Personen an diesem Tag unter Gewährung von Feiertagszuschlägen zum Dienst verpflichtet werden. Erste Rednerin dazu ist Selma Yildirim von der SPÖ. Werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die Mitglieder der Regierungsparteien haben im vorliegenden Gesetzesantrag die Erhöhung der Gehälter für Generalsekretäre verpackt. 9,5 Millionen Euro pro Jahr. So viel werden die von der Bundesregierung installierten elf Generalsekretäre und eine Generalsekretärin die österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler kosten. Das sind 800.000 Euro pro Kopf und natürlich wurden diese gut bezahlten Stellen nahezu ausschließlich mit Männern besetzt. Hier sei wieder einmal festgehalten, dass diese Regierung Fähigkeiten und Leistungen von Frauen offensichtlich negiert. Aber das nur nebenbei erwähnt. Diese Posten wurden entgegen den damals geltenden gesetzlichen Bestimmungen nicht einmal öffentlich ausgeschrieben. Ja, wer weiß, vielleicht waren dann nicht die gewünschten Personen zum Zug gekommen. Und Monate nach der Bestellung wurden so dann durch eine rückwirkende Gesetzesänderung diese vorgangsweise legalisiert. Stellen wir uns vor, ein Mitglied einer Regierungspartei fährt bei Rotlicht über die Kreuzung. Monate später wird rückwirkend bis zum Tag der Übertretung die Straßenverkehrsordnung geändert und das Überfahren einer Kreuzung bei Rotlicht für zulässig erklärt. Klingt komisch? Ja, es ist aber so. Trotz zahlreicher juristischer Bedenken von Expertinnen und Experten können die neuen Generalsekretäre ihre gut notierten Verträge auch noch selbst verlängern. Egal egal, ob sie ihre Leistung erbracht haben oder nicht. Klingt ebenfalls komisch, ist aber so. Es braucht keine 12 hochbezahlten Generalsekretäre oder Personen mit Sonderverträgen, sondern ein Mehr an Personal in der Verwaltung und Vollziehung. Dafür ist aber kein Geld da und wird Dienstposten um Dienstposten eingespart. Abgesehen von den formalen Bedenken beziehungsweise Fehlern der Regierung, die korrigiert werden mussten beziehungsweise noch müssen, kommen hier allerdings auch moralische hinzu. Jährlich 9,5 Millionen Euro sind eine ganze Menge Geld für 12 Personen. Viel höher wird die Summe rechnet man alle 216 Sonderverträge dazu, die sich die Regierung in den Ministerbüros gönnt. Dann kommen wir auf etwa 28 Millionen Euro pro Jahr. Eine ganze Menge Steuergeld. Geld, das die Regierung für sich selbst und ihr loyal ergebene Personen einsetzt. Vom Sparen im System kann da wohl keine Rede sein. Das ist umso wichtiger, das ist umso problematischer, als diese Bundesregierung bei Projekten und Initiativen, die wichtige gesellschaftspolitische Anliegen und Arbeiten verrichten und jeden Euro dringend benötigen würden. Kürzungen gibt es in allen Bereichen der Unterstützung von benachteiligten Menschen. Gekürzt wird bei Fraueneinrichtungen, bei Familienberatungsstellen, bei der Mindestsicherung, bei Projekten für Langzeitarbeitslose wie der Aktion 20.000, bei Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern und Integrationsmaßnahmen in Schulen. Und weil die Regierung immer behauptet, dass hier der Schutz von Frauen so wichtig sei, die Seminare zu häuslicher Gewalt für Polizistinnen und Polizisten wurden gestrichen. Sie waren seit 1997 Teil der Ausbildung. Wo die Prioritäten dieser Regierung liegen, ist also klar zu sehen. Eigenwerbung und Erhöhung der Parteienförderung statt Gewaltschutz, Sonderverträge und großzügige Versorgung von Wenigen statt Unterstützung von Benachteiligten und Bedürftigen Millionen für Generalsekretäre statt Arbeitsplätze an der unmittelbaren Verwaltung und im Vollzug. Vor der Wahl hat das noch ganz anders geklungen. Aber auch dieses Versprechen wird gebrochen. Gespart wird nicht im System. Schon gar nicht spart die Regierung bei den eigenen Ausgaben. Gespart wird ganz unmittelbar bei den Menschen. Daher ist es sehr bedauerlich, das Ganze ist sehr bedauerlich und wir werden diesem Antrag nicht zustimmen. Selma Yildirim von der SPÖ kritisiert vor allem die neu geschaffenen Generalsekretäre in den Ministerien, die direkt türkis-blaue Regierung eingeführt hat. Und als nächster am Wort Friedrich Ofenauer von der ÖVP. Danke Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizekanzler, geschätzte Kolleginnen, Kollegen im Hohen Haus, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher auf den Tribünen und vor dem Fernseher. Es geht um die Dienstrechtsnovelle 2019 und vorweg schicken möchte ich, dass das wieder ein guter Anlass ist, um festzuhalten, dass der öffentliche Dienst der Grundpfeiler unseres Staates ist. Ich möchte aber auch auf die Kollegin Hildirim eingehen, die da gesagt hat, dass der Generalsekretär oder ein Generalsekretär 800.000 Euro im Jahr verdienen würde. Dann kommt man auf ein Gehalt von 57.142 Euro. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Es ist tatsächlich nicht richtig, dass da sein Generalsekretär verdient. Noch dazu ist diese Darstellung, dass wir die Gehälter der Generalsekretäre erhöhen würden, eine zum einen überzogene, zum anderen falsche Darstellung, weil, wie im Ausschuss eingehend behandelt wurde, handelt es sich um einen Softwarefehler. Aufgrund dieser Softwarefehler ist im Zuge der Gehaltsvorrückung ein Einsatz, mit dem die dienstrechtliche und die bezügerrechtliche Zuordnung der Generalsekretäre geregelt wurde, herausgefallen und diese Regelung wird jetzt wieder eingefügt. Aber jetzt zum eigentlichen Thema, zur Dienstrechtsnovelle. Ich denke, dass unsere motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal in welchem Bereich, tagtäglich für einen reibungslosen Ablauf unseres Zusammenlebens und für die öffentliche Ordnung und Sicherheit sorgen. Und Ihr Tun und Ihr Wirken steht oft im öffentlichen Interesse, wird oftmals genau beachtet und Sie sind oftmals auch außerhalb der Dienstzeiten, ob freiwillig oder unfreiwillig, Ansprechpartner für die Menschen. Sie müssen dabei immer freundlich, höflich bleiben und den Menschen so begegnen, wie es der Situation entspricht und die sind manchmal auch nicht zufrieden mit Entscheidungen, die Beamte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst treffen müssen. Und die müssen ihren Dienst auch an Feiertagen und an Sonntag leisten. Sie sind damit auch Repräsentanten unseres Bundes, unserer Länder und unserer Gemeinden. Vielleicht wird es deswegen auch immer schwieriger, Menschen dafür zu begeistern und vor allem junge Männer und Frauen für den öffentlichen Dienst zu gewinnen, denn eines muss man schon noch festhalten, dass die oftmals angesprochenen Privilegien in den letzten Jahren immer weniger geworden sind. Und auch die Beamten werden alleine schon aufgrund des Wegfalls der Pragmatisierungen immer weniger und die Vertragsbediensteten mehr. Mit dieser Dienstrechtsnovelle 2019 führen wir auch die Karfreitagsregelung für öffentlich Bedienstete ein, sodass auch diese in Zukunft einen persönlichen Feiertag nehmen können und damit im Vergleich zur Privatwirtschaft nicht anders gestellt werden. Aber eingangs gesagt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sind ein Grundpfeiler unseres Staates, deswegen muss es auch insofern Ausnahmen geben, weil es natürlich im Falle der Aufrechterhaltung, der zwingenden Notwendigkeit der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, zum Beispiel bei der Polizei oder bei der Justiz, diese Personen auch verpflichtet werden können, an einem solchen Feiertag Dienst zu tun, wenn es eben zwingend notwendig ist für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und dass in diesem Fall aber natürlich die Feiertagszuschläge entlohnt werden. weil eines ist auch klar, Polizeistationen, Krankenhäuser und so weiter müssen Tag und Nacht besetzt werden, um für die Bevölkerung im Notfall da zu sein, so wie bisher auch an jedem Feiertag oder Sonntag. Eine weitere Änderung in dieser Dienstrechtsnovelle ist eine Klarstellung, dass karenzierte Bundesbeamte keiner Nebentätigkeit für den Bund nachgehen können, weil eine Nebentätigkeit eine Haupttätigkeit voraussetzt und das in Zukunft nicht mehr möglich ist, sondern diese brauchen dann in Zukunft einen privatrechtlichen Vertrag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, abschließend bleibt nur mehr zu sagen, egal in welcher Lebenslage, egal ob gute oder weniger gute Zeiten, Sommers wie Winterst, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, in den öffentlichen Dienststellen sind für uns da und ich denke, man kann an dieser Stelle ganz klar und deutlich und lauter mal Danke sagen für diesen Einsatz im Dienste aller. Danke für den Einsatz an den Feiertagen, für den Einsatz an Sonntagen, für den Einsatz zu allen Tages- und Nachtzeiten, für die Bevölkerung der Republik Österreich und für unsere Republik Österreich. Dankeschön. Friedrich Ofenauer von der ÖVP nutzt seine Redezeit vor allem für Dankesworte an die Bediensteten des öffentlichen Dienstes gerichtet und am Wort ist Gerald Lorca von den NEOS. Ich habe gehört, was der Vertreter des öffentlichen Dienstes zu den Regeln des öffentlichen Dienstes sagt. Worum es nie geht, worum es nie geht hier ist, gleiches Recht für alle zu schaffen. Nämlich gleiches Recht für die Menschen, die in der Wirtschaft arbeiten und die im öffentlichen Dienst arbeiten, zu schaffen. Und das wäre jetzt möglich gewesen. Es war notwendig, eine Neuregelung für den Karfreitag zu treffen, weil die alte Regelung europarechtlich nicht haltbar war. Und bei dieser Gelegenheit hat man das zuerst für die Arbeiter und Angestellten in der freien Wirtschaft beschlossen, mit dieser etwas windigen Lösung mit dem persönlichen Feiertag. Und okay, man will das auch für den öffentlichen Dienst gleich haben, aber dann hätte man damit abfahren müssen, dass die Bundesbediensteten am Karfreitag ab Mittag frei haben dürfen. Das behalten die nämlich. Das ist eine Einbahnstraße. Es geht hier darum, dass für den öffentlichen Dienst jedes Mal das Beste aus beiden Welten herausgezogen wird. Sie dürfen immer ihre Besserstellungen behalten und wenn sich bei der Wirtschaft etwas verbessert, bekommen sie es dazu. Die haben jetzt den halben Karfreitag frei und den persönlichen Feiertag. Und das ist nicht Gericht. Gleiches Recht für alle, sieht anders aus. Ich weiß aus einer brandaktuellen Anfragebeantwortung, dass zumindest die Mitarbeitenden im Haus des Herrn Vizekanzlers auch am Allerseelen Nachmittag freinehmen dürfen, um auf die Gräber zu gehen. Also wenn man beim Herrn Vizekanzler arbeitet, gibt man nicht wie die anderen Österreicher am Allerheiligen, sondern gibt man am Allerseelen Tag die Gräber besuchen. Blöderweise dieses Jahr ein Samstag, jetzt fallen die um den halben Tag um, aber in anderen Jahren haben sie dann wieder. Übrigens hat das Ministerium des Herrn Vizekanzlers im Vorjahr den ganzen Karfreitag frei gehabt und diesen halben Tag zusätzlich zu schenken hat die Steuerzahler 23.000 Euro gekostet. Jetzt kann man sagen, 23.000 Euro ist eh schon wurscht. Wenn man das anschaut, was die Generalsekretäre verdienen, ja, kann man sagen, aber ich komme aus einer anderen Welt, wo man sagt, Kleinvieh macht auch Mist. Diese Generalsekretäre, um das nochmal festzuhalten, das ist ein Übel, das war eine der ersten Maßnahmen der Bundesregierung, Generalsekretäre in den Ministerien einzuführen. Die können sich selbst zu Beamten erklären und die haben wir Steuerzahler ein Leben lang an der Backe, weil wenn die Regierung einmal wechselt, dann bleibt der natürlich pragmatisierter Beamter mit seinen wunderbaren Bezügen und wird wahrscheinlich als weißer Elefant irgendwo im Ministerium herumkugeln. Die Steuerzahler dürfen über Weiterberaten, kommt ein neuer Generalsekretär, selbes Spiel, pragmatisiert sich wieder selbst und der bleibt uns auch auf alle Zeiten erhalten. Ein Sündenfall von wegen Sparen im System. Bei den eigenen Leuten wird das Geld hinaus gepfeffert als gäbe es kein Morgen. Gleiches Recht für alle fordert Gerald Lorca von den Neos. Er kritisiert, dass die öffentlich Bediensteten sowohl den neuen persönlichen Feiertag bekommen, als auch nach wie vor den halben Karfreitag Freiheiten. Und am Wort ist Werner Herbert von den Freiheitlichen. Kolleginnen und Kollegen, ehrlich, ich bin mir nicht entklagen, ist die Opposition wirklich so ahnungslos? wie sie sich hier soeben präsentiert hat. Oder ist das gezielte Unwahrheit, die einfach vom Rednerpult aus straffrei quasi verbreitet werden darf? Da kommt die Frau Ildrim heraus und sagt, ein Generalsekretär verdient 800.000 Euro im Jahr. Also, bei einer einfachen überschlagsmäßigen Rechnung, wenn man sich der Mathematik mächtig ist, kommt man drauf, dass diese Rechnung nicht einmal ansatzweise funktionieren kann. Das ist nicht einmal in der Privatwirtschaft leicht möglich, geschweige denn in öffentlichen Dienst, wenn man dort die Dienstsystematik und das Gehaltssystem kennt. Unwissenheit oder Dummheit, ich weiß nicht genau, was da besser treffend wäre. Ich glaube aber, wahrscheinlich ist es dieser gewisse Anflug an Naivität, den man halt von sich gibt, wenn man von der Sache, von der man redet, keine Ahnung hat, weil sonst würde ich Sie auch nicht behauptet haben, die Frau Kollegin, dass die Gewaltprävention bei der Polizeischule abgeschafft wurde. Das stimmt nicht. Die Seminare für Gewaltprävention bei der Polizeischule werden nicht mehr von den Frauenhäusern durchgeführt. Das ist richtig. Aber sie wurden nicht gestrichen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Weil so wie Sie das hier darstellen, glaubt man, die Frauen werden hier geringschätzig behandelt bei der Polizei und das passt genau in jenes Bild, das sie uns heute schon den ganzen Tag hier vermitteln wollen, nämlich diese Bundesregierung ist schlecht, diese Bundesregierung macht alles böse und die arme Bevölkerung muss darunter leben. Ein Unsinn. Ein Unsinn. Und Sie können mir glauben, auch wenn Sie es wiederholten hier von diesem Rednerpult behaupten, es wird nicht wahrer. Es wird nicht wahrer. Und wenn ich dann noch den Herrn Lorca her, dem sein mittlerweile bekanntes Beamtenbashing ja schon vorauseilt, ich kenne keinen, der derartig vehement seine Unwissenheit im Zusammenhang öffentlicher Dienst, Privatwirtschaft und den ganzen Mechanismen, die hier zusammenspielen, so plakativ fast lächerlich schon zur Schau stellt wie Sie. Das muss ich an dieser Stelle auch einmal sagen. Zu behaupten, die Karfreitagsregelung hätte etwas mit dieser Möglichkeit zu tun, dass Beamte am Karfreitag einen halben Tag frei bekommen und den mehr oder weniger in den Raum stellen. Jetzt konsumieren Sie beides. Der geht am Karfreitag heim und kriegt wahrscheinlich gleichzeitig einen Feiertag auch noch. Also wie das funktioniert, Ihre Logik, die möchte ich auch einmal verstehen, Lerwan. Weil das ist mir nämlich auch nicht wirklich schlüssig, was Sie uns da eigentlich mitgeteilt haben wollen mit dieser Ansage. Dass man hier einmal mehr den öffentlichen Dienst unterstellt und dafür anschließend die Ausführung vom Kollegen Lofenauer, der öffentliche Dienst leistet hervorragende Arbeit. Nicht nur für das Funktionieren des gesamten Staates, sondern auch als Serviceeinrichtung für die Bevölkerung, als Ansprechposition für die Bürger und damit hier vieles in diesem Staat so funktioniert, wie es funktioniert. Dass wir vielleicht mit einem eingeschränkten Bewusstseinsverhältnis aus der Privatwirtschaft kommen, das nicht unbedingt verstehen, will, das kann ich noch nachvollziehen. Dass man hier an dieser Stelle, und da schließe ich der Kreis zu der Kollegin von der SPÖ, unwissend wohl, unwissend wohl, und auch unter dem Aspekt, das, was hier diese Bundesregierung macht, bewusst krank zu reden und bewusst zum Nachteil der Bevölkerung hier zu zelebrieren versucht. Das ist wiederum eine Sache, da können Sie mit der Kollegin von der SPÖ die Hand geben. Ich weiß nicht genau, ob das bei den Fernsehzuschauern oder bei jenen, die diese Auseinandersetzung hier verfolgen, auch tatsächlich so ankommt, das, was Sie hier zu vermiedeln versucht haben. Fest steht allerdings, die Dinge, die Sie hier unwahr zur Geltung gebracht haben, wären nicht wahrer, wenn Sie es noch so sehr oft wiederholen. Und fest steht auch, dass wir mit unserem Vizekanzler HC Strache einen Mann Ressort Zuständigkeit haben, der auf den öffentlichen Dienst nicht nur schaut, sondern auch darauf schaut, dass das alles gerecht über die Bühne geht. Da geht es nicht darum, besondere Vorteile hervorzuheben oder den öffentlichen Dienst zukommen zu lassen. Da geht es darum, einen gerechten Zugang zu den Beamten und Vertragsbediensten zu finden, der in der Vergangenheit bei den Vorgänger Zuständigkeit von SPÖ, Minister und Kanzler und Staatssekretärin, nur an dieser Stelle auch vermerkt, nicht immer so der Fall war. Und an dieser Stelle darf ich mich abschließend auch an den Dank von Kollegen Ufer noch anschließen. Ja, liebe Beamte, liebe Vertragsbedienstete, ihr leistet großartige Arbeit, Dank und Anerkennung dafür, auch von meiner Fraktion für diese hervorragende Dienstleistung. Werner Herbert von der FPÖ wirft der Opposition sachliche Unkenntnis vor und eine tatsächliche Berichtigung hören wir von Selma Yildirim von der SPÖ. Meine Damen und Herren, zur tatsächlichen Berichtigung der Abgeordnete Ofenauer und auch der Herr Abgeordnete Herbert haben behauptet, ich hätte eine falsche Zahl verwendet. Das ist unrichtig. Der richtige Sachverhalt lautet, werte Kollegen, wenn Sie in der Lage sind zuzuhören, ich habe von Kosten geredet. 800.000 Euro pro Generalsekretär an Kosten, die versuchts gesagt werden. Wenn das nicht stimmt, fragen Sie Ihren Vizekanzler, das ist eine Anfragebeantwortung aufgrund einer parlamentarischen Anfrage. Dann müssen Sie Ihren Vizekanzler fragen, was er dafür Kosten und Beträge gibt. Aber unterstellen Sie nicht und unterlassen Sie Begriffe wie Unwissenheit oder Dummheit, lernen Sie zuzuhören. Und der gerade direkt angesprochene Vizekanzler und Beamtenminister Heinz-Christian Strache ist jetzt am Wort. Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht wieder sachlich zurückkommend auf den Tagesordnungspunkt und auf den Inhalt, der heute zur Debatte steht und zu beschlissen sein wird. Ja, es gibt den Hintergrund des Karfreitagsurteils des Europäischen Gerichtshofes. Ja, wir haben keine Freude mit diesem Urteilspruch des Europäischen Gerichtshofes, denn wir haben bis dato sehr gut damit gelebt, wie es bis dato auch gültig war. Leider hat man hier nicht im Sinne der positiven Diskriminierung entschieden. Ich denke, das ist traurig, aber das haben wir zur Kenntnis zu nehmen und deshalb war es auch notwendig, eine Reparatur sicherzustellen, sowohl für die Privatwirtschaft als auch für den öffentlichen Dienst, um die Diskriminierung in diesem Bereich auch abzuwenden. Und mit den aktuell zur Beschlussfassung vorliegenden gesetzlichen Bestimmungen gibt es eben so wie in der Privatwirtschaft, in Zukunft auch für den öffentlichen Dienst, den persönlichen Feiertag, Schrägstrich, aufgewerteten persönlichen Urlaubstag, den sich jeder aussuchen kann, gleich welcher Konfession und wo es einen Anspruch darauf gibt und das ist gut und richtig so. Damit haben wir dieses Urteil auch entsprechend bewertet und in Zukunft auch die Diskriminierung abgebaut. Und wenn es um das gleiche Recht geht, das hier geschaffen wird, ja, wir schaffen das gleiche Recht, weil der Herr Kollege Loracker gesagt hat, nein, das sei nicht der Fall. Es wird gleiches Recht sichergestellt für alle Konfessionsbetroffenen, ja, und zwar für alle Beamten gleich welcher Konfession sie angehören und im Bereich des Bundesdienstes gibt es natürlich da oder dort auch Dinge, die wir adaptieren müssen und anders gestalten müssen als in der Privatwirtschaft. Wenn es um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geht, wenn es darum geht, dass natürlich im Justizwachebereich, im Polizeibereich, beim Bundesheer, aber auch wenn es um den Katastrophenschutz geht oder um Spitalsbedienstete geht, na dann müssen wir dort auch entsprechend zum Nachteil dieser Beamten, in der Privatwirtschaft ist das anders, aber zum Nachteil dieser Beamten sicherstellen, dass die nicht den einseitigen Rechtsanspruch haben, denn sonst würde unsere Gesellschaft im wahrsten Sinne des Wortes gefährdet werden. Also müssen wir hier entsprechend auch reagieren und dafür Sorge tragen, dass eben unsere Sicherheit und Ordnung und auch die öffentliche Ruhe auch da nicht gefährdet ist. Und ausgenommen von den neuen Bestimmungen zum persönlichen Feiertag sind grundsätzlich die Lehrer im Bund, weil sie einem völlig gänzlich anderen Regime unterliegen und daher auch gar nicht betroffen sind. Und natürlich muss man hier anmerken, dass auch im Einvernehmen mit allen Gewerkschaften diese Lösung zustande gekommen ist. Und weil sie sagen, na ja, das ist jetzt fürchterlich, weil jetzt gibt es nach wie vor die aufrechte Regelung aus dem Jahr 1954, die damals beschlossen worden ist, Herr Abgeordneter Loacker. Ja, wir stehen nach wie vor zu dieser Lösung, die wurde auch nicht vom EGH aufgehoben und wir finden es gut, dass auch in der Privatwirtschaft viele Betriebe in Regionen, wo es viele Protestanten gibt, ja auch ihren Angestellten ab mittagsgleich, ob Protestant oder Katholik, freigeben am Chorfreitag. Das ist eine freiwillige Möglichkeit für viele Unternehmen, die diese auch machen. Genauso gibt es die freiwillige Möglichkeit auch im Bundesdienst, in den Ministerien und wir halten uns an diese 54er-Regelung, dass man diese Möglichkeit auch in Zukunft für alle Beamten auch schaffen kann und nutzen kann und zwar für alle Konfessionen im Sinne einer Gleichstellung ab 12 Uhr am Karfreitag auch frei haben zu können. Darüber hinaus geht es natürlich auch um technische Anpassungen und gesetzliche Klarstellungen, die hier auch getroffen werden, die notwendig sind, was heute gar nicht angesprochen worden ist, zum Beispiel im Bereich der Nebentätigkeit, damit das auch entsprechend geklärt ist und es hier eine Rechtssicherheit gibt für die Sozialversicherungsträger und auch das neue elektronische Meldeverfahren, was wir hier auch sicherstellen und darüber hinaus auch in Paragraph 4 Absatz 1 beim Gehaltsgesetz wird jetzt endlich der Begriff uneheliches Kind durch eigenes Kind ersetzt. Das war im Wahrheit schon im Änderungsgesetz 2013 beschlossen und mit Wirksamkeit vom 31. Jänner 2013 wurde das beseitigt, ist aber nie sozusagen im Gehaltsgesetz formal vollzogen worden. Jetzt passiert es endlich, man wundert sich oftmals nur, dass Dinge so lange von einer Vorgängerregierung gar nicht vollzogen worden sind. Das tun wir jetzt. Und wenn es um die Behebung der Folgen eines IT-Gebrechens geht, nämlich eines technischen Gebrechens geht, so haben wir im Ausschuss nämlich auch die dafür zuständigen Beamten das glaube ich sehr klar auch erklärt. Und was geht es da? Im Zuge der logistischen Umsetzung des Gehaltsbeschlusses für den Bundesdienst müssen nach Abschluss der Gehaltsverhandlungen und eben rechtzeitig vor der Beschlussfassung im Parlament rund 5000 Gehaltsansätze im Dienstrecht valorisiert werden und diese Valorisierung folgt nach einem automatisierten System über den IT-Bereich und dabei wurde im Gesetzestext aufgrund einer schadhaften Software ein bestehender Satz gelöscht, der eigentlich nicht entfallen hätte sollen, denn bis Dezember 2018 war ja das Gesetz gültig und durch diesen IT-Fehler ist dieser Satz rausgerutscht und auf einmal hat sich etwas verändert, was gar nicht beabsichtigt gewesen ist und das reparieren wir jetzt. Ja, das ist genau der Hintergrund und trotz der etablierten Qualitätssicherung durch die Fachsektion, wo ja, Sie wissen, die Gewerkschaft öffentlicher Dienst, auch die Bundesbesoldung letztlich das überprüfen und auch die Qualitätssicherung das überprüft, ist es allen drei Bereichen nicht aufgefallen, sondern erst danach und jetzt geht es darum, das zu korrigieren und dieses Versehen ist eben mit der vorliegenden Novelle letztlich zeitnah zu beheben und genau darum geht es und wenn dann gesagt wird und ich gehe jetzt gar nicht auf die einzelnen Unterstellungen ein, ja, wir sind transparenter, Frau Kollegin Ildrim. Der Unterschied zwischen dieser Regierung und der Vorgängerregierung unter dem sozialistischen Bundeskanzler ist einfach der, dass wir nicht mehr auslagern, Beamte und Bedienstete und Mitarbeiter, sondern wir im Sinne einer Transparenz heute in den Kabinetten, in den Ministerien, auch die Generalsekretäre, die es vorher gesetzlich gegeben hat und als gesetzliche Möglichkeit gegeben hat, jetzt einsetzen und transparent auch das System der Kabinettsmitarbeiter sichtbar machen und nicht mehr Mitarbeiter auslagern, die früher Millionen Euro gekostet haben, aber gar nicht sichtbar gewesen sind. Und das ist genau, das ist genau der Unterschied, dass wir das ehrlich und transparent auch gestalten und nicht verstecken, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und wenn es dann um die Mitarbeiterbewertungen geht, dann sollten Sie einmal selber vielleicht bei der SPÖ Wien beim Stadtrat Hacker einmal nachfragen, wie so der in seinem Stadtratsbüro 26 Mitarbeiter braucht zum Thema, wenn Sie schon so effizient in Ihrer Darstellung immer wieder in den Raum stehen, dass mein Ministerium beispielsweise 25 Mitarbeiter hat, dann frage ich mich, wieso der Stadtrat Hacker 26 braucht bei völlig anderen Aufgaben, die da zu bewerkstelligen sind. Frau Abgeordnete, Sie sind am Wort, Sie haben noch vier Minuten, wenn Sie das schaffen... Und am Wort ist Melanie Erasim von der SPÖ. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher, Reparieren des Gesetzes in Bezug auf Generalsekretäre und eine Erweiterung des Karfreitagsmurks auf den Bundesdienst, das sind, wie schon eben erörtert, die Eckpfeiler dieses Gesetzes und an die Abgeordneten Ofenauer und Herberts. Es ist schon allerhand, dass Sie jetzt anscheinend selbst zum Nachrechnen beginnen, wie viel das, was Sie hier beschließen, auch in de facto kosten. Denn 57.000 Euro sind es, die pro Stelle hier anfallen, nicht pro Person, sondern die monatlichen Kosten inklusive Lohnnebenkosten, inklusive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und schön, dass Sie vielleicht jetzt munter werden und draufkommen, dass das horrende Summen sind. Geschätzter Minister, es ist schön, wenn Sie von Transparenz reden, aber Stellen ohne jegliche Ausschreibung zu besetzen, ist aus unserer sozialdemokratischer Sicht alles andere als transparent. Und ich möchte, während meine Kollegin Ildirim auf die Generalsekretäre eingegangen ist, noch auf den Karfreitag eingehen und stelle hier nochmal die Frage in den Raum, was ist der Karfreitag eigentlich? Am Karfreitag gedenken Christen auf der ganzen Welt dem Leiden und Sterben Jesu Christi. Für evangelische Gläubige und Altkatholiken der höchste kirchliche Feiertag des Jahres. Doch durch Ihre Vorgehensweise, durch die Vorgehensweise der türkisblauen Regierung ist dieser Karfreitag zu einem Symbol arbeitnehmerinnenfeindlicher Politik geworden. Ein Symbol Ihrer Politik, bei der Minderheitenrechte nicht gewahrt werden und Arbeitszeitenverlängerungen am laufenden Band produziert werden. Sie hatten eine wirkliche Chance, Sie hatten eine wirkliche Chance hier den klaren Empfehlungen des EuGH zu folgen und diesen Feiertag für alle gleichermaßen zu gewähren. Doch Sie folgen eins zu eins den Empfehlungen des Handelsverbandes und haben sich für die schlechterste aller Varianten entschieden. Sie streichen für alle Evangel- und Altkatholiken diesen Feiertag und gewähren aber weiterhin Privilegien für viele andere. Denn eins ist schon allerhand und jetzt geht es um das Beamtendienstrecht. Sie beschließen diese Katastrophenregelung und setzen aber sofort in der Ausschussdebatte dazu, dass Sie als Minister gegen Ihre eigene gesetzliche Regelung mittels Erlässe vorgehen werden und einerseits den Feiertag streichen, aber andererseits die Privilegien für eine gewählige wenige wieder belassen. Und ich sage Ihnen eins, Herr Minister, ich gönne jeden Arbeitnehmer und jeder Arbeitnehmerin jede zusätzlich freie Stunde. Doch für gläubige Minderheiten einen Feiertag wegzunehmen und für einzelne Berufsgruppen Sonderregelungen zu gewähren, ist an Doppelmoral nicht zu überbieten. Und das, was Sie in Ihrer Kampagne zur Arbeiterkammer machen, Sie diffamieren diese Kammer, die ihr 365 Tage im Jahr für Arbeitnehmerinnenrechte da ist, die dafür sorgen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genau gegen diese Vorgehensweisen hier auch ihr Recht stärken können. Sie als FPÖ diffamieren Sie in Schmutzkübeln Kampagnen. Frau Abgeordnete, ich muss Sie um den Schlusssatz bitten, weil wir sind gleich fertig. Ihnen geht es um Privilegien, um Millionen für Generalsekretäre, um Millionen für aufgeblähte Ministerinnen und Ministerbüros. Geben Sie denen etwas zurück, die nämlich wirklich für den Reichtum Österreichs verantwortlich sind, nämlich den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ich unterbreche nun die Verhandlung über den Tagesordnungspunkt 9, damit das Verlangen einer dringlichen Antragsgemäß der Geschäftsordnung um 15 Uhr stattfinden kann. Die Abstimmung wird nach der dringlichen verlegt. Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, die aktuelle Sitzung ist jetzt unterbrochen und es geht weiter mit einem dringlichen Antrag der SPÖ und zwar geht es da um die staatliche Finanzierung der Pflege. Die SPÖ fordert in diesem dringlichen Antrag an Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein die staatliche Finanzierung der Pflege in der Zukunft. Neben einem staatlichen Pflegegarantiefonds fordert die SPÖ auch Anspruch auf Pflegekarenz und Teilzeit sowie österreichweit einheitliche Standards. Wer Pflege braucht, soll Pflege auch bekommen, heißt es in dem Antrag. Die Regierung müsse anhand dieses Antrags erkennen, bekennen, pardon, ob sie die Pflege für alle absichern oder durch die Hintertür eine Pflegeversicherung einführen wolle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße auf der Regierungsbank Bundeskanzler und Vizekanzler und den Minister. Wir gelangen zur dringlichen Behandlung des selbstständigen Antrags 666 durch AE. Da dieser inzwischen allen Abgeordneten auch zugegangen ist, er übrigt sich eine Verlesung durch den Schriftführer und ich darf den nunmehr, ist das jetzt richtiger jetzt, nunmehr der Frau Klub, ob Frau Rende-Wagner, bei mir war noch etwas anderes eingetragen. Darum habe ich zweimal schauen müssen. Der Frau Klub, ob man Rende-Wagner das Wort, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Bundeskanzler, sehr geehrte Bundesregierung, hohes Haus und sehr geehrte Damen und Herren. Ja, wir haben heute einen dringlichen Antrag zur Pflegefinanzierung eingebracht. Warum? Weil wir Klarheit wollen. Klarheit und wir wollen, dass FPÖ und ÖVP die Bundesregierung hier endlich Farbe bekennt. Denn die Frage ist, können sich alle Menschen in Zukunft in Österreich darauf verlassen, bei höchster Qualität gepflegt zu werden? Können Sie sich sicher sein, dass die Finanzierung der Pflege keine neuen Belastungen, finanzielle Belastungen für Sie selbst mitbringt? Oder wird die Pflegefinanzierung künftig mit einer sogenannten Pflegeversicherung zu einem weiteren schwarz-blauen Belastungspaket für die Menschen? Ja, die diesbezüglichen Widersprüche innerhalb der Koalition in den letzten Wochen und Monaten verunsichern die Menschen jeden Tag mehr. Denn was die Menschen verdient haben, ist Gewissheit, ist Klarheit, dass jemand sie im Bedarfsfall, im Pflegefall auf sie schaut, sie pflegt und die Angehörigen bestmöglich unterstützt. Es ist eine sichere und verlässliche Pflege in allen Lebenslagen, die sich Menschen wünschen, für sich selbst und natürlich auch für ihre Angehörigen. Und Herr Bundeskanzler, schauen wir uns an, was Sie in Ihrem Regierungsprogramm hier niedergeschrieben haben. Ich glaube, Sie bekennen sich da ganz klar in Sachen Pflege zu einer Steuerfinanzierung aus einer Hand. Sehr geehrte Damen und Herren der ÖVP und FPÖ, da können wir nur zustimmen. Und glauben Sie mir, ich glaube, das wird in dieser Legislaturperiode nicht sehr oft passieren, dass ich Sie auffordere, zu Ihrem Regierungsprogramm, zumindest was diesen Punkt betrifft, zu stehen. Die ÖVP hat hier in den letzten Wochen und Monaten durch ihre Aussagen aber erkennen lassen, dass sie offenbar andere Pläne hat, als im Regierungsprogramm steht und offenbar andere Pläne als der Koalitionspartner FPÖ. Und ich erinnere mich, dass auch Sie, Herr Bundeskanzler, in einem Interview am 15. Dezember letzten Jahres die Pflegeversicherung noch als ein Modell bezeichnet haben, dass Sie sich grundsätzlich gut vorstellen können. Oder ich erinnere mich auch an August Wöginger, den Klubobmann der letzte Woche, wir waren alle gemeinsam am Pflegegipfel, den Frau Bundesministerin Hartinger gegeben hat. Und August Wöginger hat dort gesagt, man müsse bezüglich einer Pflegeversicherung offen sein. Erstens weiß niemand zu Recht, was sich hinter dem Wort Pflegeversicherung verbergen soll. Und ich frage mich auch, was die FPÖ dazu sagt. Ja, die tendieren doch deutlich, das war am Donnerstag am Pflegegipfel auch zu hören, doch Richtung steuerfinanziertem Pflegesystem. Sehr konkret war es allerdings auch nicht am Ende des Tages. Und ein paar Hintertüren sind doch auch hier offen geblieben. Es ist in Aussage und Definition weit von einer Klarheit entfernt. Und ich frage mich auch, sehr geehrte Abgeordnete der FPÖ und der ÖVP, haben Sie sich hier doch von Ihrem Regierungsprogramm ausnahmsweise verabschiedet? Das wollen wir heute erörtern. Worum geht es? Es geht um eine klare Aussage. Es geht darum, dieses Thema und die Entscheidung dazu nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern klare und schnelle Lösungen zu produzieren. Denn die Anforderungen steigen, die Herausforderung steigt von Tag zu Tag. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, denn dahinter steckt, dass wir alle immer älter werden. Die absolute Lebenserwartung steigt. Die Gesundheitsversorgung hat offenbar was richtig gemacht in den letzten Jahrzehnten. Das ist gut so, aber damit steigt natürlich die Herausforderung an Politik und Gesellschaft, die Pflege in unserem Land für alle und in Würde zu meistern. Ja, und ich glaube, es wird Ihnen nicht gelingen, qualitativ hochwertige Pflege zu sichern, wenn das Fundament dafür, nämlich ein einheitliches und sicheres Finanzierungskonzept, fehlt. Wir haben dazu bisher keine klare Aussage, bis auf Ihr Regierungsprogramm und viele mündliche Entfernungen davon. Und die Frage ist, was gilt nun? Gilt das schwarz-blaue Regierungsprogramm? Gilt, was die ÖVP sagt? Und übrigens, das schwarz-blaue Regierungsprogramm in den letzten 15 Monaten war sowas wie die Bibel der Regierung. Und ich frage mich, wo das Glaubensbekenntnis jetzt ist, wenn es um das Thema der Pflegefinanzierung geht. Was sagt die ÖVP dazu? Was sagt die FPÖ dazu? Oder ist es erneut ein Versuch durch Tarnen und Täuschen, ein Belastungspaket für die Österreicherinnen und Österreicher vorzubereiten? Ja, die Herausforderungen für eine gute, qualitative Pflege steigen von Tag zu Tag. Aber wir alle müssen als Gesellschaft, als Politik, als Individuen diese Herausforderung meistern, weil sie betrifft uns selbst früher oder später und indirekt durch die Pflege unserer Angehörigen. Wir alle wissen, dass eine gesicherte Finanzierung möglich ist, wenn der politische Wille dazu da ist. Und das Geld ist auch da, weil wir sehen, was sie dazu in den letzten Monaten ausgegeben haben. Wir sehen, wie viel sie für PR und Marketing ihrer Kabinette ausgeben, wie viel die Generalsekretäre, die ohne Ausschreibung hier in alle Ministerien gesetzt wurden, kosten. und das Geld ist also da. Und wir sagen, verwenden wir dieses Geld für die Menschen in diesem Land. Und wenn wir über Pflege diskutieren, auch unter Experten, dann sollten wir darauf achten, dass wir Menschen, die Pflege benötigen, niemals als Problemfälle bezeichnen. Sie sind kein Problem unserer Gesellschaft. Sie gehören dazu, wie das Altern zum Leben dazugehört. Sie sind Menschen, die es verdient haben, gut und in Würde zu altern. Aber im Fall einer Pflegebedürftigkeit brauchen sie eben Unterstützung. Und auf diese Unterstützung müssen sich die Menschen selbst, die hier in diese Lagen geraten, und ihre Familien verlassen können. Und hier kommt die Politik ins Spiel. Es ist ganz einfach. Und erst vor ein paar Tagen gab es eine WIFO-Studie, die ganz aktuelle Daten hier auf den Tisch gelegt hat. Und sie sagt, bis 2030 werden gut 24.000 zusätzliche Pfleger und Pflegerinnen in Österreich benötigt werden. Eine hohe Zahl. Und bis 2050 sind es laut den Berechnungen doppelt so viele Pfleger und Pflegerinnen. Da muss man heute vorsorgen, um dieser Herausforderung zu begegnen. Und ich sage Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie die Menschen in diesem Land nicht allein. Sie benötigen unsere Unterstützung. Unterstützen wir jene Menschen, die ihre Angehörigen pflegen. Unterstützen wir jene, die in der mobilen Pflege arbeiten, die in der stationären Pflege arbeiten, in den Pflegeheimen. Zeigen wir Ihnen allen, den Angehörigen und den Berufstätigen in der Pflege, dass wir an ihrer Seite stehen. Und dass wir wissen, was Sie jeden Tag und vor allem auch in der Nacht. Pflege ist ein beinhartes Geschäft hier und eine beinharte Arbeit in der Nacht. Ja, zeigen wir Ihnen, dass wir hier an ihrer Seite stehen. Weil wir wertschätzen, dass Sie einen wichtigen Beitrag für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft leisten. Bei diesem Pflegegipfel letzte Woche am Donnerstag haben wir bereits diskutiert. Und ich habe dabei grob umrissen, was aus Sicht der Sozialdemokratie für die Pflegeversorgung der Zukunft notwendig ist. Aus unserer Sicht braucht es Verlässlichkeit und Sicherheit. Es braucht eine staatliche Finanzierung durch einen sogenannten Pflegegarantiefonds. Es braucht, und das gibt es bisher nicht, bundesweit einheitliche Rahmenvorgaben für Qualität. Und es braucht endlich eine systematische Unterstützung für alle Betroffenen und Angehörigen. Wozu? Wozu einheitliche Qualitätsvorgaben? Weil es derzeit in Österreich so ausschaut, dass wir neun unterschiedliche Pflegesysteme haben. Es hängt davon ab, ob Sie in Wien altern, in Niederösterreich oder in Tirol. Mit unterschiedlichen Qualitätsstandards vom Bundesland zu Bundesland. Ja, aber ich sage alle Österreicherinnen und Österreicher haben sich eine gute Pflege verdient in gleich hoher Qualität, egal wo. Und genau das können wir nur gewährleisten, wenn es eine stabile staatliche Pflegefinanzierung durch einen Pflegegarantiefonds gibt. Stichwort Pflege aus einem Topf, in dem Ländermittel und Bundesmittel hier zusammengefasst werden. Es darf nämlich keinen Unterschied machen, wie groß das Vermögen ist, das man hat, oder wie hoch die Pension ist, ob man in Tirol oder in Niederösterreich gepflegt wird. Und über diesen Pflegegarantiefonds, in dem wir alle Mittel, die es finanziell hier von Seiten des Staates gibt, in dem wir alle Mittel hier in einen Topf geben, können wir steuern, dass es in Österreich einheitliche Qualität in der Pflege gibt, bundesweit. Unsere Aufgabe und Ansage dafür ist ganz klar, das Geld muss dorthin fließen, wo auch die Qualität erreicht wird. Und wir müssen auch damit aufhören, in der Pflegedebatte so zu tun, es gäbe es nur die stationäre Pflege auf der einen Seite und die Pflege daheim auf der anderen. Menschen haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse, sie haben unterschiedliche Familien, unterschiedlich zugrunde liegende Erkrankungen, sie haben unterschiedliche Ressourcen. Und genauso flexibel, individuell und unterschiedlich müssen auch die Pflegemodelle werden, das sind sie derzeit nicht. Deswegen braucht es überall in Österreich gleich hohe Qualität angepasst an die jeweiligen Lebensrealitäten der zu Pflegenden und ihrer Familien. Das heißt, in dieser Pflegedebatte dürfen wir auch auf die Angehörigen nicht vergessen, auf die Familien selbst, die das wichtigste Umfeld für die zu Pflegenden sind. Denn jemand zu pflegen, selbst zu pflegen oder auch nur diese Pflege selbst zu organisieren, ist eine wahre Mammutaufgabe und ein behördlicher Hürdenlauf. Und deswegen müssen wir die Angehörigen hier vom ersten Tag an in dieser schwierigen emotionalen Situation unterstützen und begleiten durch bundesweit einheitliche Pflegeservice stellen. Und wir dürfen hier auf eines nicht vergessen, dass ein Drittel der pflegenden Angehörigen berufstätig sind. Und wir dürfen auch nicht darauf vergessen, dass es hier um 90 Prozent Frauen geht, die diese Doppelbelastung und oft Dreifachbelastung, weil es Kinder im Haushalt auch noch gibt, hier zu schultern haben. Die dadurch gezwungen werden, von einem Tag zum anderen aus ihrer Erwerbstätigkeit und Berufstätigkeit herauszusteigen, auf ihre Pensionsansprüche vielleicht hier zu verzichten. Ja, Frauen und Angehörige werden hier von einem Tag zum anderen aus ihrer Erwerbstätigkeit getränkt. Und dieses Engagement darf aber nicht abhängig sein von der Zustimmung oder dem Gutwill des Arbeitgebers. Das heißt, wir sagen, es reicht die reine Möglichkeit auf Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit nicht aus. Es braucht hier endlich einen Rechtsanspruch für alle Angehörigen. Und letzte Woche, am sogenannten Pflegegipfel, habe ich vor allem eine Frage gestellt, nachdem wir alle gut diskutiert haben, darüber besteht kein Zweifel. Und die zentrale Frage war, was passiert am Tag danach? Am Tag nach dem Pflegegipfel. Diesem Gipfel müssen nämlich endlich Taten folgen. Wir haben keine Zeit mehr. Diese Herausforderung wächst von Tag zu Tag und wird seit 15 Monaten auf die lange Bank geschoben. Denn erst im Oktober 2018 haben Sie, Herr Bundeskanzler, angekündigt, dass es bis Ende 2018 ein Pflegekonzept geben wird. Dezember 2018. Jetzt ist März 2019. Wir haben kein Pflegekonzept. Und erneut werden wir seitens der Bundesregierung auf das Jahresende 2019 vertröstet. Jeden Tag, an dem hier nichts passiert und keine Lösungen auf dem Tisch liegen, wird diese Herausforderung größer. Jeden Tag, an dem nichts passiert, verschärft sich das Problem. Und jeden Tag, an dem Sie sich, sehr geehrte FPÖ und ÖVP, uneinig sind, wie die Finanzierung abzusichern ist, steigt die Verunsicherung in der Bevölkerung. Die Menschen, und ich sage, das sind wir alle, wir alle sind von diesem Thema betroffen. Wir alle altern und werden gepflegt werden müssen. Menschen haben ein Recht darauf, eine Antwort und eine Verlässlichkeit seitens der Politik hier einzufordern. Ja, wir geben Ihnen heute die Möglichkeit, hier Farbe zu bekennen. Stehen Sie zu Ihrem eigenen Regierungsprogramm? Stehen Sie zu der dort festgeschriebenen Steuerfinanzierung der Pflege? Oder fallen Sie um? Bekennen Sie sich dazu, einer Pflegeversicherung eine Absage zu erteilen? Bekennen Sie sich dazu, ein Belastungspaket für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine klare Absage zu erteilen? Oder fallen Sie auch in dieser Frage um? Heute haben Sie die Möglichkeit zu zeigen, was Ihr Wort und Ihr Regierungsprogramm Ihnen wirklich wert ist. Wir und die Österreicherinnen und Österreicher werden Sie daran messen. Vielen Dank. Frau Müller-Rindy Wagner von der SPÖ fordert, die Regierung auf dem eigenen Regierungsprogramm zu entsprechen und ein deutliches Bekenntnis zur staatlichen Finanzierung der Pflege abzugeben und auf die Chefin der größten Oppositionspartei folgt nun der Regierungschef Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP. Herzlich willkommen. Zu Wort gemeldet sich hat sich der Bundeskanzler. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Schülerinnen und Schüler auf der Galerie, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Kollegen aus der Bundesregierung. Vielen Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen heute das Thema der Pflege zu diskutieren, das, wie Sie wissen, eins der drei Schwerpunktthemen der Bundesregierung in diesem Jahr 2019 ist. Wir haben uns ganz bewusst dieses Thema ausgewählt, neben dem Thema der Digitalisierung und der Steuerentlastung, weil wir der festen Überzeugung sind, dass es ein Thema ist, dem wir uns widmen müssen, wo es Luft nach oben gibt, wo es die Möglichkeit gibt, einiges zu verbessern, eine nachhaltige Finanzierung sicherzustellen und viele Menschen in Österreich zu unterstützen, die pflegebedürftig sind, aber auch diejenigen zu unterstützen, die als Pflege der Angehörige Verantwortung in unserer Gesellschaft übernehmen. Ich darf vielleicht einleitend kurz auf die Zahlen eingehen. Wir haben rund 450.000 pflegebedürftige Menschen in unserem Land. Wir haben rund 940.000 Angehörige, die pflegen und betreuen, die das teilweise in der Pension machen, teilweise aber neben dem Job, neben der Erwerbstätigkeit, die Unglaubliches leisten, die sich dank Anerkennung, aber auch Unterstützung seitens der Republik verdient haben. Und hinter jeder einzelnen Person steht ein Schicksal von jemandem, der pflegebedürftig geworden ist, von einem pflegenden Angehörigen, der vielleicht nicht weiß, wie er alles unter einen Hut bringen soll, Erwerbstätigkeit, Familie, Kinder und vielleicht pflegebedürftige Eltern. Hinter jeder einzelnen Zahl steht eine Person, die es schwer genug hat und die man nicht beneiden sollte. Ich weiß aus meiner eigenen Familie ganz genau, was das auslöst, wenn ein Mensch, der sich aufopfernd immer für die Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder eingesetzt hat, auf einmal auf Unterstützung und Hilfe angewiesen ist, was das bei diesen Menschen auslöst, was das aber auch bei den Kindern und Enkelkindern auslöst, was sich ändert für die Angehörigen, die auf einmal eine sehr große Verantwortung übertragen bekommen. Und gerade deshalb würde ich bitten, nutzen Sie dieses Thema nicht, um Ängste zu schüren. Es eignet sich nicht dafür. Wir haben 450.000 pflegebedürftige Menschen, die auf ein funktionierendes System angewiesen sind. Wir können als Republik dankbar sein, was hier geleistet wird, vom Pflegepersonal, aber auch von den Angehörigen, die pflegen und betreuen. Und diejenigen, die pflegebedürftig sind und ihr Leben lang in unserem Land gearbeitet haben, etwas geleistet haben und diesem Lebensrisiko jetzt in der Pension ausgesetzt sind, die verdienen auch unsere Unterstützung. Was all diese Menschen verbindet, ist, dass sie verbindet, dass nicht auf ihre Kosten Politik gemacht werden sollte, dass nicht Ängste geschürt werden sollten, über die sie vielleicht nachdenken, obwohl sie sich mit anderen Themen beschäftigen sollten. Und sie verdienen es nicht, dass da mit Balei politisches Kleingeld geschlagen wird. Wenn Sie, Frau Kluppopoer, heute sagen, jeder Tag, an dem nichts passiert, macht das Problem größer, dann muss ich nur zusammenfassend sagen, ich wollte heute eigentlich bei der Rede niemandem einen Vorwurf machen, nicht mit dem Finger darauf zeigen, wer das System geschaffen hat oder wer vielleicht schuld daran ist, dass man etwas verändern muss. Aber wenn Sie schon sagen, jeder Tag, an dem nichts passiert, macht das Problem größer, muss ich schon einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass für dieses System die Sozialdemokratie verantwortlich ist. Zehn Jahre lang sozialdemokratische zuständige Minister, die genau dieses System geschaffen haben. Und ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass dieses System furchtbar grauenhaft und schlecht ist. Und dass jeder Tag, an dem dieses System so weiter besteht, ein Riesenproblem darstellt. Aber ich glaube sehr wohl, dass wir es besser machen können. Und wir haben daher als Bundesregierung den Anspruch, es zu verbessern, pflegende Angehörige zu unterstützen, zu stärken, ihnen das Leben leichter zu machen, eine nachhaltige Finanzierung zu gewährleisten, dass Pflege nicht nur heute, sondern auch morgen und in den nächsten Jahrzehnten möglich ist. Und einfach sicherzustellen, dass diejenigen, die pflegen oder die pflegebedürftig sind, sich sicher sein können, dass sie die maximale Unterstützung seitens der Republik erhalten. Was wollen wir also tun? Nachdem es ein sehr sensibles Thema ist, haben wir uns ganz bewusst dazu entschieden, einen ordentlichen Dialog mit allen Stakeholdern zu führen. Mit den Ländern, mit den Gemeinden, mit pflegenden Angehörigen, mit Personen, die im Pflegebereich arbeiten und Expertinnen und Experten sind. Ich darf mich ganz herzlich bei unserer zuständigen Ministerin Beate Hartinger-Klein dafür bedanken, dass sie diesen Prozess aufgesetzt hat und hier einen breiten Dialog möglich macht. Ich darf mich bei Josef Moser bedanken, dass er noch aus seiner Zeit im Rechnungshof sehr viel an Expertise einbringt, wo das System auch effizienter und funktionaler gemacht werden kann. Und ich darf vielleicht ganz kurz, nur um Sicherheit zu geben und nicht Ängste zu schüren oder zu verunsichern, darauf eingehen, was unser Ziel ist. Zum Ersten, pflegende Angehörige besser unterstützen. Diese Menschen haben unsere Unterstützung verdient. Sie bekommen heute schon Unterstützung seitens der Republik, aber wir wollen diese Unterstützung weiter ausbauen, um vor allem ein Altern in Würde zu Hause bei möglichst vielen Menschen auch sicherzustellen. Zweites Ziel, eine bessere Organisation der Pflege, ein bedarfsorientierteres Angebot. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Pflege, von der Pflege zu Hause bis zum Heim, Zwischenstufen wie Tagesbetreuungsstätten oder auch die Möglichkeit der mobilen Pflege. Das wollen wir bestmöglich aufstellen, dass es zum einen möglichst sicherstellt, dass das Steuergeld bestmöglich eingesetzt ist, zum anderen aber auch eine bestmögliche Betreuung gewährleistet ist. Und zum Dritten, eine ordentliche Ausbildung des Pflegepersonals, weil es wichtig ist, dass neben den pflegenden und betreuenden Angehörigen natürlich wir auch professionelle Pflegerinnen und Pfleger haben, die die Angehörigen unterstützen, die aber auch im Pflegeheim eine ganz wesentliche Aufgabe in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Das sind drei Hauptpunkte, an denen wir arbeiten. Und darüber hinaus stellt sich natürlich, und das haben Sie richtig angesprochen, die Frage der Pflegefinanzierung. Hier wäre unsere Bitte, dass man unideologisch an dieses Thema herangeht, dass man nicht versucht sofort das eine oder andere System auszuschließen oder schlecht zu machen. Wir schauen uns gerade weltweit alle unterschiedlichen Systeme an und versuchen das bestmögliche System für Österreich zu finden, damit wir sicherstellen können, dass eine nachhaltige Finanzierung der Pflege gewährleistet wird. Was ich Ihnen heute versprechen kann, ist, dass wir als Bundesregierung die Steuer- und Abgabenbelastung senken. Es wird also sichergestellt sein, dass nach unserer Regierungszeit die Menschen in unserem Land weniger Steuern und Abgaben bezahlen als vor unserer Regierungstätigkeit. Und daher darf ich zum Abschluss eine Einladung aussprechen. Es gibt einen sehr gut aufgesetzten Prozess, wo wir ganz bewusst den Dialog mit unterschiedlichen Stakeholdern führen wollen, wo wir unterschiedliche Meinungen einholen wollen, um dann unideologisch und einfach ganz pragmatisch die besten Ideen auszuwählen. Ich lade Sie ein, sehr geehrte Damen und Herren von der Opposition, beteiligen Sie sich an diesem Prozess, arbeiten Sie bei diesem sensiblen und wichtigen Thema konstruktiv mit und ich bitte Sie zum Abschluss, nutzen Sie dieses Thema nicht, um Ängste in der Bevölkerung zu schüren. Vielen Dank. Bundeskanzler Kurz betont, die Regierung bemühe sich um das beste und nachhaltigste Pflegesystem für das Land. Die Opposition forderte auf, dieses Thema nicht für Panikmache zu missbrauchen. Und am Wort ist von der SPÖ Josef Muchitsch. Wir gehen dem nach, was es ist. Zu Wort gemeldet hat sich in der Debatte eingangs der Abgeordnete Muchitsch. Der Abgeordnete Muchitsch darf darauf aufmerksam machen, dass die Redezeit nunmehr 10 Minuten beträgt maximal und jeder Fraktion 25 Minuten zustehen. Bitte sehr. Herr Präsident, Herr Bundeskanzler, geschätzte Regierungsmitglieder, ein Thema, wo wir eigentlich keinen Populismus brauchen würden, Herr Bundeskanzler. Pflege geht uns alle an. Warum geht es uns alle an? Weil es niemanden oder niemand ist davor gefeit, dass sich dieses Thema mal selbst ereilt. Und wie die Zahlen schon klar für sich sprechen, 460.000 Menschen, über 900.000 Angehörige, die sich mit diesem Thema befassen. Und ich glaube, jeder hier in diesem Raum hat in seinem Umfeld, in seiner Familie mit Pflege aktuell heute auch zu tun. Und in meinem Fall ist es meine Schwester, die meine Mutter seit dem 24. Jänner rund um die hat betreut. Und diesen Menschen, die das wirklich tagtäglich tun, höchsten Respekt und große Anerkennung und Dankbarkeit, dass sie das so tun. Und Herr Bundeskanzler, es geht wirklich nicht um Angstmache. Es geht darum, dass wir heute wissen, dass wir 440.000, Sie sagen 450.000 Menschen in Pflege haben. Und 460.000, das heißt, die Zahlen sind ja nicht aktuell adaptiert. Aber Fakt ist, das sagen alle voraus, dass wir in elf Jahren, 2030, also 2030, 600.000 Menschen in Pflege haben. Und deswegen ist es schon wichtig, ein durchaus gut funktionierendes System auch weiterzuentwickeln. Und ich möchte das jetzige nicht schlecht drehen. Ich möchte nur eines sagen. Wir müssen dieses System weiterentwickeln. Und das ist die Botschaft. Und Fakt ist, dass das Thema Pflege in der Vergangenheit ganz klar eine rote Handschrift trägt. Ob das das Pflegegeld war mit 1993, ob das die Einführung des Pflegefonds 2011 war, ob das die Pflegekarenz war, alles unter sozialdemokratischen Bundesministern. Und wissen Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, am 21. März, Frau Bundesministerin, durfte ich auch dabei sein bei diesem Pflegegipfel. Und ich habe dort durchaus von allen politischen Vertretern eine Einigkeit gehört. Und ich habe auch genau zugehört, was vor allem August Wöginger und Walter Rosenkranz gesagt haben. Und gerade beim Walter Rosenkranz war es der 21. März um 10.18 Uhr, wie er sich eindeutig gegen eine Pflegeversicherung ausgesprochen hat. Wie er eindeutig gesagt hat, das, was in Deutschland schon gescheitert ist, brauchen wir in Österreich nicht noch einmal probieren. Und wir werden die FPÖ diesbezüglich beim Wort nehmen. Lieber Walter Rosenkranz, du hast ganz klar gesagt, kein Crashtest in Pflege in Österreich, keine Pflegeversicherung. Und umso mehr verstehe ich dann nicht den Widerspruch, der hier in dieser Regierung herrscht, wenn dann der August Wöginger sagt, wir müssen uns andere Modelle anschauen. Wenn der Bundeskanzler zurückrudert in einer APA-Meldung am 15. März und sagt, man muss sich schon andere Systeme auch noch anschauen. Sie haben ein klares Bekenntnis dafür abgelegt im Koalitionsabkommen auf der Seite 119, ein staatlich finanziertes Pflegesystem. Bitte stehen Sie dazu, stehen Sie dazu und rudern Sie nicht jetzt wieder zurück. Und wenn Sie schon angesprochen haben, Herr Bundeskanzler, die Einladung zur Zusammenarbeit. Wir merken diese Einladung leider nicht. Am 20. März im Sozialausschuss haben wir als SPÖ genau das eingebracht, was Sie an die vier Punkten heute gebracht haben. Herr Bundeskanzler, Sie haben drei Hauptziele formuliert. Dann bin ich ja schon fertig. Drei Hauptziele formuliert. Pflegende noch besser unterstützen. Bedarfsorientiertes Angebot aufstellen. Ausbildung des Pflegepersonal. Das sind die drei Hauptpunkte der Bundesregierung. Wir als SPÖ haben all diese Ziele formuliert. Sie haben dem nicht zugestimmt. Sie haben es wieder vertagt. Und jetzt besteht heute eine riesengroße Chance. Eine riesengroße Chance. Wir haben ein Koalitionsabkommen auf der Seite 119, wo Sie sich ganz klar dagegen aussprechen. Wir können heute alle hier in diesem Hohen Haus gemeinsam den ersten Pflock einschlagen. Gemeinsam den ersten Pflock einschlagen, wo wir sagen, wir wollen keine Angst machen. Wir wollen keine Verunsicherung aussüllen. Wir stehen alle Parteien hier in diesem Parlament für ein staatlich finanziertes Pflegesystem. Wenn Sie dazu stehen, stimmen Sie heute den SPÖ-Entschließungsantrag zu. Applaus Sagt Josef Muchitsch von der SPÖ. Und am Wort ist jetzt der Klub-Obmann der Volkspartei, August Wirginger. Applaus Wie hätten Sie es denn gerne? Die Frau Kollegin Randy Wagner geht heraus und sagt, was passiert am Tag danach? Es ist furchtbar. Es ist dringend notwendig zu handeln. Der Kollege Muchitsch geht heraus und sagt, es trägt alles die sozialdemokratische Handschrift und alle Errungenschaften sind auf die Sozialdemokratie zurückzuwehren. Also liebe Kolleginnen und Kollegen, hier wird wieder sichtbar, sogar in den eigenen Reihen der SPÖ innerhalb von drei Sitzungsbänken, wie unterschiedlich die Meinungen sind. Da habe ich den Herrn Toskotzil aus dem Burgenland noch gar nicht erwähnt. Applaus Aber Frau Kollegin Randy Wagner, eines muss man schon hinterfragen. Wo war die SPÖ wirklich in den letzten elf Jahren? Angeblich im Gesundheitsressort und auch im Sozialressort. Zumindest war das die Situation. Und jetzt sagen Sie, was passiert am Tag danach? Weil diese Bundesregierung die Pflege als Schwerpunktthema festsetzt. Weil wir wissen, es liegen uns die Menschen, die zu Hause betreut und gepflegt werden, es liegen uns die Menschen, die diese Betreuung und Pflege auch machen. Das liegt uns am Herzen und deshalb ist es ein Schwerpunktthema dieser Bundesregierung. Neben zwei anderen wichtigen Themen. Im Dezember einen Ministerratsvortrag sozusagen verabschiedet, der genau diese Punkte auch beinhaltet. Und dann kommen Sie hier heraus und sagen, was passiert jetzt am Tag danach? Weil dankenswerterweise die Sozialministerin letzten Donnerstag einen breiten Diskussionsprozess gestartet hat. Und wir wollen einen breiten Diskussionsprozess. Warum? Weil wir Bund, Länder, Gemeinden, die pflegenden Angehörigen, das Pflegepersonal, alle, die mit der Pflege letzten Endes auch konfrontiert sind und zu tun haben, weil wir alle einbinden wollen. Das ist der neue Stil dieser Bundesregierung. Wir binden die Menschen ein beim Thema Pflege. Und deshalb stellen wir es auf einen breiten Diskussionsprozess. Und wir haben derzeit 6,5 Milliarden Euro insgesamt im Pflegesystem. Bund, Länder, Gemeinden. Wir sind zuständig für Pflegegeld, Pflegefonds, 24-Stunden-Betreuung und sozusagen auch für den Teil, den wir mitgestalten auch im Finanzausgleich. Die Gemeinden und die Bundesländer sind zuständig, vor allem auch vor Ort, für die mobile Betreuung, für die Heimpflege. Und auch der Eigenanteil jener Menschen, die in den Heimen sind, beträgt derzeit rund eine Milliarde. Also 6,5 Milliarden sind sozusagen insgesamt im Pflegesystem. Und unser Grundsatz, der Grundsatz dieser Bundesregierung lautet, daheim vor stationär. Über 80 Prozent der zu Pflege, und das sind rund 460.000 Menschen in Österreich, rund 5 Prozent der Gesamtbevölkerung, werden zu Hause betreut und gepflegt. Und es gilt unser Respekt, unsere Wertschätzung und unsere Hochachtung gegenüber den pflegenden Angehörigen, die hier eine ganz wertvolle Arbeit innerhalb unserer Gesellschaft leisten. Und daher wollen wir hier auch bestmöglich unterstützen. Da geht es zum Beispiel auch um die Frage der Anrechnung der Pensionszeiten. Wir haben hier bereits ein Modell ab der Pflegestufe 3 mit 50 Prozent. Viele wissen das gar nicht in der Bevölkerung. Ab der Viererstufe werden 100... Frau Kollegin Heini-Schossig, ich habe ja nicht gesagt, dass alles schlecht ist. Ihr selber sagt ja, es ist alles so furchtbar. Und jetzt muss alles auf der Stelle geändert werden. Wir haben das nicht gesagt. Ich frage Klubob, Frau Rendi-Wagner geht heraus und sagt, in der Pflege besteht dringender Handlungsbedarf, weil das und das und das nicht passt. Ich sage nicht, dass alles schlecht ist in der Pflege. Ich glaube, dass wir durchaus auch gute Modelle in Österreich derzeit haben. Aber wir wollen es weiterentwickeln. Wir wollen es weiterentwickeln und noch eine bessere Unterstützung jenen geben, die diese Betreuung und Pflege zu Hause auch machen. Und es besteht natürlich ein Unterschied. Wir müssen genau hinschauen, was ist Betreuung und was ist auch wirklich Pflege. Und das wollen wir auch in der Struktur und Organisation herausarbeiten. Das Pflegepersonal. Es geht darum, auch die Lücke zu schließen zwischen den 15- und 17-Jährigen. Dass man bald auch einsteigen kann, letzten Endes in eine Ausbildungsschiene. Es geht um die Frage, wie wir Wiedereinsteigerinnen auch für diesen durchaus herausfordernden Beruf auch gewinnen können. Weil wir natürlich in der Zukunft auch mehr Pflegepersonal benötigen. Die Frage der Digitalisierung ist ein wesentlicher Bestand. Das ist ja auch kein Schwerpunktthema dieser Bundesregierung. Und es gehört die Deregulierung dazu. Als langjähriger Betriebsrat des Roten Kreuzes, wo wir ungefähr 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegebereich haben, weiß ich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft gar keine Zeit mehr haben für die Patientinnen, sondern die Dokumentationspflichten ausgeufert sind in den letzten Jahren. Und wir müssen auch die Kontrollsysteme dort, wo doppelt letzten Endes gemoppelt wird, da müssen wir auch deregulieren. Das ist auch unsere Aufgabe, hier auch tätig zu werden. Und dann, meine Damen und Herren, dann stellen wir uns der Frage der Finanzierung. Und weil jetzt immer wieder zitiert wird. Und ich meine, was habe ich gesagt letzten Donnerstag? Dass die Ministerin diesbezüglich eine Studie in Auftrag gegeben hat. Und ist es nicht legitim, dass wir mal diese Studie abwarten, wenn wir 6,5 Milliarden insgesamt im System haben? Und eine Frage ganz offen. Was ist denn falsch daran, dass wir uns einfach auch Modelle, die es europaweit gibt, einfach einmal ansehen, auch als politisch Verantwortliche in Österreich und einfach einmal abwägen, ist das sinnvoll oder nicht? Oder wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und mehr habe ich nicht gesagt. Also jetzt sozusagen herzugehen und uns einzubetonieren oder einzementieren wollen, das halte ich für falsch, meine Damen und Herren. Wir starten einen offenen Diskussionsprozess und wir warten die Ergebnisse dieser Studie natürlich ab, damit wir die beste Lösung letzten Endes für die Österreicherinnen und Österreicher auch anbieten können und auch umsetzen können. Das ist unser Zugang. Letzten Endes auch fast die Frage der Finanzierung anbelangt. Meine Damen und Herren, wir haben uns dieses Schwerpunktthema gesetzt. Der Start ist mit der Auftaktveranstaltung sehr gelungen. Wir treten jetzt in einen breiten Diskussionsprozess ein und laden alle, die mit der Pflege in Verbindung stehen, auch ein. Und immerhin sind das rund eine Million Menschen, die zu den pflegenden Angehörigen gehören und 460.000 Menschen beziehen Pflegegeld in Österreich. Ich lade Sie ein, auch namens der Volkspartei, sich an diesem Diskussionsprozess zu beteiligen. Der Ministerratsvortrag wurde im Dezember verabschiedet. Da ist die Grundausrichtung der wesentlichen Punkte beinhaltet. Der brauche ich nicht im März im Sozialausschuss einen Antrag beschließen, der schon im Dezember durch den Ministerrat gegangen ist. Und ich bitte Sie, sich an der Diskussion zu beteiligen und keine Ängste zu schüren und die Propaganda hinten anzustellen. Das wäre wichtig bei dem Thema. Die Regierung ladet zu einem breit aufgestellten Diskussionsprozess zum Thema Pflege einsagt der Klubobmann der ÖVP, August Wöginger, und vom Koalitionspartner FPÖ, Petra Wagner, jetzt am Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, hohes Haus. Jetzt stehe ich vor Ihnen und versuche für mich persönlich einzuordnen, was hier gerade passiert. Bei einem Thema, das uns alle angeht. Und ich bin mir ziemlich sicher, meine Damen und Herren, dass wir alle dasselbe wollen. Nämlich sicherzustellen, dass jeder, der pflegebedürftig ist, auch die Betreuung und Pflege bekommt, die er braucht. Und trotzdem scheint es nicht möglich zu sein, dass wir für die Sache an einem Strang ziehen. Unsere Kräfte bündeln und gemeinsam das Bestmögliche für jene schaffen, für die wir hier arbeiten. Nämlich für unsere Österreicherinnen und für unsere Österreicher. Denn was passiert? Während die Bundesregierung an einem Masterplan Pflege arbeitet, fühlen sich offenbar immer wieder einzelne Parteivertreter bemüßigt, mit mehr oder weniger ausgegorenen Ideen oder Konzepten vorzubrechen. Und ich muss sagen, vorrangig jene Vertreter der Opposition, deren Sozialminister es bis vor kurzem noch selbst in der Hand gehabt hätten, mit Taten statt mit Ankündigungen zu überzeugen. Aber offenbar ist eben manchen ein rascher medialer Aufmerksamkeitserfolg wichtiger als konstruktive Zusammenarbeit. Und das ist schade, meine Damen und Herren. Denn die Bundesregierung, allen voran unsere Bundesministerin, hat mit ihrem Dialogforum erst vor kurzem bewiesen, dass sie an einer gemeinsamen Arbeit im breiten Rahmen interessiert ist. Es heißt, die alte Baustelle Pflege aufräumen. Und zwar lieber gestern als heute. Aber sind wir uns ehrlich, die Probleme, die wir jetzt im Bereich Pflege haben, sind nicht erst vor kurzem aufgetaucht und bekannt geworden. Sie wurden nur viel zu lange vor sich hergeschoben. Und darum drängt die Zeit, um eine gute Lösung zu finden. Da gebe ich Ihnen recht. Es soll sich kein Mensch die Frage stellen müssen, was passiert, wenn ich Pflege brauche? Ist jemand da, der mich pflegt und kann ich mir die Pflege leisten? Und genau das ist unsere Aufgabe, meine Damen und Herren, den Menschen diese Sorgen zu nehmen. Diese Bundesregierung ist sich der Verantwortung bewusst. Und wir stellen uns diese Aufgabe und wir packen es an. Wir arbeiten an einer ganzheitlichen Lösung. Wir arbeiten am Masterplan Pflege. Es wurden ja auch bereits wichtige Schritte gesetzt. Etwa die Sicherstellung der Finanzierung des entfallenen Pflegeregresses. Damit Pflegebedürftige und ihre Angehörigen auch weiterhin keine Angst um das eigene Ersparte haben müssen. Auch mit einem neuen Gütesiegel für Vermittlungsagenturen wurde ein wichtiger Schritt zur Qualitätssicherung in der 24-Stunden-Betreuung gesetzt. Die längst überfällige Erhöhung des Pflegegeldes ist paktiert. Und auch eine neue Pflegehotline wird den Betroffenen als Unterstützung angeboten. Das sind schon erste Schritte in die richtige Richtung. Und ich würde mir wünschen, dass diese Bundesregierung und unsere Sozialministerin bei ihrer Arbeit, um Lösungen zu finden, die bestmögliche Unterstützung aller bekommt. Weil es bei der Pflege um mehr als um Parteipolitik geht. Es geht um die Pflegezukunft der Menschen, für die wir hier sitzen. Jene Menschen, die sich darauf verlassen, dass wir für sie die besten Lösungen finden. Und das, meine Damen und Herren, tun wir auch. Dankeschön. Der Pflegegipfel letzte Woche sei Beweis dafür, wie ernst es Gesundheitsministerin Hartinger-Klein mit dem breiten Dialog beim Thema Pflege meine, sagt deren Parteikollegin Petra Wagner. Und jetzt am Wort Gerald Lorca, NEOS. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung. Ja, es wäre nicht Österreich, wenn nicht die Dinosaurierparteien ÖVP, SPÖ und FPÖ über die Finanzierungskonzepte zuerst sprechen würden, bevor sie über effiziente Modelle der Pflegestrukturen sprechen. Und dann wird ja auch gleich eine Festlegung getroffen. Man hat sich im Rahmen des Pflegeforums des Sozialministeriums gleich festgelegt, was alles ganz sicher nicht in Frage kommt. Es kommt nicht in Frage eine Versicherungslösung. Und zwar das zieht sich ja durch von der SPÖ bis hin zur Wirtschaftskammer. Der Gleitsmann hat auch gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Man hat sich gleich einmal einzementiert, bevor man überhaupt darüber nachgedacht hat, was ein Pflegesystem leisten soll. Was es können soll, was es bieten soll. Und nachher zu überlegen, wenn es das können soll, dann organisieren wir das so und dann finanzieren wir es in einem dritten Schritt. Wenn wir bis 2060 mit einer Verdoppelung der Pflegeausgaben rechnen müssen, dann werden Sie mit dem Zugang, den Sie hier gewählt haben, nicht weit hüpfen. Und da kann der Herr Bundeskanzler das Wort bestmöglich in seine Rede einbringen. Das wird auch nichts an den Tatsachen ändern. Die Parlamentsdinosaurier haben es auch nicht geschafft, mit ihren Landesfürsten darüber zu reden, wie die Pflegestrukturen ausschauen sollten. Man hat das gesehen bei der Abschaffung des Pflegeregresses. Damals hat ja die ÖVP behauptet, die Abschaffung des Regresses kostet 100 Millionen Euro im Jahr. Also man musste kein Experte sein, um zu sehen, diese 100 Millionen reichen nirgends hin. Gut, man hat es behauptet. Es langt jetzt auch vorne und hinten nirgends. Und die Länder haben dem ganzen Salat zugestimmt im Bundesrat. Einstimmig hat der Bundesrat die Abschaffung des Pflegeregresses beschlossen. Und nachher sind dieselben Länder gekommen und haben gesagt, oh, mi, 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 uns reicht das Geld nicht. Aber es geht immer nur ums Geld. Die Strukturen werden gleich belassen und man schüttet noch mehr Geld in Strukturen, von denen wir sehen, es funktioniert so auf Dauer nicht. Und an diesen Strukturen ist keiner bereit, etwas zu tun. Jetzt, Pflegeregress ist abgeschafft, jetzt haben wir interessanterweise einen Run auf die Pflegeheime. Wir sehen das auch, dass beispielsweise die Zuschüsse für die 24-Stunden-Betreuung schon zurückgehen, weil weniger Menschen zu Hause sind und mehr in den Heimen. Bei den Ländern laufen die Kosten aus dem Ruder. Und Klubmann-Wöginger sagt, ja, das Wichtigste ist Pflege daheim vor stationär. Und dann frage ich mich, wo? Weil bei der Pflege daheim, da gibt es natürlich den Regress nach wie vor. Wenn jemand Pflegeleistungen zu Hause in Anspruch nimmt, gilt der Regress nach wie vor. Nur im Heim gilt er nicht. Und es ist auch angekündigt von dieser Bundesregierung eine Erhöhung des Pflegegeldes ab der Stufe 4. Ja, aber ab der Stufe 4 ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man bereits im Heim ist. Die, die zu Hause sind, die sind in den allermeisten Fällen Pflegestufe 1, 2 und 3. Die bekommen keine Erhöhung. Was soll da daheim vor stationär sein? Das sind doch alles leere Floskeln. Es wird einem beim Zuhören schlecht. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, warum, wenn ab der Pflegestufe 4 erhöht wird, warum haben die Menschen nichts davon? Das geht eins zu eins an die Länder. Weil wenn die Menschen ab der Stufe 4 aufwärts in den Pflegeheimen sind, dann kriegt das Pflegegeld der Träger des Heims. Das kriegt ja nicht der Pflegebedürftige. Und damit stopfen die Regierungsparteien nur wieder jenes Loch, das sie bei der Abschaffung des Pflegeregresses selbst aufgerissen haben. Und den Menschen wird erklärt, wir tun so viel für Pflege daheim vor stationär. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein großes Hilfspaket für die finanzmaroden Länder. Nur Floskeln ist im Pflegemasterplan, der da Anfang des Jahres beschlossen worden ist im Ministerrat. Also super Zusammenfassung, da ist Situation. Aber wenn man sich fragt, was kommt da? Da bleibt überhaupt nichts übrig. So, jetzt kommt eine Studie zur Finanzierung der Pflegevorsorge. Gut, ich kann nichts einwenden gegen eine Studie. Und die Ministerin hat in der Fachzeitschrift Österreich verkündet, was sie zur Pflege macht. Nämlich ein Pflegetelefon. Ein Pflegetelefon. Also erstens hat der Bürgerservice des Sozialministeriums bis vor kurzem noch Pflegetelefon und Sozialtelefon geheißen. Jetzt wird es zurück umgetauft. Und dass natürlich ganz viele Bundesländer schon ein eigenes Pflegetelefon haben. Und jetzt noch ein Bundespflegetelefon dazu kommt. Also davon haben natürlich die Bürger total viel. Und was auch super wird, ist die Imagekampagne. Jetzt stellen Sie sich vor eine Imagekampagne. Stellen Sie sich vor, Sie sind Krankenpfleger und jetzt kommt eine Imagekampagne. Ja, da geht es Ihnen besser. Wenn die Millionen hinausgeworfen werden, nicht? Irgendeine FPÖ-nahe Agentur darf etwas entwerfen. Und dann inserieren wir fett in den Medien. Dann kriegen wir freundliche Berichterstattung für die Regierung. Und das hilft Ihnen als Pflegekraft total. So funktioniert diese Regierung. Eine gigantische Propagandamaschine, wo das Geld immer nur in die eigenen Taschen hineingespült wird und in die Taschen der Parteigänger, die Bürger interessieren, überhaupt Nüsse. So, und jetzt soll daraus ein Pflegekonzept entstehen. Im Leben nicht in dieser Legislaturperiode, geschätzte Damen und Herren, werden Sie leider nichts sehen. Vielen Dank. 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 Herr Kanzler. Vielen Dank. 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 Und zur Höhe des Pflegegeldes cela, mein Kollege Bruno Rossmann wird hier auch noch einen Entschließungsantrag einbringen. Denn ich glaube, das ist der größte menschliche und politische Skandal. Wenn wir uns ansehen, wer dieses Pflegegeld bekommt, dann sehen wir hier besonders, Pflegestufe 6, Pflegestufe 7, eine Entwertung über die letzten Jahre, alleine gesehen von der letzten Anhebung 2015, 100 Euro Entwertung in der höchsten Pflegestufe. Seit der Einführung des Pflegegeldes in der höchsten Stufe 600 Euro Entwertung für die Pflegestufe 7. Ich glaube, es kann in keinster Weise in unserem Sinne sein, dass jene Menschen, die dieses Pflegegeld wie ein bisschen Brot brauchen, dementsprechend auch diese Entwertung und diese Kürzung hinnehmen müssen, wenn wir sie in den Stufen 1 bis 3 nicht vorhaben, anzuheben. Also bitte, ich ersuche Sie auch diesbezüglich um Zustimmung unseres Antrags, wenn Sie es wirklich ernst meinen damit, jenen Angehörigen helfen zu wollen, die Personen betreuen, die die Pflegestufe 1 bis 3 erhalten haben. Wir haben in den letzten Monaten auch zahlreiche parlamentarische Anfragen eingebracht, weil es ja nicht nur um die Indexierung des Pflegegeldes geht, sondern weil es natürlich auch um nachhaltige Reformen im Bereich der Pflege geht. Und wir haben einige Bereiche ausgelotet, die wir auch noch per Antrag natürlich einbringen werden, um hier gemeinsam an einer nachhaltigen Pflegereform arbeiten zu können. Und ich möchte Ihnen noch einige wichtige Punkte nennen, um die es mir bei dieser Reform besonders geht. Es geht auf der einen Seite, wie bereits angesprochen, um eine Ausbildungsoffensive. Da es meiner Meinung nach in keinster Weise sein kann, dass wir zu einem schon erheblichen Teil unser Pflegesystem auf die Ausbeutung und die Not von osteuropäischen Arbeitnehmerinnen aufbauen. Es kann nicht sein, dass wir hier keine nachhaltige Lösung für die 24-Stunden-Betreuung auf die Beine bekommen. Es geht um die gesetzliche Verankerung eines Qualitätssiegels, welches ebenfalls nicht unterstützen kann, dass Menschen den hohen Beitrag für eine 24-Stunden-Betreuung erstens kaum aufbringen können, weil das Pflegegeld dazu nicht ausreicht und auf der anderen Seite dann auch noch zu Agenturen ausweichen müssen, die mafiös, intransparent wie Inkassobüros funktionieren und wir diese weiterhin auf unserem Markt zulassen werden. Oder so wie es die aktuelle Bundesregierung geplant hat, dementsprechend nur freiwillig ein Gütesiegel vergeben will. Es geht um die Pensionsanrechnung für pflegende Angehörige, wie ich bereits gesagt habe, in der Stufe 1 bis 3, weil es eben erst ab Stufe 4 möglich ist, überhaupt in ein Pflegeheim zu kommen. Und weil der Kollege Muchitsch auch ein Beispiel erwähnt hat, in diesem Zusammenhang möchte ich auch einen besonderen Dank an meine Mutter aussprechen, die sich ebenfalls zuerst um die Schwiegermutter und dann um die eigenen Eltern kümmert und von der Politik ausgerichtet bekommt, dass sie die letzten Jahre offiziell nichts gearbeitet hat. Das sind Probleme, die geändert gehören. Es geht nicht nur um ein Dank, es geht nicht nur um eine Anerkennung, es geht dementsprechend auch um eine finanzielle Unterstützung für pflegende Angehörige. Es geht zudem um die Unterstützung für 42.000 Jugendliche, die ihre Angehörigen pflegen. Und damit zu einem großen Teil auch Schule und Ausbildung gefährden und nicht das Leben eines Jugendlichen haben, eine unbeschwerte Kindheit vielleicht haben zu dürfen. Es geht um die Ausweitung der Ersatzpflege, soll heißen, sich auch einmal als pflegender Angehöriger eine Auszeit nehmen zu können und vielleicht auf die eigene Gesundheit ein paar Wochen schauen zu können. Pflege darf nicht arm machen und sich aufzuopfern darf nicht krank machen. Und es geht um einen Rechtsanspruch auf Pflegekarenz. Es geht um den Ausbau der mobilen Dienste und auch um die Möglichkeit, dass diese mobilen Dienste auch leistbar sind in dem Ausmaß, in dem sie in einer gewissen Pflegestufe auch nötig sind. Es geht um bundesweit einheitliche Qualitätsstandards und Kosten. Es kann nicht sein, dass die mobile Pflege in manchen Bundesländern das Doppelte kostet wie in anderen Bundesländern. Es geht um verbesserte Arbeitsbedingungen und Entlohnung im Sozialbereich. Und hier möchte ich, Frau Ministerin, wir haben beide die Referate der zwei Studierenden der FH Salzburg Gesundheit und Krankenpflege, Laura Glaser und Bernhard Herzog, gehört beim Pflegeforum. Und ich habe es sehr positiv aufgenommen, dass sich junge Menschen überhaupt dieser Herausforderung stellen, weil es eine Grundhaltung braucht, weil es eine soziale Überzeugung braucht, in diesen Beruf überhaupt zu gehen. Und in den ersten Monaten Ihrer Ausbildung und der Praxis haben Sie Erlebnisse machen müssen, die ich Ihnen nicht gewünscht hätte. Und ein Satz war ganz zentral dafür, was Sie sich für das Pflegesystem wünschen. Die Pflege darf keinen Schritt zurück machen nach dem Motto warm, satt und sauber. In der Pflege geht es darum, noch Mensch sein zu können. Und dieses Mensch sein zu können ist auch durch ein Zitat von Ihnen, Frau Ministerin, erwähnt worden, nämlich die Zeit zu haben, sich mit den Pflegebedürftigen auch auseinanderzusetzen, sie nicht nur zu füttern und sich zu kümmern und körperliche Hygiene etc. durchzuführen, sondern auch den Menschen vor sich zu haben und ein Gespräch führen zu können, Hingabe zum Beruf haben zu können. Und deshalb heißt es auch eine Verbesserung in den Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte in unserem Land. Was ist aus meiner Sicht also zu tun? Ich denke, es hat keinen Sinn hier heute die einzig wahre Lösung zu behaupten oder hier herzustellen und sofort einen dementsprechenden umfassenden Beschluss zu machen. Was es aber sehr wohl braucht, ist, dass wir uns in Erinnerung rufen, auf was wir uns selbst beim Pflegeforum schon verständigen haben können. Und hier war ich, Herr Rosenkranz, ich habe Sie am Anfang erwähnt, hier war ich besonders von Ihrer Wortmeldung überrascht, dass Sie sich geäußert haben in eine Richtung, nämlich dezidiert ausgesprochen haben für eine solidarische Finanzierung und für eine steuerlich dementsprechend auch aufgestellt nachhaltige Pflegefinanzierung. Sie haben die Solidargemeinschaft erwähnt, die zusammenstehen muss, um für diese Menschen da zu sein. Und das ist es auch, was ich hier einbringen möchte. Ich werde den Antrag natürlich unterstützen, weil es in meinem Sinne ist, dass wir gemeinsam nicht die Not des Einzelnen dazu führt, dass es Gewinne für einzelne Pflegeagenturen heißt, dass die Not des Einzelnen nicht dazu führen darf, dass es für private Gewinne bedeutet, sondern dass wir gemeinsam steuerlich, solidarisch für die Pflege, für jeden Einzelnen von uns auch dementsprechend hier stehen, dafür einstehen und das auch unterstützen. Vielen Dank. Daniela Holzinger-Fogtenhuber von jetzt fordert Anerkennung für pflegende Angehörige auch in finanzieller Form. Und als Nächste am Wort ist Gabriele Heinisch-Hossek, die Frauensprecherin der SPÖ. ... und betrifft in der Vergangenheit jetzt und sicherlich noch viel mehr in der Zukunft. Und ich glaube, es lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit. Ich sage noch einmal, die Jahreszahl 1993, Herr Bundeskanzler, Sie waren sieben, erste oder zweite Volksschulklasse, völlig egal. Sie waren sieben, Sie waren ein Volksschulkind, als ein roter Sozialminister das Bundespflegegeld eingeführt hat. Und ich glaube nicht, dass es angemessen ist zu sagen, in der Vergangenheit wäre hier nichts passiert. Rote Sozialminister und Ministerinnen haben immer das System versucht, so gut es ging, weiter zu entwickeln und das System auch zukunftsfit zu machen. Ja, das Gegenteil wurde gerade behauptet. Und wenn Sie, Herr Klubobmann-Wöginger, gerade gesagt haben, wir wollen die beste Lösung für die Menschen in Österreich. Die beste Lösung beim Zwölfstundentag, die beste Lösung bei den Kürzungen beim AMS, die beste Lösung für 1,50 Euro Stundenlohnjobs, die beste Lösung für Kürzungen, Kürzungen, Kürzungen. Das ist eine gefährliche Drohung, wenn Sie sagen, die beste Lösung in der Pflege wollen wir. Ehrlich gestanden, dem kann ich nicht folgen. Und weiters fällt mir auf, bevor ich mich zu zwei Gruppen hinwenden möchte, die hier besondere Beachtung brauchen. Das eine ist, es dürfte einen ziemlichen Zwist in der Koalition geben, einen ziemlichen Zwist insofern, als der Klubobmann Rosenkranz sich nicht meldet, sie stehen nicht auf der Liste, aber vielleicht kommt das ja noch. Herr Klubobmann, nein, 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 sicher nicht, Herr Klubobmann. Aber ich darf Sie zitieren. Es ist keine Option, eine Pflegeversicherung nach deutschem Vorbild. Es ist keine Option. Die Frau Bundesministerin Hartinger-Klein hat auch Ähnliches gesagt. Das heißt, Sie wollen keine Pflegeversicherung. Bei der ÖVP ist das nicht ganz klar. Die wollen die beste Lösung. Ich habe schon Beispiele genannt. Und daher ist das wahrscheinlich hier deswegen so, dass Sie Zeit schinden wollen, weil Sie sich nicht einig sind, ob man hier ein staatlich finanziertes Pflegesystem will oder ein Pflegesystem auf dem Rücken der Steuerzahlerinnen, das im Übrigen 1.400 Euro pro Jahr und Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer kosten würde. Lassen Sie sich das einmal auf der Zunge zergehen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, es gibt nicht nur Leistungen Pflege daheim oder Pflege im Heim. Es gibt dazwischen eine Palette an Möglichkeiten, teilstationär, mobile Pflege, Tagespflege, aber auch, und diese Gruppe wurde heute schon genannt, 24-Stunden-Betreuung. Und ich bin wirklich zutiefst überzeugt, dass es richtig und wichtig ist, dass sich nicht nur der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband, auch die Gewerkschaft Widerflex in dem Fall dieser Personengruppe, die fast 70.000 Personen in Österreich schon ausmachen, widmen und die hier diese 24-Stunden-Betreuung auf neue Beine stellen wollen. Es ist so, dass es 600 Agenturen gibt rund in Österreich, die hier nicht immer seriös mit diesen Betreuerinnen, vielleicht auch Betreuern umgehen und dass es hier ganz wichtig wäre, dass hier auch Rechtssicherheit geschaffen wird, dass hier Qualität geschaffen wird, dass hier die Leistbarkeit für Familien im Vordergrund steht und dass die 24-Stunden-Betreuung hier auf bessere und neue Beine gestellt wird. Denn es gibt Knebelverträge und viele intransparente Vorgehensweisen, kaum Qualitätssicherung. Und ja, Qualität hat einen Preis, das ist klar und daher wäre es wichtig, dass man mal bei der 24-Stunden-Betreuung ganz schnell reagieren könnte, Herr Bundeskanzler, und um 150 Euro diesen Wertverlust, der seit 2007 besteht, ausgleicht und hier eine Erhöhung vornimmt. Weiters hätte es schon längst, auch vorige Woche im Sozialausschuss passieren können, dass das, was der Herr Bundeskanzler gesagt hat, wir wollen die pflegenden Angehörigen besser unterstützen, dass man hier den Rechtsanspruch auf Pflegeteilzeit, auf Pflegekarenz beschlossen hätten können, letzte Woche. Da brauche ich nicht auf ein Riesenpaket warten, wo Sie Studien in Auftrag geben und es verschleppen, das ganze Jahr lang, das hätte man gleich machen können. Da waren Sie leider, leider nicht bereit. Und die zweite Gruppe, ich bedanke mich wirklich bei allen Frauen und Männern in diesem Land, die pflegen zu Hause, ihre Angehörigen pflegen und die sich hier, wie es die Frau Klub-Vorsitzende der Sozialdemokratin, den Pamela Rendi-Wagner gesagt hat, von heute auf morgen vielleicht nicht mehr im Job befinden, sondern außerhalb des Jobs. Und auch hier, glaube ich, braucht es schnelle Hilfen und Lösungen für Personen, die Angehörige als angehörige Personen pflegen, die ganz überraschend und schnell krank geworden sind und diese Pflege benötigen. Das heißt, eine Ausweitung der Pflegefreistellung wäre notwendig, aber auch akut, wenn geholfen werden muss und man nicht im gemeinsamen Haushalt lebt, dass diese Personen hier Hilfe bekommen. Da braucht man nicht bis Ende 2019 warten. Das könnte man vorige Woche schon beschlossen haben und heute im Parlament eigentlich auch. Und da sehe ich nicht ein, warum Sie so lange warten. Man wolle hier Zeit schinden, da man sich über das Pflegemodell nicht einig sei, kritisiert SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hossek, die Regierungsparteien. Und am Weg zum Rednerpult ist Ernst Gödel von der ÖVP. Herr Präsident, geschätzter Herr Bundeskanzler, Frau Bundesminister, Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Damen und Herren vor den Bildschirmen und hier im Auditorium. Es hat ja heute schon etwas turbulent begonnen, diese Debatte im Hohen Haus. Ein Abgeordneter hat ja ein Pauschalurteil verteilt, nämlich manche sind da faule Abgeordnete. Ich möchte nur feststellen, dass dieser Abgeordnete, nämlich Herr Peter Pilz, der sich zum fleißigen Abgeordneten selbst auserkoren hat, schon wieder einmal nicht im Haus ist und wieder nicht an der Debatte teilnimmt. Und diese Debatte war unwürdig und es wäre auch unwürdig, Frau Klubobfrau, Pamela Rendi-Wagner, dieses Thema der Pflege, der Pflege in Österreich, vordergründig und ganz stark auf der Frage der Finanzierung aufzuhängen. Und es ist tatsächlich deswegen unwürdig, allen Menschen gegenüber, die zu Hause und es sind, wir haben es schon gehört, fast eine Million Menschen, die zu Hause pflegen und die nicht vordergründig nach der Finanzierung fragen, sondern fragen, wie können sie diesen Pflegealltag auch bewältigen. Und Faktum ist, dass Pflege laut unserer Verfassung in die Kompetenz der Länder fällt. Und Faktum ist auch, das hat meine Vorrednerin richtig gesagt, dass der Bund in vielen Bereichen in der Vergangenheit bereits unterstützend in diese Kompetenztalente eingegriffen hat. 1993, das war zu Zeiten von Frau Nitzke und Pusek, glaube ich, in der Regierung, wurde in dieser Pflegefonds, also das Pflegegeld eingeführt. 2011 zum Beispiel der Pflegefonds, 2007 haben wir die 24-Stunden-Betreuung in einen legalen Rahmen gebracht und in den letzten Jahren auch eine Unterstützung dazu beschlossen. Also es wurde sehr, sehr viel getan auf Seiten des Bundes, um die Pflege in den Ländern, die Pflege auch in den Gemeinden zu stärken. Und es soll daher auch gerade jetzt, wenn wir über dieses System Pflege in Österreich nachdenken, keinesfalls die Frage der Finanzierung im Vordergrund stellen. Und daher hat unsere Bundesregierung, Herr Bundeskanzler, mit dem Masterbund Pflege auch den richtigen Weg eingeleitet, um alle Fragen, die hier auftauchen, auch ganz klar zu beleuchten. Und Frau Kollegin von der Liste BILZ, vielleicht, Liste BILZ, Liste jetzt, vielleicht, Sie sollten vielleicht auch mit mehreren Leuten sprechen. Ich war vor einigen Tagen im Bezirk Weiz unterwegs und habe mich mit pflegenden Angehörigen und auch mit der Caritas gesprochen. Es sind die Menschen, die da zu uns kommen, ich bin auch Obmann eines Sozialhilfeverbandes, die nicht fragen, die gar nicht fragen, ob das Pflegegeld erhöht wird. Sondern wissen Sie, was die fragen? Die sagen, ich pflege jetzt Jahre, Monate, Jahre meine Mutter, meine Schwiegermutter. Und ich brauche dringend Unterstützung, damit ich hin und wieder auch Freizeit habe. Und die Caritas, und ich möchte ausdrücklich, die Caritas hier erwähnen im Bezirk Weiz, hat zum Beispiel einen ganz tollen Pflegeentlastungsdienst ins Leben gerufen, wo pflegende Familien, pflegende Angehörige Woche für Woche für ein paar Stunden entlastet werden, damit sie eben durchschnaufen können, damit sie ihre privaten Wege erledigen können. Und da wollen wir ansetzen. Die Finanzierungsfrage, Frau Rendi-Wagner, die steht am Schluss dieses Prozesses. Jetzt steht ganz oben, wie können wir Pflege so organisieren, dass es den Wünschen der Menschen am gerechtesten wird, nämlich, dass möglichst viele die Pflege zu Hause erledigen können, dass die pflegenden Angehörigen in vielerlei Hinsicht Unterstützung erfahren. Und daher, glaube ich, ist dieser Weg, der eingeschlagen wurde mit diesem breiten Dialogprozess, weil wir alle Partner, alle Projektpartner, die sind im privaten Bereich, in den Ländern, in den Gemeinden, im Bund, die vielen NGOs richtig einbinden. Das ist doch der absolut richtige Weg, den wir hier gehen. Und wenn Sie jetzt da ein bisschen versuchen, so quasi ein bisschen Angst zu schüren, wie es auch der Herr Bundeskanzler gesagt hat, da ist irgendwas im Unklaren. Ich möchte nur darauf noch einmal hinweisen, auch Herr Bundeskanzler hat es getan, in den letzten Jahren war diese Pflegeverantwortung gekoppelt mit der Gesundheit ja auch immer in ihrer Kompetenz. Und die größte Rache eines Politikers sind natürlich die Archive mit den stenografischen Protokollen. Und wenn ich da nachlese, was Sie, Herr Minister Stöger, zum Beispiel noch als Minister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz vor circa zwei Jahren hier im Haus gesagt haben zum Thema Pflege, haben Sie gesagt, das Pflegesystem wirkt und wir können darauf sehr stolz sein. Und die Frau Rendi-Wagen hat gesagt in einer Enquete des Bundesrates, mit dieser Reform, es war eine Reform der Ausbildung, ist es meines Erachtens auch gelungen, dem schon jetzt bestehen und zukünftig sicher noch breiter werden, Spektrum am Pflege gerecht zu werden. Sie selbst haben ja bis vor kurzem noch behauptet, dass es ein System ist, das prinzipiell funktioniert. Aber ja, wir müssen an vielen Stellschrauben drehen, weil wir wissen, dass wir eine alternde Bevölkerung haben, dass die Menschen zum Glück immer älter werden und dass wir einfach diese Pflege zu Hause, die sich vermehrt notwendig wird, auch besser absichern. Und daher, lieber Pepo Muchitsch, auch an dich adressiert, wir haben keinen einzigen Antrag abgelehnt im Sozialausschuss, sondern was wir tun, wir haben diese Anträge vertagt, weil wir, weil, wir haben sie vertagt, warum? Weil wir am Schluss ein gesamtheitliches Pflegekonzept haben wollen, mit den Punkten, wie wir sie unterstützen müssen. Und am Schluss steht dann die Frage, die Finanzierung, und auch die werden wir klären. Das ist unser Anspruch, das ist unser Regieren. Und da sind wir den Wählern und unseren Menschen in Österreich auch im Wort. Es sei sehr viel getan worden, um die Pflege in den Ländern und Gemeinden zu stärken, sagt Ernst Gödel von der ÖVP. Mit dem Masterplan Pflege sei der richtige Weg eingeschlagen worden. Am Wort ist jetzt Brigitte Povicil, Gesundheitssprecherin der FPÖ. Ja, ich bin schon ein wenig sehr fassungslos. Da schlage ich heute in der Früh die Presse auf. Was sehe ich? Einen Pressedienst vom Kollegen Muchitsch? SPÖ macht Pflege zur Top-Priorität. Ja, jetzt kommen Sie da drauf, Herr Abgeordneter. Jetzt. Aber gleich setzt der Herr Abgeordnete Leichtfried einen nächsten Pressedienst drauf und kritisiert darin die Regierung für Untätigkeit seit eineinhalb Jahren. Ja, Herr Abgeordneter, acht Jahre lang haben Sie die Möglichkeit gehabt, hier tätig zu werden. Acht Jahre lang. Und jetzt sagen Sie, stehen Sie dem eineinhalb Jahre gegenüber. Ja, leichte Fassungslosigkeit macht sich frei. Aber das geht ja weiter. Das geht ja weiter. Dann initiiert die Klubobfrau Rendi-Wagner eine dringliche Anfrage zum Thema Pflege. Und am selben Tag, meine Damen und Herren, am selben Tag legt sie ihre Grundkompetenz als frühere Gesundheitsministerin und Gesundheitssprecherin zurück und gibt den Gesundheitssprecher zurück. Was für ein Symbol. Was für ein Zeichen. Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie sich schon ein Eigentum mit dem Ärztemangel dringlichen geschossen. Jetzt kommt die nächste Niederlage mit dieser Pflegegeschichte. Bitte, ich denke, es gehört eine gute Beratung zu dieser Sozialdemokratie. Aber ist nicht meine Aufgabe. Müssen Sie machen. Nun, das hat unsere Gesundheitsministerin gemacht. Einen breiten Dialog von Politikwissenschaft, aber auch pflegenden Angehörigen und zukünftigen Pflegebedürftigen. Und hat hier in diesem breiten Dialog pflegefit alle zu Wort kommen lassen. Was hat sie noch gemacht? Eine Studie in Auftrag gegeben, um die Pflege und die Finanzierung der Pflege sicherzustellen. Was hat sie noch gemacht? Sie hat entwickelt ein Qualitätszertifikat für die Pflege. Ganz was Wichtiges. Damit die Qualität in der Pflege für die Vermittlungsagenturen sichergestellt wird. Unser Credo ist Pflege daheim vor stationär. Und vorgesehen ist ein Bündel von Maßnahmen. Ich nehme nur die Demenzstrategie. Ich nehme die Qualitätssicherung. Ich nehme die Förderung von Vereinbarkeit, Beruf und Pflege. Und ich nehme auch die Erhöhung des Pflegegeldes in der vierten Stufe. Meine Damen und Herren, Pflege und ärztliche Tätigkeit in der Medizin sind von existenzieller Grundlage. Und wir brauchen dazu Leute, die Wissen haben, die Können haben, die Empathie haben, die Durchhaltevermögen haben. Und dafür sorgen wir. Sagt Brigitte Povicil, die Gesundheitssprecherin der Freiheitlichen. Nächster Redner ist Nikola Scherak von den Neus. Frau Bundesminister, Herr Bundesminister. Also wir sind uns grundsätzlich, glaube ich, einig, dass eines die Bundesregierung sehr gut kann. Und das ist umfassende Ankündigungs- und Showpolitik. Und Herr Kollege Gödel, weil Sie gesagt haben, es gibt einen breiten Dialog und einen breiten Prozess. Das ist etwas, was ich mir auch wünsche, was wir als NEOS auch selbst gestartet haben. Ich muss nur auch dazu sagen, im Zusammenhang mit der österreichischen Bundesregierung, mit der jetzigen, drängt sich halt der Verdacht auf, dass es nicht ganz ernst gemeint ist. Weil das, was wir die letzten Monate gesehen haben, es ist große politische Inszenierung, es ist immer ein bisschen Problembeschreibung, es ist, manchmal haben Sie da sogar recht, muss man dazu sagen, bei der Problembeschreibung, sind dann irgendwelche Punktationen, die gemacht werden. Und am Schluss sind es halt leider sehr oft irgendwelche Husch-Pusch-Gesetze, die nicht sonderlich sinnvoll sind. Und das Gleiche haben wir ja, leider Gottes, auch beim Thema Pflege jetzt. Wenn man sich die Ankündigungen anhört, dann haben wir die Masterplan-Pflege, die eine wesentliche Bestandsaufnahme ist. Das Pflegetelefon haben wir auch schon gehört, klingt gut, Frau Bundesministerin, aber wenn etwas schon da ist, es halt ein wenig umzubenennen und dann als großen Erfolg zu verkaufen, ist ein wenig skurril. Eine Image-Kampagne, von der die zu Pflegenden auch sonderlich weniger haben und die Pfleger auch nicht. Also es ist, und deswegen ist natürlich der Verdacht ein bisschen da, dass es wiederum nur Ankündigungs- und Showpolitik der Bundesregierung ist und dass man eben nicht daran interessiert ist, dieses Problem und diese Herausforderungen langfristig zu lösen. Herr Kollege Gröll, ich stimme Ihnen auch zu übrigens, wenn Sie gesagt haben, wir sollten zuerst darüber diskutieren, wie ein Pflegesystem ausschauen soll und nicht zuerst über die Finanzierung. Da gebe ich Ihnen komplett recht. Wir müssen schauen, was ein Pflegesystem leisten kann, was es leisten soll, wo wir überhaupt hinwollen. Das Problem ist nur, wir diskutieren in allererster Linie deswegen jetzt auch über die Finanzierung schon so früh, weil hier eine breite Einheitsfront aus SPÖ, FPÖ, ÖVP, damals auch die Grünen, ein umfassendes Pflegefinanzierungschaos in den Ländern verursacht haben mit der populistischen Abschaffung des Pflegeregresses ohne Gegenfinanzierung im letzten Wahlkampf. Da sind Sie gemeinsam mit den anderen Kollegen hier schuld, dass wir diese Diskussion führen müssen, weil Sie hier eingeknickt sind, was insbesondere bei der ÖVP in einigermaßen absurd ist. Aber dass die SPÖ das will, wissen wir, dass die FPÖ das will, kann man sich auch vorstellen. Aber Sie waren diejenigen, die schuld daran sind, dass wir den Pflegeregress ohne Gegenkonzept abgeschafft haben. Und das ist das große Problem. Deswegen müssen wir jetzt schon über die Finanzierung auch diskutieren. Und ich sage Ihnen was, natürlich kann man sich jetzt hierher stellen wie Kolleginnen der SPÖ und sagen, naja, wir finanzieren das alles aus dem Steuertopf nachher. Und Frau Kollegin Heinisch-Hossek, Sie haben etwas gesagt, was ich ein bisschen skurril fand. Sie haben gesagt, entweder es gibt ein staatlich finanziertes Pflegesystem oder es wird wieder auf den Rücken der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler passieren. Also ich gehe davon aus, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler unseren Staat finanzieren. Das heißt, egal wie Sie es haben wollen, es ist Fakt, dass die natürlich zur Kasse gebeten werden. Und es erinnert mich ein wenig an den Landeshauptmann im Burgenland, den Landeshauptmann Toskozil, der sich die Welt irgendwie so vorstellt. Da gibt es einen Bankomaten, da drücke ich drauf und dann kommt das Geld raus. Und das ist einigermaßen schwierig. Und ja, liebe Kollegen von der ÖVP, das freut mich, wenn Sie in dem Zusammenhang klatschen, aber ich habe bei Ihnen auch die Sorge, dass Sie das dann wieder sind, die einknicken werden und genau dieses sozialistische Konzept dann auch umsetzen. Wenn Sie Ihrem Koalitionspartner zuhören, der ja auch davon ausgeht, dass man das alle staatlich finanzieren kann, dass das total unproblematisch ist, da mache ich mir einigermaßen Sorgen. Es haben alle hier im Haus noch vertretenen Parteien, außer die Kollegen von der Liste jetzt, die damals mehrheitlich noch nicht da waren, bei der Abschaffung des Pflegeregresses zugestimmt. Und das war damals das populistische Einknicken während dem Wahlkampf. Und das ist, dass wir so wie diese großen Probleme jetzt haben. Der Herr Kollege Kupermann-Wögen hat gesagt, das Credo der ÖVP ist ja das für der Heimpflegenwohnung statt stationär, dass ich es noch rausbringe. Und genau das ist passiert, als Sie den Pflegeregress abgeschafft haben, dass eben immer mehr Leute ins Heim kommen, dort gepflegt werden müssen. Und das haben Sie mit zu verantworten. Und deswegen müssen wir diese Diskussion jetzt auch ernsthaft führen. Ja, ich gebe Ihnen recht im Zusammenhang mit der breiten Einbindung. Ich glaube auch, dass wir zuerst darüber diskutieren müssen, was muss ein Pflegesystem können, was wollen wir von der Pflegeversorgung, wie soll gepflegt werden, wo soll gepflegt werden, wie schaffen wir es, dass Menschen im Alter in Würde altern können, wie schaffen wir es vor allem, dass diese Menschen weiterhin selbstbestimmt sein können und so gut wie möglich eigenverantwortlich auch leben können. Ich sage es Ihnen aber ehrlich, was ich mitkriege und was ja auch im Regierungsprogramm steht, quasi diese Vollverstaatlichung der Pflegefinanzierung, das macht mir einigermaßen Sorgen. Das ist genau das, wo Sie sich hinstellen und sehr unseriös wie die SPÖ den Menschen Sand in die Augen streuen und erklären, wir finanzieren das alles, es ist überhaupt kein Problem, aber wo das Geld herkommt, kann die SPÖ zwar beantworten, weil die schreit dann laut nach Erbschaftssteuern, Sie können es nicht beantworten und dann ein Versprechen abzugeben, und das am Schluss der Legislaturperiode oder die Menschen weniger zahlen müssen, halte ich für einigermaßen unseriös und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir dieses ernsthafte Thema ernsthaft diskutieren und nicht beginnen, sich hinzustellen und zu sagen, ja am Schluss wird das schon irgendwie gezahlt werden. So wird es jedenfalls nicht funktionieren. Es sei ein Pflegechaos in den Ländern verursacht worden, kritisiert Nikolaus Scherack, stellvertretender Klubobmann der NEOS. Deshalb sei jetzt die Finanzierung ein Problem. Nächster Redner ist der Klubobmann der Liste jetzt, Bruno Rossmann. Danke, Herr Präsident. Hohes Haus. Ja, Herr Kollege Scherack, ich stehe zu dem, wie ich im Wahlkampf in Bezug auf den oder die Abschaffung des Pflegeregresses abgestimmt habe. Würde es heute eine Abstimmung geben, würde ich wieder so abstimmen wie im Herbst 2017. Wenn ich aber Ihnen zuhöre, Herr Scherack, so habe ich Lösungsansätze für die Finanzierung des Pflegesystems vermisst. Oder habe ich schlecht zugehört? Ich glaube es aber nicht. Sie haben nur kritisiert den Herrn Landeshauptmann Doskozil und gesagt, naja, das ist wie ein Bankomat, wo das Geld rauskommt. Aber diskutieren wir schon ernsthaft bitte. Ich meine, wir stehen wirklich vor einem ernsthaften Problem, vor einem demografischen Problem, das es zu lösen gilt. Das ist eine große Herausforderung. Die langfristigen Schätzungen zeigen das Folgende. Die zeigen, dass wir nicht ein Problem mit der Pensionsfinanzierung haben. Das ist vernachlässigbar. Da werden sehr langfristig die Ausgaben von 14 auf 14,5 Prozent des PIB steigen. Bis 2060. Einen halben Prozentpunkt des PIB. Das ist nicht nichts, aber das ist bewältigbar. Aber die Ausgaben für die Pflege werden ansteigen von derzeit rund 1,8 Prozent des PIB auf 3,4 Prozent des PIB bis 2060. Da geht es um andere Dimensionen. Das sind 1,6 PIB-Prozentpunkte mehr, als wir heute dafür ausgehen. Und davor dürfen wir die Augen nicht verschließen. Und ich gebe ja dem jetzt nicht mehr anwesenden Herrn Bundeskanzler recht. Es ist ein Problem, das nicht dazu geeignet ist, politisches Kleingeld damit zu verdienen. Aber was macht dann der Herr Bundeskanzler Kurz im nächsten Atemzug, im nächsten Satz? Schiebt er die Schuld, dass wir keine Lösung für die Finanzierung der Pflege haben, der SPÖ zu. So, als wäre die ÖVP nicht seit 1986 in der Bundesregierung und damit in politischer Verantwortung auch für die Lösung dieses Problems. Und werfen wir einen Blick in das Regierungsprogramm. Dort steht klipp und klar drinnen, wir bekennen uns zu einer Steuerfinanzierung, das heißt einer solidarischen Finanzierung des Pflegesystems. Und jetzt hat es vergangene Woche einen Pflegegipfel gegeben und da hört sich das schon ganz anders an, aber auch der Kollege Wöginger hat es ja heute etwas anders gesagt. Der Kollege Wöginger hat gesagt, wir wollen uns alle Modelle anschauen. Ja, wie lange wollen wir uns noch Modelle anschauen? Wir wollen Studien in Auftrag geben. Es gibt zig Studien dazu vom Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut. Sie müssen sich, Herr Kollege, nur mal anschauen, lösen und lesen. Und dann müssen Entscheidungen getroffen werden. Was aber Sie wollen, das ist eine Verschleppung. Und demgegenüber sagt die Frau Bundesministerin Hartinger-Klein vor dem Gipfel, eine Pflegeversicherung dürfe sicher nicht privat kommen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Entweder müsse die Pflege steuerfinanziert werden oder ähnlich wie eine Sozialversicherung. Auch da bin ich ganz bei Ihnen, denn ich bin der Ansicht, dass die Finanzierung des Pflegesystems eine öffentliche Aufgabe ist, die auch öffentlich finanziert werden muss. Und wenn Herr Kollege Wöginger einen breiten Diskussionsprozess einfordert, ja, da bin ich auch dafür. Aber wirklich einen breiten Diskussionsprozess unter Beteiligung aller, nicht eine politische Inszenierung, wie wir sie beim Pflegegipfel letzte Woche erlebt haben. Das ist überhaupt das Kennzeichen der Regierung, dieser Regierung Inszenierungen zu machen und keine Lösungen. Welche Lösung hat der Bundeskanzler in Aussicht gestellt? Welche Lösungen? Das ist ja dasselbe wie bei der Steuerreform. Schauen Sie her. Da ist in Mauerbach was beschlossen worden. Das ist so unkonkret, da ist was angekündigt worden. Aber bis heute wissen wir nicht, wie das umgesetzt werden soll. Und ganz ähnlich erlebe ich das mit der Pflegefinanzierung. Es muss also eine solidarische Pflegefinanzierung sein. Und was kommt da in Frage? Natürlich kommt da in Frage die Wiedereinführung der Erbschaft- und Schenkungssteuer, ebenso wie eine Vermögensteuer. Und warum? Da gibt es mehrere gute Gründe dafür. Wir haben in Österreich ein Steuerstrukturproblem. Das heißt, die Steuern auf Arbeit sind zu hoch, die Steuern auf Vermögen sind zu niedrig. Da kann man durch Steuerstrukturprobleme, durch Steuerstrukturverschiebungen ausgleichen. Wir haben eine Extremungleichverteilung von Vermögen. Die ist etwa derart ungleich, wie sie auch in den USA ist. Die reichsten 10 Prozent der Bevölkerung besitzen zwei Drittel des gesamten Nettovermögens. Und wenn wir einen Freibetrag in der Größenordnung von 500.000 Euro bei Wiedereinführung einer Erbschaftssteuer einführen, dann beziehen wir uns dabei auf die reichsten 10 Prozent des Landes. Den untersten 90 Prozent des Landes werden dabei Steuer freigestellt. Also, eine Erbschaftssteuer ist ein wichtiger Baustein zur Finanzierung des Pflegesystems, zu einer Finanzierung des Pflegesystems, die, und das ist unverzichtbar, solidarisch erfolgen muss. Und aus diesem Grunde werde ich natürlich auch dem Antrag der SPÖ zustimmen. Aber wenn es darum geht, rasch zu handeln, dann hätte man das heute schon machen können. Wir hätten heute hier in diesem Haus abstimmen können über einen Initiativantrag von mir, der vergangenen Mittwoch im Sozialausschuss behandelt wurde. Es war ein Antrag auf Valorisierung des Pflegegeldes. Mit den Stimmen der FPÖ und ÖVP wurde dieser Antrag vertagt. Bei der FPÖ wundert es mich überhaupt, weil die FPÖ hat ja selber früher, als sie noch nicht in der Regierung war, zahlreiche Anträge zur Valorisierung des Pflegegeldes gestellt. Aber jetzt, wo Sie in der Regierung sind und das umsetzen können, da wollen Sie nichts mehr davon wissen. Aber das Schlimme an dieser Vertagung meines Antrages ist, dass am selben Tag ein Verfassungsausschuss stattgefunden hat. Und bei diesem Verfassungsausschuss wurde beschlossen, die Parteiförderung zu valorisieren. Und das halte ich wirklich für eine Riesensauerei, die klar zeigt, worauf Sie in dieser Bundesregierung hinaus wollen. Sie wollen nicht den Menschen helfen, die in Not sind, die zu pflegen sind und deren Angehörigen. Nein, es geht Ihnen um pralle Parteikassen in einem Land, wo die Parteienförderung ohnehin viel zu hoch ist und wo wir eine Parteispendensituation haben, die intransparent ist wie in wenigen anderen Ländern. Das ist es, worum es Ihnen geht, aber nicht um die Hilfe für Menschen, die in Not sind. Und daher werde ich heute und jetzt einen Entschließungsantrag einbringen. Einen Entschließungsantrag betreffend die Valorisierung des Pflegegeldes. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung soll sicherstellen, dass das Pflegegeld spätestens ab 2020 jährlich entsprechend des Verbraucherpreisindex valorisiert wird. Sie haben also heute und hier noch einmal die Chance, diesem Antrag zuzustimmen. Und ich fordere Sie auf, das zu tun. Im Übrigen bringe ich auch neuerlich einen Initiativantrag ein, wo ich auf eine Valorisierung des Pflegegeldes hinaus will. Ich werde in dieser Situation nicht lockerlassen. Ich will nicht, dass Sie auf der einen Seite eine Valorisierung der Parteienförderung beschließen und auf der anderen Seite den Menschen das, was ihnen zusteht, nicht geben wollen, um jenen Menschen zu helfen, die in Not sind. Denn schauen wir uns an, was bedeutet die Nichtvalorisierung der Pflege? In der Pflegestufe 7, Pflegegeldstufe 7, gegenüber 2015 ein Verlust von 100 Euro. Seit 1993 ein Verlust von 600 Euro. Und das ist viel, das ist viel Geld für jene Menschen. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Und daher fordere ich Sie auf, diesem Antrag hier und heute zuzustimmen und die Lösung oder zumindest eine Teillösung des Pflegesystems nicht weiter zu verhindern. Vielen Dank. Sagt Bruno Rossmann, Klubobmann von jetzt. Die Regierung mache nur Inszenierungen und keine Lösungen. Sie ist ausreichend unterstützt und steht somit in Verhandlung. Die nächste Rednerin kommt von der SPÖ, Birgit Silvia Sandler. Sehr geehrter Herr Präsident, Mitglieder der Bundesregierung Hohes Haus, werte Zuseher und Zuseherinnen. Rund 18,4 Prozent der österreichischen Wohnbevölkerung leben mit einer oder mehreren Behinderungen. Das sind Menschen, die alleine leben, Menschen, die in Wohngemeinschaften leben, die in Einrichtungen leben oder die bei ihren Eltern leben. Das Pflegegeld ist dazu gedacht, dass Menschen den Mehraufwand, den sie durch ihren psychischen oder physischen Gesundheitszustand haben, zumindest finanziell abgekollten bekommen. Dieser Mehraufwand ist bei Menschen unterschiedlich. Ältere brauchen andere Unterstützung als Jüngere in der Pflege und Menschen mit Behinderung haben andere Bedürfnisse als Kranke. Das muss individuell abgeklärt und gefördert werden. Ein trägerunabhängiger Pflegeservice wäre genau solch eine Drehscheibe, die als eine Ansprechstelle fungiert. Menschen mit Behinderung haben dasselbe Recht, wie jeder und jede andere, frei wählen zu können, wie, wo und mit wem sie leben wollen. Das ist häufig nur mit spezieller Unterstützung möglich und oft auch nur, wenn das nötige Kleingeld vorhanden ist. Um auch ihnen ein selbstbestimmtes Leben ohne finanzielle Sorgen zu ermöglichen, braucht es klare und transparente Finanzierung. Wir reden hier von Menschen, die kaum oder ein geringes Einkommen haben. Wir reden hier meist von Menschen, die von vielem, was für andere selbstverständlich ist, ausgeschlossen sind. Wir reden hier von Menschen, die wissen, was es heißt, mit wenig auszukommen. Und wir reden hier von Menschen, die für die Wertvolles für die Gesellschaft leisten können und auch wollen, wenn man sie nur lässt. Wir reden hier von Menschen, die sich auf keinen Fall eine Pflegeversicherung leisten können. Für uns ist absolut klar, dass es keine Pflegeversicherung geben kann. Für uns ist auch klar, dass es gerade für diese Menschen keine zusätzliche Belastung geben kann. Und für uns ist völlig klar, dass es nur mit einem staatlich finanzierten Pflegesystem gehen wird. Menschen mit Behinderung leisten Wertvolles in der Gesellschaft. Ja, und dazu brauchen sie unsere Unterstützung. Es ist unsere Pflicht, als PolitikerInnen Rahmenbedingungen für alle zu schaffen, um eine echte Teilhabe an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu ermöglichen. Ein bundesweit einheitliches Pflegesystem, das die Qualität und Ansprüche für alle Menschen in Österreich gleich regelt, wäre eine wichtige Erleichterung gerade für Menschen mit Behinderung. Diese Ansprüche, von denen ich gesprochen habe, sind eben bei Menschen mit Behinderungen andere. Und auch die müssen Platz haben. Sie müssen Platz haben in dieser Diskussion. Und sie müssen Platz haben in einem nachhaltigen Pflegekonzept. Wir brauchen eine Absicherung für der persönlichen Assistenz im Freizeitbereich, die bedarfsorientiert und bundesweit einheitlich geregelt ist. Wir brauchen bundesweit einheitliche Unterstützung für technische Hilfsleistungen, nicht nur in der Schule oder in der Arbeit, sondern auch in der Freizeit. Wir brauchen spezielle Schulungen für Menschen in der Pflege, die sich um Menschen mit Behinderung in den Seniorenzentren kümmern werden. Wir brauchen eine jährliche Valorisierung des Pflegekendels bei allen Pflegestufen. Und wir brauchen eine bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte. Frau Ministerin, stehen Sie bitte zu dem Regierungsprogramm Seite 119, wo steht, mit einem klaren Bekenntnis zur Steuerfinanzierung aus einer Hand, muss garantiert werden, dass das Geld bei den Menschen ankommt. Handeln Sie endlich. Ihre Versprechungen pflegen niemanden. Danke und Glück auf. Es brauche eine klare und transparente Finanzierung der Pflege vom Staat, fordert Birgit Silvia Sandler von der SPÖ. Es könne keine Pflegeversicherung geben. ÖVP-Abgeordnete Martina Tisner-Weiß ist an Bord. Herr Bundesminister, werte Kollegen, liebe Zuhörer, Pflege ist ein Thema, das uns eigentlich fast alle irgendwann betrifft oder angeht. Und wenn ich eine aktuelle WIFO-Studie hernehme, so wird die Langzeitpflege in Österreich, sowohl, ob das jetzt die Hauskrankenpflege, die mobile Pflege oder auch die stationäre Pflege ist, 2030, 20.000 und 2050, 60.000 mehr Pflegestellen wie bis jetzt brauchen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung im personellen Bereich. Die Entwicklungen und der Pflegebedarf ist aber etwas, das nicht erst jetzt kürzlich bekannt ist, sondern schon seit Jahren. Und so stelle ich mir die Frage, warum macht die SPÖ eigentlich in den letzten Sitzungen immer dringliche Anfragen zu Themen, für die sie bis vor Kurzem selbst verantwortlich war. Ich habe eine Vermutung, dass in den letzten Jahren sozusagen der Mut gefehlt hat, die dringenden Probleme in diesem Bereich anzugehen. Die neue Bundesregierung hatte sich eben zum Ziel gesetzt, speziell zu den Themen Steuerreform, Digitalisierung und besonders natürlich die Pflege als Schwerpunktthema zu machen in diesem Jahr. Denn Gesundheit und Pflege ist oberste Priorität. Und so wurde, wie wir heute schon gehört haben, im Dezember der Masterplan Pflege beschlossen und im März vor einer Woche sozusagen der Startschuss für den Dialog, für eine großartige Pflegereform angegangen. Der Masterplan Pflege bildet die Grundlage zu dem Dialog und er soll dieser Dialog geführt werden zwischen Bund, Land, Gemeinden und allen Betroffenen. Und ich denke, das ist etwas Wichtiges. Er hat fünf Ziele und zuerst muss er mal erhoben werden, was brauchen wir, in welcher Form. Und dann geht es erst darum, die Finanzierung dafür zu finden. Bessere Unterstützung für die pflegenden Angehörigen ist ein wichtiger Punkt. Denn die pflegenden Angehörigen sind jene, die unser Sozialsystem wirklich hier günstig gestalten und auch sehr verlässlich sind. Und ich persönlich habe in meiner Familie in letzter Zeit auch einen Pflegefall gehabt. Und daher weiß ich, welche große Herausforderung das für die Angehörigen darstellt. Und daher nur eine ganz besondere Wertschätzung allen, die in der Pflege tätig sind. Denn das ist eine besondere Herausforderung. In Österreich sind rund 1,4 Millionen Menschen mit dem Thema Pflege unmittelbar betroffen. Und der Anteil der häuslichen Pflege sind 80 Prozent. Der ist sehr hoch. Und besonders bei den Bäuerinnen ist hier ein hoher Anteil da. Denn sie sind es, die noch die Pflege zu Hause praktizieren, in einem höheren Maß wie woanders. Und daher ist es besonders wichtig, dass es eine bessere Unterstützung für die pflegenden Angehörigen gibt. Hier auch ein besonderer Faktor für die Demenzkranken. Und somit können wir gewährleisten, dass die Menschen in ihren eigenen vier Wänden alt werden können. Und das auch langfristig abzusichern. Denn wir haben es heute schon öfter gehört, ambulant geht vorstationär. Und das ist auch christlich-sozial. Ein wichtiger Punkt ist mir auch die Qualifizierung und die Ausbildung. Denn darüber hinaus zu den pflegenden Angehörigen sind die Hilfsdienste und die Organisationen der Hauskrankenpflege ein wichtiger Eckpfeiler und eine wichtige Stütze. Und die öffentlichen Zuwendungen brauchen wir auch, um sie in Zukunft abzusichern. Denn wir brauchen bis 2030 um 24.000 mehr Kräfte in der Pflege und bis 2050 laut WIFO-Studie doppelt so viele noch. Und daher ist es wichtig, dass wir jeden Einzelnen, ob jung oder alt, der sich für Pflege interessiert, auch dafür begeistern können, eine Pflegeausbildung zu machen. Und ein besonderes Augenmerk möchte ich da natürlich auch an die Umsteiger legen, die in die Pflege und Betreuung einsteigen wollen. Ich denke auch, der Punkt Nutzung von neuen Technologien ist etwas Wichtiges, gerade im Bereich, in den vier Wänden alt zu werden. Es geht um die Bedürfnisse der Menschen. Die sollen im Mittelpunkt stehen und da soll es auch darum gehen, in diesem Jahr eben dieses Modell zu diskutieren mit allen, die hier beteiligt sind und damit auch für die Zukunft ein Pflegemodell auf die Füße zu stellen, wo wir alle glücklich sozusagen sein können und wo wir alle mit Zusammenarbeit die beste Pflege für jeden Einzelnen gewährleisten können. Nach Martina Diesner-Weiß von der ÖVP ist Christian Racker von den Freiheitlichen der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzter Herr Bundeskanzler, liebe Frau Ministerin und liebe Herr Minister, wenn wir heute über die Pflegeversicherung sprechen, dann müssen wir, glaube ich, und das ist ja auch Aufgabe dieses Hauses, es nicht einseitig zu sehen, ob wir eine Pflegeversicherung wählen wollen oder andere Finanzierungsformen, sondern ich glaube, wir machen es uns heute einfach zu leicht, hierher zu gehen und zu sagen, wir müssen die Möglichkeit heute der Menschen, die versorgt werden müssen, im Alter finanziell absichern. Wir müssen uns aber zuerst einmal anschauen, wie wir sie absichern und wenn wir heute, Sie haben alle Ihre Zahlen gehört, der Herr Bundeskanzler hat es genannt, 450.000 Pflegende in Österreich hat, dann müssen wir auch sehen, wie sie versorgt werden, wie sie gepflegt werden, wo sie versorgt werden und mit welcher Qualität sie versorgt werden. Die Frau Klubobfrau, Rendi-Wagner, hat das erwähnt. Was ist die Qualität der Pflege in Österreich heute? Und seien Sie mir erlaubt, das ein bisschen herunterzubrechen, weil ich es mir auch erlaube, dass ich nämlich 64 verschiedene Pflegeheime evaluieren habe lassen seinerzeit als Sozialhandelsrat, aber auch geschaut habe, was Qualität bedeutet. Und wir haben heute klassische Pflegeversorgungsformen, die wir jetzt gehört haben. 80 Prozent der Menschen werden heute mit Aufwand der Familie intensivst vielfach auf Kosten der Familie versorgt und wir haben dann abgestufte Formen der teilstationären Pflege oder am Ende des Tages in einer stationären Pflegeeinrichtung. Aber wo wollen wir hin? Und das ist ja nicht so, dass wir jetzt das Neue erfinden müssen, das Rad. Und wir haben es ja auch in ganz Europa untersucht. Wir sehen ja auch, dass heute ganz Europa unter einem Kostendruck steht. Nämlich, und das wissen Sie selber, dass die stationäre Pflege heute eindeutig die teuerste ist und die günstigste Versorgung heute die Versorgung zu Hause. Wenn wir diese Formen untergliedern wollen, dann müssen wir diese Formen auch neu leben beginnen. Nämlich auch so, wie es andere Länder machen. Wenn es zum Beispiel, wir die Schotten herausnehmen, die Cottages gebildet haben, die eine zentrierte Einheit gebildet haben, wo sie rundherum kleine Versorgungseinrichtungen gemacht haben. Wo wir Amsterdam herausnehmen können. Wir alle pilgern jedes Jahr zum Forum Alpbach. Aber hat sich irgendjemand einmal die Mühe angetan, das Amient Assisted Living, was vor drei Jahren der Schwerpunkt von Forum Alpbach gewesen ist, in die Tat umzusetzen, nämlich Digitalisierungen wirklich auch nach Hause zu bringen. Das ist versiegt bei uns. Das heißt, auch dieser Punkt ist anzuschauen. Oder wie es zum Beispiel der Veneto macht, wo wir einzelne Betreuungsformen herausgenommen haben und auch in Kärnten übernommen haben. Nämlich von untergliederten kleinen Einrichtungen mit maximal sechs Personen, die noch selbst Pflege in der Pflege versorgungsfähig sind. Das heißt, niedrige Pflegestufen haben, unterschwellig versorgt werden können. Das heißt, das ist einmal eine wesentliche Voraussetzung, eine Kostenentlastung zu bringen. Denn eines, seien Sie mir gewiss, die Kosten eines Pflegeheimes, und wenn wir es heute über den Rahmen scheren, betlaufen sich pro Tag, pro Person auf 127 Euro im Schnitt. Im Schnitt. Aber das sind Normkosten. Normkosten. Wir müssen das erste Mal, wenn wir wirklich über die Zukunft unserer nächsten Generation nachdenken wollen und unserer älteren Generation, diese Normkosten auch verwandeln in echte Kosten. In echte Kosten zu untersuchen, was ein Haus heute wirklich effektiv kostet. Und Sie werden sehen, dass es hier riesige Bandbreiten gibt. Und dementsprechend ist auch dieser Bereich anzusehen, bevor wir über eine Pflegeversicherung sprechen werden oder ob wir über eine staatliche Versorgung reden werden. Und der dritte Punkt ist die qualitative Ausbildung. Ich habe es miterlebt, dass am Abend die hochwertige, diplomierte Schwester gesessen ist und hunderte Medikamente eingepackt hat. Hunderte Medikamente in Stundenabläufen. Ist das die Ausbildung einer diplomierten Kraft? Warum schafft es Deutschland, hier längst eine Verblisterung durchzuführen? Warum kann Peter Schweden da seit 20 Jahren vorweisen und es werden hunderte Millionen von Euro gespart, weil professionell die Medikamente an die älteren Menschen abgegeben wird? Das heißt, alle diese Gedanken sollen wir uns auch im Sozialausschuss zu Wege führen, dass wir wirklich über das Thema Pflege effektiv, echt und ohne Polemik sprechen müssen. Und am Ende des Tages können wir dann entscheiden, ob wir finanzieren, staatlich oder mittels Pflegeversicherung. Aber seien Sie sich eins gewiss, und ich möchte dieser Diskussion nicht vorgreifen, wenn Sie es wollen, dass Sie eine Pflegeversicherung einführen, dann müssen Sie eine fünfte Stufe einführen, eine fünfte Säule. Wenn Sie heute auf der Basis von 5,7 Milliarden, was die effektiven Kosten sind, diese Pflegeversicherung einführen, dann brauchen Sie viereinhalb Prozent der Österreicher und Österreicher in einer Bruttolohnsumme. Das heißt, deutlich teurer die Arbeit, der Wirtschaftsstandort in Österreich ist gefährdet und wir müssen eine neue Form der Finanzierung dann finden. Danke. Es müsse eine neue Form der Finanzierung gefunden werden, so Christian Racker von der FPÖ. Die Senioren und Senioren recht herzlich bei uns begrüßen im Wohnhaus. Herzlich willkommen. Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Gries. Und nächste Rednerin ist Irmgard Gries von den NEOS. Danke, Herr Präsident, Frau Ministerin, Herr Bundesminister, meine Damen und Herren, wenn man die Redebeiträge Revue passieren lässt, dann sucht man grundlegende Widersprüche oder Uneinigkeiten eigentlich vergebens. Und das ist ja auch gut so. Uns ist allen bewusst, dass die Organisation der Pflege eine ganz große Herausforderung ist. Uns ist auch allen bewusst, dass diese Herausforderung in den kommenden Jahren noch größer werden wird. Das ist die demografische Entwicklung, das sind die kleineren Familieneinheiten, das ist die verbreiterte Berufstätigkeit der Frauen. Also es ist ganz klar, dass hier ein Bedarf besteht, der noch größer werden wird und den der Staat in irgendeiner Weise wird berücksichtigen müssen und auch decken wird müssen. Und daher ist aus meiner Sicht, jetzt bin ich bei meinem Vorredner und auch bei meinen Kollegen, die primäre Frage heute nicht, wie bringen wir dann das Geld auf, sondern die primäre Frage ist, wie machen wir es? Wie organisieren wir das? Und dann wird man fragen, was kostet das? Und dann wird man schauen, wo können wir dieses Geld aufbringen? Wobei die Notenpresse wahrscheinlich nicht das richtige Mittel ist. Ich glaube, wenn man sich dem Thema nähert, muss man vier Fragen stellen. Und die erste Frage ist, was können wir tun, dass die Menschen länger fit bleiben? Was können wir bei der Prävention der Pflegebedürftigkeit erreichen? Wie können wir Menschen mobil halten? Das ist einmal das Wichtigste, glaube ich, weil wer nicht pflegebedürftig wird, der muss gar nicht bepflegt werden und es ist dann auch viel kürzer der Zeitraum. Der zweite Punkt, der sehr wichtig ist, und das ist ja schon wiederholt angesprochen worden, die Menschen wollen zu Hause bleiben. Wie machen wir es möglich, dass Menschen zu Hause gepflegt werden können? Wir haben ja das Riesenglück, ein unverdientes Glück, weil wir können da gar nichts dafür, dass der Lebensstandard in unseren östlichen Nachbarländern niedriger ist, sodass Frauen von dort bereit sind, diese schwere Aufgabe bei uns zu übernehmen. Was würden wir tun, hätten wir nicht die 24-Stunden-Betreuerinnen. Jeder kann das in seinem Umfeld beobachten. Also was tun wir, um diese Pflege zu Hause möglich zu machen? Denn eines Tages werden diese Frauen nicht mehr kommen, jedenfalls nicht in dieser Zahl. Das Dritte, was ganz wichtig ist, noch immer tragen Angehörige die Hauptlast. Wie unterstützen wir sie? Auch das ist angesprochen worden. Auch das muss man sich überlegen. Kann man jeden anstellen? Kann der Bund jetzt so viele Beschäftigungsverhältnisse schaffen oder wem? Und das Vierte, was wir uns fragen müssen, ist, ja, wie machen wir es attraktiv, in der Pflege zu arbeiten? Wie können wir das machen? Es wird nicht nur über das Geld laufen, es wird auch das Ansehen, die Wertschätzung sein, die diese Menschen in der Gesellschaft erhalten. NEOS haben daher ein Projekt aufgesetzt, die Frau Kdolski leitet das, und hier werden Vorschläge ausgearbeitet, wie Pflege organisiert werden kann. Es gab eine Auftaktveranstaltung im Februar. Da waren Vertreter, Vertreterinnen von Pflegeberufen, Experten, Expertinnen, die sind da zusammengekommen. Es gab seither schon einige Workshops. Und da hat sich einmal eines herauskristallisiert. Wir müssen bei den Primärversorgungsnetzwerken ansetzen. Das ist eine gute Idee und eine gute Einführung, dass es die gibt. Und dass wir da, da haben wir auch ein Vorbild in Skandinavien, dort gibt es die Community Nurses, dort Ansprechpersonen, Pflegepersonen haben. Pflegepersonen, die sich das Umfeld der Personen anschauen, die sie beraten, die auch bestimmte Pflegeleistungen erbringen. Um das aufzuwerten, wird man den Pflegepersonen, dem Pflegepersonal auch Aufgaben übertragen können, die jetzt Ärzte haben. Man wird sie auch besser zahlen müssen. Dazu wird es notwendig sein, dass man auch einen Pflegekostenkatalog erstellt. Das fehlt jetzt. Es gibt zwar für die ärztlichen Leistungen eine Abgeltung in einem Primärversorgungsnetzwerk, aber noch nicht für das Pflegepersonal. Und das ist aber dringend notwendig. Also hier müssen wir ansetzen. Ich glaube, das sind alle gefordert. Alle guten Ideen von allen Seiten, egal von wem sie kommen. Setzen wir uns ein, beschäftigen wir uns damit. Danke. Die primäre Frage sei jetzt nicht, wie das Geld aufgebracht werden kann, sondern wie man die Pflege organisiert, sagt Irmgard Grieß von den NEOS. Licht Redner Markus Vogel von der SPÖ. Bundeskanzler, Frau Ministerin, Herr Minister, Hohes Haus. Vielleicht sollte man uns nochmal anschauen, über was wir hier diskutieren. Und der Entschließungstext ist ganz einfach. Die Bundesregierung wird aufgefordert, entsprechend dem eigenen Regierungsprogramm sicherzustellen, dass in Zukunft alle Pflegeleistungen ausschließlich aus den öffentlichen Budgetmitteln und keinesfalls eine Pflegeversicherung jedweder Art finanziert wird. Es geht also um die Grundsatzfrage, verstehen wir Pflege und Betreuung als eine gemeinsame solidarische Aufgabe in unserer Gesellschaft oder es ist ein persönliches Risiko. Und wir sagen, und das hat bis jetzt auch das Regierungsprogramm gesagt, dass es eine gemeinsame Verantwortung und Aufgabe sein soll. Und auf einmal gibt es Diskussionen, die von diesem Regierungsprogramm abweichen und anstatt darauf einzugehen und uns zu erklären, was wirklich sozusagen der Inhalt dahinter ist, macht man eines, was sich in den Rhetoriksschulungen offensichtlich bewährt hat. Der Bundeskanzler ist ja da ein Weltmeister darin. Ich behaupte etwas, was nie gesagt worden ist und behaupte dann das Gegenteil. Es ist niemand von der SPÖ rausgegangen und schon gar nicht unsere Bundesparteivorsitzende und hat die Angst geschürt. Wir haben nur auf ein Thema hingewiesen, nämlich dass wir es für richtig halten, dass das Regierungsprogramm in der bestehenden Form in diesem Punkt umgesetzt wird. Und wir haben darauf hingewiesen, dass es natürlich in diesem Bereich riesige Herausforderungen gibt. Aber der Bundeskanzler, der ja solche Dinge immer aus der Entfernung nur verfolgt, hat natürlich sofort eines gemacht und hat hier die Fakten ins Gegenteil vertreibt. Und er macht noch auch eines immer ganz geschickt. Er stellt sich dann hin und sagt, ich moderiere jetzt ein bisschen. Weil jetzt bin ich da im Hohen Haus, jetzt moderiere ich ein bisschen, beschreibe ein bisschen das Problem. Aber was ist die Lösung? Weil vom Beschreiben und Moderieren wird es nicht wirklich besser. Und dann kommt noch dieser Killersatz am Schluss und ich lade zur Diskussion ein. Also ich glaube, dass sich manche jetzt ein bisschen auf den, nicht ganz ernst genommen fühlen, besonders glaube ich, Ordnungsruf. Wir hatten ja eine Diskussion zur Sozialhilfe neu. Da hat es weiß nicht, wie viele Stellungnahmen gegeben. Wo war hier die Einbindung und die Diskussion dazu? Also wo ist dieses rechte, dieses echte Angebot, hier in eine Diskussion mit uns einzutreten? Aber als SPÖ nehmen wir das zur Kenntnis. Das heißt, das Regierungsprogramm ist anscheinend nicht mehr in Stein gemeißelt. Und von mir sitzt der Kollege Peter Wurm. Peter, wir haben damit auch die Chance, etwas durchzusetzen, was auch uns wichtig ist. Sammelklage. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir wissen, das wäre gescheit, dass wir es machen. Und auch offenbar fühlt sich der Regierungspartner da eh nicht mehr so drauf unten. Das heißt, wir hätten da die Chance, in Zukunft wirklich für die Menschen in dem Land gemeinsam etwas weiterzubringen. Aber jetzt nochmal sozusagen auch zur Ernsthaftigkeit zurückzukommen. Ich glaube, die gute Nachricht, und das ist ja auch angesprochen worden, und das haben wir immer wieder betont, die gute Nachricht, ja, wir werden älter. Die zweite gute Nachricht ist, wir haben mehr Lebensjahre bei guter Gesundheit. Und das sind Dinge, die uns erfreuen sollten. Aber wir sollten auch nicht sozusagen die Augen von den Herausforderungen verschließen. Nämlich, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, diese Entwicklung. Weil diese Entwicklung, die wir heute erleben, ist das Erbe einer jahrzehntelangen harten Politik. Und die Politik hat angefangen dort, wo wir uns in den Betrieben darum gekümmert haben, dass die Arbeitsbedingungen für die Menschen menschenwürdiger geworden sind. Wenn wir heute also erleben, dass wir das ernten, was wir vor vielen Jahrzehnten begonnen haben zu sehen, dann wissen wir auch, dass das, was wir gerade in der Politik aktuell erleben, durchaus dazu führen kann, dass das Problem, vor dem wir gemeinsam stehen werden, ein deutlich größeres wird. Weil die Frage ist, ob wir heute eine Arbeitswelt haben, die gesünder ist als noch vor drei oder vier Jahren, oder ob sie weniger gesund ist. Und ob wir eine Gesundheitsministerin haben und eine Arbeitsministerin, die diese Probleme der Menschen draußen ernst nimmt und Lösungen sucht, oder ob sie sich als verlängerte Werkbank der Wirtschaft verstehen, Frau Ministerin, und im Sinne einer Wirtschaftsministerin agieren. Und ja, wir haben eine Herausforderung. Es ist schon oft angesprochen worden, 24.000 zusätzliche Menschen, die wir brauchen in den nächsten Jahren in der Pflege und Betreuung der Menschen. Das ist, wenn wir uns anschauen, in welchem Umfang der österreichische Arbeitsmarkt pro Jahr wächst, nicht wirklich eine riesige Herausforderung. Aber natürlich ist es insofern eine Herausforderung, weil wir wissen, dass dieser ganze Bereich der Pflege nicht das Image hat, das er sich verdient. Und weil es natürlich eine Herausforderung ist, in diesem Bereich tätig zu werden, weil diese Belastung, Menschen zu betreuen, Menschen zu pflegen, eine ist, die geht oft an die Substanz. Es geht an die Substanz der pflegenden Angehörigen und der betreuenden Angehörigen. Es geht aber auch an die Substanz der Menschen, die in dem Bereich tätig sind. Und dann braucht es, und das ist oft angesprochen worden, Modelle, die ermöglichen, dass in Zukunft beides möglich ist. Dass betreuende Angehörige Unterstützung bekommen, dass die, die zu pflegen und zu betreuen sind, die Flexibilität in der Betreuung bekommen, die sie brauchen, aber auch, dass die Ansprüche und Anforderungen der Beschäftigten in dieser Branche dementsprechend auch wahrgenommen werden und wertgeschätzt werden. Auch die dürfen wir am Ende dieser Diskussion nicht vergessen. Und ich darf am Schluss nochmal auch zeigen, dass es auch anders geht. Das Land Burgenland hat hier sehr faktenbasiert. Ein Konzept erarbeitet, wo man aufzeigt, was ist an kleinen Schritten notwendig, um dieses Problem zu begegnen. Da ist natürlich noch Diskussion nötig. Und dort werden viele noch eingebunden sein müssen, um am Ende des Tages zu einem runden Konzept zu kommen. Aber dort ist man einen Schritt weiter. Man weiß schon, in die Richtung, in die man gehen möchte. Das ist es, was diese Regierung bis jetzt nicht geliefert hat. Und es ist oft schon aufgezeigt worden, wir werden es wahrscheinlich auch nicht so schnell zu Gesicht bekommen. Markus Vogel von der SPÖ fordert Modelle für die Unterstützung von betreuenden Angehörigen, aber auch für die Beschäftigten. Am Wort Gabriela Schwarz, Gesundheitssprecherin der ÖVP. Mit Burgenland komme ich dann gleich zu sprechen. Ich möchte das noch einmal betonen, was der Bundeskanzler zu Beginn gesagt hat. Elf Jahre Sozialministerium von SPÖ geführt, zehn Jahre Gesundheitsministerium von SPÖ geführt und jetzt wird es dringend im Bedürfnis. Das System habe ich, erinnere ich, nur an die Sondersitzung zum Thema Ärztemangel. Zum Burgenland Vorschläge, wie zum Beispiel alle pflegenden Angehörigen quasi beim Land anzustellen und dann am nächsten Tag aus den eigenen Reihen ausgerichtet zu bekommen, dass man sich das erst arbeitsrechtlich wirklich anschauen müsse oder was es zum Beispiel für den KV der Pflege bedeuten würde, das halte ich für reichlich überschießend und diskussionswürdig. Ich möchte jetzt auch gar nicht auf die Details der Burgenlandischen SPÖ da eingehen, denn ich setze mich ungern mit viel Überschriften, wo nichts Praktikables darunter steht auseinander. Ich bin da wirklich für konstruktive Diskussionen auf breiter Basis, wie es zum Beispiel beim Pflegeforum letzte Woche war. Und Herr Kollege Rossmann, Sie haben gesagt, dort haben nur Parteien diskutiert. Schade, dass Sie nicht dort waren. Ich war nämlich bis zum Schluss dort und dort sind sehr wohl pflegende Angehörige zu Wort gekommen und junge Menschen, die den Pflegeberuf erlernen. Das haben Sie leider versäumt. Und das richte ich auch an den Kollegen Lorca. Schade, dass er nicht dort war, obwohl er darauf Bezug genommen hat. Und schade, dass er in seiner Rede nicht einen konstruktiven, wirklichen Vorschlag geliefert hat. Ich halte es für wichtig, dass wir das Thema Pflege auf breiter Basis diskutieren. Mit allen Beteiligten. Es geht selbstverständlich um die pflegenden Angehörigen, denen wir die höchste Wertschätzung zollen, aber auch um alle, die in den stationären Einrichtungen und in den mobilen Einrichtungen, auch die haben unsere höchste Anerkennung und Wertschätzung verdient. Es geht um das Thema Ausbildung. Es geht darum, wie wir diese Berufe für junge Menschen so attraktiv machen, wie wir es zum Beispiel gehört haben von den zwei jungen Menschen, die beim Pflegeforum waren, die mit Herz dabei sind. Und die sagen, sie möchten den Menschen etwas zurückgeben. Ein Beruf für die Zukunft. Wir müssen die Arbeitsbedingungen überprüfen und den Beruf wirklich attraktiver gestalten. Organisation, auch für uns selbstverständlich ein Thema. Die Entlastung aller, die in diesem Bereich zu tun haben, ist uns extrem wichtig. Und dann geht es um die Finanzierung. Da jetzt Einzelnes herauszunehmen, das halte ich für politisches Kleingeld zu spielen und dafür bin ich nicht zu haben. Wir haben von Anfang an gesagt, wir nehmen uns ein Jahr Zeit. Wir diskutieren mit allen. Wir versuchen möglichst breit aufzustellen. Und ich habe bei einer anderen Podiumsdiskussion jetzt eine Vertreterin einer NGO erlebt, die gesagt hat, hört es doch endlich vom Podium runter, hört es doch endlich auf zum Jammern. Das ist die erste Bundesregierung, die sich dieses Themas wirklich profund annimmt. Wir sind unseren Kindern und Enkelkindern verpflichtet. Wir nehmen diese Aufgabe sehr ernst. Wir haben uns ein Ziel gesetzt. In einem Jahr werden wir ein Paket präsentieren können, das zukunftsfit ist und das nicht nur wie bei der burgenländischen SPÖ bis 2030 hält, sondern weiteres länger. Das Thema Pflege müsse auf breiter Basis mit allen Beteiligten diskutiert werden, betont ÖVP-Gesundheitssprecherin Gabriela Schwarz. Und am Wort ist jetzt die FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch. Herr Bundeskanzler, werte Kolleginnen und Kollegen, die heutige dringliche Antrag, Frau Kollegin Rendi-Wagner, ist halt auch wieder so ein bisschen ein Geplätscher. Sie fordern da jetzt, dass das Regierungsprogramm umgesetzt wird und dass sichergestellt wird, dass es umgesetzt wird. Da kann ich Ihnen versprechen, natürlich wird das umgesetzt. Wir sind jetzt eineinhalb Jahre nicht einmal noch dabei, das umzusetzen. Also mir ist der ganze Sinn der heutigen Debatte nicht ganz klar. Zumal ja jetzt erst begonnen hat, dieser Diskussionsprozess im Bereich der Pflege, wo Sie ja selbst dabei waren letzte Woche. Also darum verstehe ich nicht ganz, warum Sie heute etwas auf die Tagesordnung setzen, wo wir ganz zu Beginn eines Diskussionsprozesses stehen und glauben, Sie bekommen jetzt eine fertige Lösung. Das ist ja unseriös oder wäre unseriös, würde jetzt irgendjemand hergehen und sagen, so wird es ausschauen. Dann bräuchte es keine Diskussion. Das ist möglicherweise zu Ihrer Zeit in Ihrer Fraktion so gewesen. Die neue Bundesregierung lebt hier in einem etwas anderen Stil. Und wissen Sie, das ist ja heute schon oft gesagt worden, aber es hat ja seit dem Jahr 2006 bis 2017 sozialdemokratische Sozialminister gegeben. Und da war nicht alles schlecht, was in der Pflege passiert ist. Aber ich möchte Sie schon daran erinnern, weil Sie sich so herstellen als die Kämpfe für die Pflege. Es war unter dem sozialistischen Sozialminister Hunsdorfer, als im Jahr 2011 der Zugang zu den Pflegestufen 1 und 2 erschwert wurde, unter dem gleichen sozialistischen Sozialminister Hunsdorfer wurde der Zugang noch einmal erschwert im Jahr 2015. Da ist eine ganze Pflegestufe de facto weggefallen. Sie tun immer so, als hätten Sie alles Gute gemacht. Nur das Gegenteil war der Fall. Sie haben den Leuten etwas genommen, nämlich denen, die sich nicht wehren können. Das ist eine Tatsache gewesen. Und jetzt sich daherzustellen und zu sagen, wir wollen jetzt endlich ein Ergebnis haben, wenn letzte Woche ein Diskussionsprozess begonnen hat, das ist etwas, das ist unehrlich und das ist eigentlich auch sinnlos. Weil jeder, der sich ernsthaft einbringt in den Prozess, heute nicht sagen kann, wohin die Reise genau gehen wird. Dass Sie einen Antrag stellen, dass ein Regierungsprogramm umgesetzt wird, ist RZ2 und das ist ein lieber Versuch. Aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das Regierungsprogramm wird umgesetzt. Das haben wir ja schon gesehen bei jenen Punkten, die bereits abgearbeitet sind. Wir haben erst heute in der Früh diskutiert über die Sozialhilfe neu. Auch ein ganz wesentliches Thema. Und jetzt ist es eben die Pflege, die hier bearbeitet wird. Auch die wird zugunsten der Menschen in diesem Land bearbeitet werden. Und da wird es am Ende des Tages eine Lösung geben, die den Menschen nützt, nämlich sich an den Bedürfnissen der Menschen in diesem Land orientiert und nicht hier von irgendwo herum herunterkommt, da darf nicht, dort darf nicht, das muss, das muss. Zuerst lassen Sie uns einmal erheben, was wollen wir, was brauchen wir, was brauchen wir im Bereich der Ausbildung, was brauchen wir im Bereich der Betreuungsmöglichkeiten. Denn da muss man wissen, wohin geht die Reise, was ist der Bedarf in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten, wenn beispielsweise die geburtenstarken Jahrgänge in ein Alter kommen, wo sie möglicherweise in die Situation kommen, dass sie gepflegt werden müssen. All das muss man mit einplanen in diese Situation. Man muss aber auch sehen, was sind die Wünsche der Menschen. Und ja, 80 Prozent, das ist heute schon mehrmals gesagt worden, aller Pflegebedürftigen werden daheim gepflegt, weil sie das wollen. Und sind wir doch endlich auch dankbar den Menschen, die das tun, den pflegenden Angehörigen, die das tun, es erspart sich nämlich hier die öffentliche Hand im Jahr an die drei Milliarden Euro, würden all diese Leistungen sozusagen auf die öffentliche Hand abgewälzt werden. Und ich glaube, dass das auch alles ist, all das muss man hier einarbeiten. Pflege ist ein so vielschichtiger Bereich, das kann man weder hier jetzt in zwei Stunden abhandeln, noch dazu mit so einer Wald- und Wiesenthematik, wie Sie es hier bringen. Sie haben hier alles hineingepackt, hineingebracht, ohne eine Struktur. Genauso ist natürlich auch die Debatte verlaufen, weil keiner eigentlich genau gewusst hat, wohin wollen Sie von der SPÖ, was wollen Sie eigentlich? Sie haben eine Diskussion hier angezettelt, Sie haben keine Stoßrichtung vorgegeben, Sie haben nicht gewusst, was Sie möchten, Sie wollen nur einfach gegen etwas sein. Ich meine, das ist auch ein Anspruch, den haben wir jetzt schon kennengelernt, das sei Ihnen unbenommen, Sie können das auch weiterhin so machen. Die Bundesregierung wird auch in Zukunft weiterarbeiten. Applaus